Ich wünsche euch also herzlich willkommen zurück zu Visage in der Vollversion. Wir haben Visage uns schon vor, ich glaube, ungefähr vor zwei Jahren angeschaut und dann nochmal vor einem Jahr, als es in der Early Assess war, Chapter 1 und Chapter 2. Mittlerweile gibt es, ich glaube, sechs Kapitel, sechs Chapters, ich bin mir nicht sicher. Hat allerdings den Nachteil, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen, jetzt mit dem erscheinen der Vollversion, aber es soll sich auch viel geändert haben in dem Spiel, weswegen es sich dann auch wieder lohnt, es nochmal von vorne zu spielen und ich habe dazu sogar eine Umfrage im Community-Tab gemacht, falls ihr ihn nicht kennt, das ist dieser Tab auf dem Kanal, da steht Community und da poste ich manchmal was, kann ich Text posten oder Bilder oder Umfragen und das mache ich auch recht häufig, also schaut da öfter mal rein, wenn ihr so ein bisschen mitbestimmen wollt hier auf dem Kanal. Ja, Visage, was soll ich dazu sagen? Ein Spiel, das, es ist ja damals PT rausgekommen, 2014, ich habe es übrigens nie gespielt, das Original-PT, aber es hat ja, das war so das letzte Spiel, was so Game Changer war im Horror-Bereich und ähm, als das dann gecancelt wurde, beziehungsweise PT war ja eigentlich Silent Hill, der neue Silent Hill-Teil, damals als PT-Playable-Teaser, ähm, rausgekommen für die Playstation, mittlerweile gibt es das überhaupt nicht mehr, so offiziell oder so. Ähm, jedenfalls, ähm, sind dann viele Spiele rausgekommen, die halt diesen PT-Style versucht haben nachzuempfinden und Visage war ein ganz großer Kandidat. Ich weiß noch, als ich diesen Kanal gestartet habe, da sind diese PT-Klone quasi aus dem Boden rausgeschossen, ähm, und Visage war eins davon. Und jetzt endlich, ja, fast über fünf Jahre nach der Kanalgründung können wir nun eine Vollversion eines PT-ähnlichen Spiels, das auch wirklich den, ähm, Produktions-, diese Produktionsqualität hat, spielen. Und ich freue mich ganz besonders und, äh, wir sagen mal, neues Spiel. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschung und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Viel Glück. Ja, und ihr seht, so ein bisschen Silent Hill ist auch drin. Doch jetzt kommt das Intro. Z-Square Studio präsentiert. Z-Square Studio präsentiert. Z-Square Studio präsentiert. Z-Square StudioPyfe. Z-Square StudioPyfe. Oh, oh, oh. 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 Und wir finden uns hier wieder. Halten, greifen, bewegen, Tab halten, Inventar öffnen. Okay, dynamische Gegenstände, wichtige Gegenstände. Hier hat sich nicht viel geändert. Es kommt mir doch sehr bekannt vor. Und wir schauen jetzt erstmal da oben. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Sehr schön. Okay. Das ist unser kleiner Progressraum. Hier steht's auch nochmal. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt. Darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Ja, falls ihr die Early Assets schon gesehen habt, die Videos damals, dann wisst ihr sicherlich schon einiges. Oh. Wir können jetzt Schubladen schnell auf und zu machen. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Licht geht nicht. Ich werde allerdings versuchen, es so zu spielen, als ob ich es nicht kenne. Da sich allerdings auch Rätsel in diesem Spiel befinden, werde ich sicherlich zumindest in Kapitel 1 und 2 die Rätsel ziemlich schnell lösen. Da ist nichts drauf. Hier haben wir drei Stück. Drei Stück. Eigentlich gibt es... Ich dachte mal, es gibt drei Kapitel. Aber ich habe jetzt gelesen, es soll sechs Kapitel geben. Mal gucken. Mal gucken. Wir machen hier alles nach und nach. Nicht wahr, Madonna? Was ist hier da denn? Sedes? Sapiene. Was heißt das? So. Im Schrank verstecken müssen wir uns, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Licht geht nicht. Mehr als diesen Vorgangsraum können wir erstmal nicht... betrachten. Und dann sehen wir uns mal das Haus an, ob sich hier irgendwas geändert hat. Ah, Kerzen. Kerzen sind stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du dich mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Sie leuchten lange und dienen als Lichtquelle, die den Verstand deines Charakters bei Sinnen hält. F halten, F halten, F halten lassen, E untersuchen. Achso, wir können ihn nur rumtragen, ne? Links fallen lassen, rechts fallen lassen. Ah ja. Ah, wir können ihn nur mitnehmen. Wir können ihn nicht, ähm... ...in unser Inventar packen. Ja, stellen wir sie mal hier drauf. Perfekt. Telefon. Telefon. Hallo? Hallo, Dwayne. Es ist Rose, deine Nachbarn. Hallo, Rose. Ich weiß, es ist late. Und ich weiß, dass ich ein bisschen Angst bin, über kleine Dinge. Ich entschuldige für das, aber ich bin ein bisschen Angst. Ich habe dich nicht aus der Haus in drei Wochen. Ist alles alles okay? Kannst du mich telefonieren, um alles gut zu wissen? Alles klar. Bye-bye. Das war dann wohl der Anrufbeantworter. Telefon auflegen. So, und wie ihr seht... Oh, Licht lassen wir besser an. Wie ihr seht, äh, spielt das in den 80ern, so ungefähr. Und draußen regnet's. Oh ja. Sehr schön. Können wir hier nicht aufmachen? Halten, greifen. Ah ja. Ich glaube, was Interessantes gab's hier nicht, aber man konnte hier zumindest, ähm, in der Early Assess... Ja doch, guck. Man kann doch ziemlich, ziemlich viel rausnehmen. Aber ich glaube, wir können gar nicht werfen. Können wir werfen? Links fallen lassen, rechts fallen lassen. Hm. Perfekt. Links halten, weiter drehen. So können wir die Objekte untersuchen. Was haben wir noch Schönes? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Okay, Steuerung war noch nie so wirklich gut. Auch das Inventar. Ich fand's immer sehr verwirrt. Guck mal hier, sogar die Fingerabdrücke auf der Glasscheibe. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ich werde mich bestimmt wieder dran gewöhnen. Ja, ich habe mich auch in der Early Assess dran gewöhnt. Deswegen werden wir das schon irgendwie hinkriegen. So, hier sind Briefe. Da ist nichts drin. Das können wir uns angucken. Auch das können wir uns angucken. Ich beim Camping. Sogar ein Fingerabdruck auf dem Bilderrahmen. Sehr cool. Das klemmt. Hier ist ein Riss in der Wand. Verschlossen. Du brauchst den Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Deja. Da können wir wieder eine Kerze anpacken. Okay. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange Zeit in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirn-Symbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter. Und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. So. Ich habe jetzt die Cam wieder oben links. Momentan kein Greenscreen mehr. Und hier haben wir Licht. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen schöner aus. Ich nehme auch in 4K auf. Mal gucken, ob das alles klappt. Ah ja. Halten, Inventar öffnen. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwendbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für deinen Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Zum Fortfahren. Tasse drücken. Okay. Aufheben. Du hast eine Notiz gefunden. Äh. Nicht weiter untersuchen. Lesen. Du suchst den Garagenschlüssel? Nun, der ist vermutlich wieder in der Tasche deiner Jeans, die du in die Wäsche geschmissen hast. Wie immer. Du kannst mir später danken. Schatz. Okay. Ich glaube, normalerweise sollte die Note hier angezeigt werden. Ist irgendwie nicht so der Fall. Weiter untersuchen. Ah ja. Haben sie aufgenommen. Verschlösen. Du brauchst den Garagenschlüssel. Er hat hier seine Schuhe hingeschmissen. Ah ja. sich über meine Jeans beschweren, aber dann seine Schuhe einfach so hier im Eingang liegen lassen. Ne? Das ist mir wieder das Richtige. Okay. Kriegen wir hier auch noch ein bisschen Licht? Kriegen wir hier noch ein bisschen Licht? Oh. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängen direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Great. Hier brauch ich den Schlüssel mit kleinen Schuhen. in der großartigen Stadt Rippersdale. Heute, die Wetter wird absolutlich celestial sein. Die Temperature wird nicht unterbauen, unter 77 Grad. Und es wird ein helles Sonnig Tag geben. Geh deine Sonne und Towels aus. Und geh deine ganze Familie auf die Beats. Geh ein Tag aus, und zeig dir deine Lieblingsbeziehung wie viel du sie über sie über sie auf diese wunderbare Vakation. Auf einer anderen Seite, heute haben wir ein speziell Gast mit uns. Und wir werden viel Spaß mit ihm. His Name ist Dwayne Anderson. Sind wir nicht Dwayne Anderson? Ich meine schon. Habe ich das nicht irgendwo gelesen? Und das ist unsere Familie. Unsere Frau und unsere zwei Kinder. Mit einem Clown. Whatever. So. Glühbirnen können verwendet werden, um kaputte Leuchten oder Lampen zu reparieren. Interagieren. Ich glaube, die können wir auch. Ach ne, es sind dynamische. Können wir die hier reinlegen? Ah ja. Und dann können wir sie raus. Dynamische können wir hier reinlegen. So war das. Ich erinnere mich. So, was haben wir hier? Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Gegenstand aufnehmen. Ah, wir gucken uns erstmal um. Sofern wir das können. Das klemmt. Die Nachbarschaft. Wie immer schön. Schön wie eh und je. Okay. Schrank kriegen wir auf. Das ist dieser Petit-Moment, ne? Dieser Petit-Moment. So, hier sind noch Schubladen. Du brauchst den Kellerschüssel. So, ich vermute mal, es geht gleich auch in den Keller. Und ich gucke mal, ob wir hier die Glühbirne austauschen können. Zack. Sehr schön. So, haben wir das auch mal gemacht? Mal gucken, was es so im Badzimmer gibt. Lernen wir das Haus erstmal ein bisschen kennen. Panda-Bear. 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 Git. Können wir nicht das Klo mal zumachen? So. Pillen, Rasierklingen, zerbrochene Spiegel. Die können wir sogar aufmachen. Ist hier was Interessantes drin? Head-Clear. Okay. Ich stehe im Weg. Kann ich zumachen. So, das sind tolle Pillen. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. So, auch die packen wir mal weg. Klopapier, guck mal. Hier gibt es noch reichlich davon. Und hier ist ein Kinderzimmer, wie es scheint. Ich höre doch was quietschen. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Ob sich hier irgendwas verändert hat. Aber ich glaube, hier ist noch alles relativ. Nochmal. Ein toller Warnschrank. Sehr liebevoll detailliert alles. Sehr, sehr toll. So, hier sind wir im Flur. Da vorne links sind wir gerade reingegangen. Hier haben wir eine tolle Tiffany-Lampe. Hier ist alles friedlich. Noch. Die alte Uhr. Wir haben halb vier nachts. Natürlich. Und von hier können wir runter ins Wohnzimmer blicken. Das wir gerade nicht betreten konnten. Warum auch immer. So, und ich weiß, irgendwie müsste man noch ins Arbeitszimmer hier kommen. Aber frag mich mal was. Frag mich mal was. Vielleicht hier rechts. Ne, da kommt man ins Schlafzimmer rein. Das dunkle, dunkle Schlafzimmer. Jetzt ist gar nicht mehr so dunkel. Guck mal, mit der Oma. Hier haben wir noch Pillen. Die legen wir auch mal zur Seite. Kerze können wir irgendwo platzieren. Ich lasse sie erstmal da stehen. Wir machen uns ein bisschen Licht. Oh, wir haben kein Spiegelbild. Eine Handtasche. Bewegen vergrößern. Nicht weiter untersuchen. Hm. Öffnen können wir sie, glaube ich, nicht. Was ist in diesem Haus passiert? Überall stehen Pillen rum. Jetzt haben wir aber wirklich genug davon. Wir müssten mal hier. Ein Feuerzeug bekommen. Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur an begrenzter Zeit. Sie verhindern nicht, dass sich Spannung aufbaut. Wenn du mit dem Feuerzeug im Dunkeln stehst, wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Du kannst aber auch Kerzen anzünden. Sehr schön. Ist klar. Auch erstmal weg damit. So, ich glaube, wir können 1, 2, 3, 4, 5 dynamische Gegenstände und dann jeweils in einer Hand. Hier ist wirklich sowas von dunkel drin. Oh, okay. Das ist creepy. Aber die Beleuchtung ist schön. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Okay, nehmen wir den Schlüssel und dann nehmen wir den Panda-Bären. Ich glaube, wir fangen beim Schlüssel an. Sofern wir jetzt nicht noch irgendwas vergessen haben, können wir auch irgendwie reinzoomen. Also, in dieses Zimmer kommen wir nicht. Da müssen wir den Panda-Bären nehmen. Ich gucke mal, ob wir sonst noch irgendwie was Schönes haben. Hier müsste man auch mal wieder drüber streichen und die Löcher flicken. Genau, da ist der Panda-Bär. Hier könnte man eine Kerze hinsetzen. Dann wird es auch ein bisschen heller. Ich probiere das mal aus. Das sollte eigentlich funktionieren. Zack. Hier kommt der Kerze, Mann. Mit der Kerze, Mann. So, zack. Und wenn wir uns jetzt das Feuerzeug nehmen, können wir das eigentlich auch in die rechte Hand nehmen. Ja, guck mal. Hä, wie zu den Mann? Links aufheben, rechts halten. Ah, ja. Sehr gut. Und wieder weg damit. Jetzt haben wir es, glaube ich. Viel besser. Ist ja fast wie in the Nightfall hier. Ah ja, ich würde sagen, das ist das Arbeitszimmer. Das habe ich schon gesucht. Haben wir hier ein Licht? Sehr gut. Okay. Okay. Jetzt haben wir hier Schönes. Noch mehr Bierdosen. Äh, zack. Okay, ich muss mich wirklich an die Steuerung. Sie haben die Steuerung leicht überarbeitet. Schlüssel mit Blitz-Symbol. Okay. Ist vielleicht noch wichtig. Könnte wir den Keller sein. Stromraum, Stromkasten oder sowas in der Art. Tippe ich mal drauf. Warum braucht man denn hier so ein Geländer hin? Das ist komisch. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Ich habe da so eine Vermutung. So, wir sind aber hier im Dunkeln. Müssen aufpassen. Was sollen wir dazu machen? Konnten wir da eigentlich was lesen? Nee. Die Welt. Wie wir sie kennen. Kennen. Verstehst du? Okay, hier steht was. Können wir es lesen? Health Director retired from business after 45 years. Gesundheitsdirektor wurde entlassen nach 45 Jahren. New Deputy named after elections. Okay. Ich denke, wir waren jetzt überall. Nee, hier sind noch Schubladen. Keine Ahnung, ob wir die schon durchgeguckt haben. Aber wir nehmen jetzt meinen Schlüssel unten. Und starten damit ein neues Kapitel. Vermutlich. Also normalerweise konnte man auch hier rein. Deswegen nehmen wir jetzt das. Okay. Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Okay. Dolores Kapitel. Ein seltsamer Traum. Oh, hier liegt wieder eine Glühbirne. Sehr schön. Dolores, Dolores. Das müsste dann für die Tür sein, oder? Kleiner Spiegel. Dolores war das zweite Kapitel. Ursprünglich. Brauchst du einen Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Ja, den habe ich doch hier. Hallo. Oh, war schon Licht an. Wie erfreulich. Hier kann man Kerzen hinstellen. Das klemmt. Haben wir hier noch den Schlüssel mit dem kleinen Spiegel. Und dann ist er weg. Okay. Gegenstände verschwinden. Wenn man sie nicht mehr benutzen kann. Interagieren. Ah, okay. Der Spiegel hat was angezeigt. Ich erinnere mich. Ist jetzt aber nicht mehr da. Da können wir eine Kerze anzünden. Hallo? Dankeschön. Oh, da ist mir zu dunkel. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ne, ne, ne. Erstmal wieder wegstecken hier. Ich meine. Wir müssen jetzt diesen Spiegel finden. Es ist auf jeden Fall besser gemacht. Man weiß eher, was man tun soll. Ich weiß, ich, ähm, war da ziemlich in der Early Assess. Ruhe hier jetzt. Ich war in der Early Assess ziemlich, ähm... Gott, ist das gruselig. Ich war auf jeden Fall ziemlich, äh... Ja, ich wusste nicht, was ich tun soll und so. Okay. 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 Das klemmt. Okay, in die Küche kommen wir noch nicht rein. Ich will mich erst ein bisschen umsehen, bevor wir hier den Spiegel triggern. Wir sind auf jeden Fall sehr ordentliche Leute. Sehr ordentlich. Hier ist alles an seinem Platz. Erstaunlich. Wir kommen jetzt gar nicht in die Waschküche rein. Oh. Kellerschlüssel gefunden. Sehr schön. Hallo, ist sowas drin? Ich war erst mal hier. Oh, kann ich nicht. Okay. Höh! Jetzt steht er da oben. Das ist neu. Ich bin... Ich komme hier an die Dosen ran. Oh, cool, cool. Also, ja, es hat sich... Es hat sich definitiv was verändert. Es hat sich definitiv was verändert. Nicht nur... Der Trauzeuger. Oder meine Frau. Ich frage mich, ob da auch ewig Schlüssel hinter sein können oder so. Ich glaube nicht. Oh, guck mal, eine fleischfressende Pflanze. Und diese kleinen... Ich weiß nicht, was das ist. Also, es hat sich definitiv was geändert hier. Wir werden mehr geleitet so. Ach! Ja. Ja. Dose. Ich folge erst mal dem... Spiegel, würde ich sagen. Jetzt Panda-Bär auch weg hier. Kommen wir denn jetzt in die Zimmer rein trotzdem? Das kommen wir. Warum müssen Kinderzimmer immer so gruselig sein? Oh, bleibt mal an. Das müsste der Wandschrank sein. Okay. Sarah and Dad. Sarah hat Dad wirklich lieb. Maya. Ich dachte, da steht ein Macker drauf. John und me. Wer ist denn John? Dieses Haus knatscht mir definitiv zu viel. Und da... Oh, das ist gar nicht gut da hinten. Gar nicht gut. Und ich muss da hin. Das weiß ich. Ich gehe nochmal hier gucken. Meinen Geist etwas beruhigen. Bevor ein anderer Geist mich hier... ...fertig macht. Noch schnell Haare füllen, hm? Ach komm, warum nicht? Interagieren. Interagieren. Der Spiegel scheint ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Okay. Du hörst Schritte auf dem Dachboden. Der Griff ist da außer Reichweite. Wo gab es denn nochmal diesen Griff? Wo gab es... ...diesen Griff? Hä? Ich glaube, das Radio ist wieder angegangen. Jeder Mensch würde diesen Griff einfach irgendwo in der Nähe abstellen. Ja. Näh. Wo ist der Lichtschalter? Dankeschön. Aber nein. Nicht hier. In diesem Horrorgame. Da stellen wir den Griff schön, schön weit weg. Und ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Okay. Wir haben ja noch einen Stromschlüssel und einen Kellerschlüssel. Deswegen denke ich... Lass das! Deswegen denke ich immer, sollen wir in den Keller gehen. Aber ich gucke nochmal zur Sicherheit hier. Aber hier war der nicht. Nee. Warum sollte er auch im Kinderzimmer sein? Gehen wir mal runtergucken. Gehen wir mal... Oh! Götzka! Okay. Yo, Bro. Alles cool bei dir? Nicht dein Ernst. Hier geht ein Scheiß. Oh, Tür auf. Da fällt etwas Licht rein. Oder nicht? Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Jo. Okay. Okay. Ein Glück habe ich da schon mal die Funzel angemacht. Er will, dass wir da lang gehen. Vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen. Gab es den vielleicht hier irgendwo? Gab es den vielleicht hier irgendwo? Oh! Oh, ich erinnere mich. So, gefunden. Haken mit langem Griff. Nehmen wir mit. Das haben wir jetzt in unserem wichtige Gegenstände-Inventar gespeichert. Oh Gott. Es ist... Warum ist das so fucking... Oh! Dunkel hier. Ah, sehr gut. Mehr Licht. So, die Frage ist, gehen wir jetzt auf den Dachboden oder gehen wir in den Keller? Weil wir haben jetzt den Kellerschlüssel. Was noch fehlt, ist definitiv der Garagenschlüssel. Okay. Aber hier scheint alles irgendwie... Hier ist alles anders. Ist alles anders. Wir gehen auf den Dachboden. Oh, das Schlimme ist... Ich weiß nicht, ob ihr auch mit Kopfhörern guckt. Aber man hört hier wirklich überall Geräusche. Das haben die definitiv nochmal verschlimmert. So, ähm... Zack. Kannst du hier nicht verwenden. Hier? Oh. Sollen wir nicht auf den Kopf fallen? Also, so wie die gequietscht hat, sollten wir die unbedingt mal ölen. Das klang ja fast wie ein Schrei oder ein Stöhnen. Okay. Wo ist der Lichtschalter? Haben wir Licht hier oben? Welcher normale Mensch hat denn kein Licht hier oben? Das ist die Szene aus dem Spiegel. Wir können hier eine Kerze aufstellen. Dazu brauchen wir aber erstmal eine. Ich will natürlich Feuerzeug sparen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hält. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr im Dunkeln rumtacken hier. Hier können wir eine... Oder können wir die anzünden? Auf dem Behälter steht Sonne und Tee. Es ist verschlossen. Schaukelstuhl. Wir sind in der Vergangenheit scheinbar. Aber was stimmt mit diesem Gesicht nicht? Oh. Okay. Können Sie mal da durchgucken? Drei Bilder. Oh, ich glaube, das ist wichtig für ein Rätsel. Wichtig für ein Rätsel. Steht da noch was bei? Alles klar. Alles klar. Gibt es hier sonst noch was? Das ist einfach nur ein Raum, hm? Eine Tür. Wir können uns aus verschiedenen Winkeln uns das angucken. Was haben wir hier? Vergrößern, verkleinern. Drehen. Lagerbarer, wichtiger Gegenstände. Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Zum Beispiel ein Tape. Audiokassette. Aber ich glaube, damit kannst du Audiokassetten abspielen. Und hier können wir sie lagern. So funktioniert das. Aber ich gucke erst mal mit diesem Spiegel an. Was ist das? Ein Brüsselteil? Eine Blume. Auf dem Kästchen ist ein musikalisches Schibol. Es ist verschlossen. Musikschlüssel. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Ich erinnere mich. Es scheinen Teile zu fehlen. Wir haben einen alten Pantoffel gefunden. Juhu. Was soll ich nur mit diesem Pfund machen? Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Also, spielen wir mal die Kassette ab. Dolores. Dolores' Symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today, she told me she often hears her own voice, whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Hier kannst du Audio-Kassetten lagern. Okay. Lagern wir sie da mal. Zack. Das sind anscheinend diese fünf Zahlen. Die wir immer hören. Was haben wir denn hier? Fünf erkenne ich. Drei erkenne ich. Acht erkenne ich. Na, ist schwierig, ne? Sie hat alles vollgekritzelt damit. Alles vollgekritzelt. Okay. Das haben wir da jetzt hingewiesen. Huh? Was? Ach, oh. Jetzt sind die Sachen weg. Okay. Rumi hat sich angezogen. Wir dürfen raus. Wir dürfen raus. Was ist denn das? Gar nicht wissen, ey. Ich gehe wieder zurück. Kann ich eigentlich um die Ecken gucken? Vorsichtig. Hallo, ich habe Ihnen die Sachen rausgelegt, Frau Schmitz. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Es wird immer dunkler. Hä? 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 Okay. 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 Spiel wird gespeichert. Wir sind wieder zurück im Haus. Wir sind wieder zurück im Haus. Ah, wir haben das Ticken der Uhr gehört. Okay. Yo. Okay. Gut. Da wir jetzt einen Speicherpunkt haben, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part genau hier weiter. Ja, wenn ihr euch auch freut auf den nächsten Part, lasst mir einen Daumen nach oben da und würde mich freuen, wenn ihr das Projekt weiterschaut. Ja. Ich werde es weiterspielen. Ding Dong. Da werde ich schon rot. So. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ich bin Ciao. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Visage. In der letzten Folge haben wir zuerst mal ein bisschen hier uns im Haus umgesehen. Wir waren mal kurz auf dem Dachboden, haben nach dem Rechten gesehen. Waren dann auf einmal in einer Art, jetzt du schon wieder, Vergangenheit und, oh, was ist das? Das sieht ja nicht so gut aus. Kommt es aus dem Badezimmer? Hatte da jemand vielleicht ein kleines Klo-Problem? Nein, das ist sicherlich nur Blut. Okay, wir. Wir folgen mal. Der Tür hätte ich jetzt schon fast gesagt. Der Spur. Es führt wieder. Oh Gott, habe ich mich jetzt wohl in Jacken erschrocken, ey. Es führt wieder in die Richtung. Aber hier ist noch alles okay, oder? Folgen wir der Spur. Der Spiegel ist noch weg. Wie sanft der Regen doch gegen die Tür prasselt. Was ist das? Eine Kiste? Okay. Keine Ahnung, was da los ist. Können wir die irgendwie umdrehen, vergrößern, verkleinern? Können wir die irgendwie noch öffnen? Wir können reingucken. Es ist nichts drin. Stell die Kiste denn letztes Mal schon hier? Ich habe keine Ahnung. Folgen wir der Spur. Oh, ich habe übrigens gesehen. Ich habe das scheiß Licht ausgemacht hier. Ist schon viel besser, oder? Also, ist das ein Darm? Wow. Was zum... Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Mir ist so warm im Darm. Oh nein, es ist, glaube ich, eine Nabelschnur. Interagieren. Das könnte eine Nabelschnur sein. Sieht schon verdammt geil aus hier. Wir klettern runter. Okay, ja, wir klettern runter. Ist bestimmt sicher. Speichert. Hier können wir wieder rausgucken, ne? Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Hier kann man reinkriechen. Okay. Okay. Ja. Robert, der Eierschneidermann. Ich stelle mir vor, wie er gerade durch das Gitter gegangen ist und nur in Würfeln hinten rauskam. Wie wies er da... Ah, da geht es auch weiter. Was ist denn dann da gewesen? Es ist... Es ist... Oh, es ist... Es ist einfach... Es ist... Oh. Okay. Alles klar. Alles klar. Ich schätze mal, da müssen wir hier lang. Komisch. Schon mal gespielt, aber ich kann mich da irgendwie kaum dran erinnern. Kaum. Hö. Okay. Gleich zurück. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich werde sicher nicht genannt. Ich höre was, aber ich bin mir nicht sicher was. Funktioniert nicht. Dann kann ich es ja auch wegstecken. Oh. Hallo? Ich glaube, wir müssen die Spiegel sehr gut beobachten. So. So war das bestimmt. Gib mir ein Zeichen, aber bitte erschrecken. Da. Sie geht nach links. Müssen wir dann auch nach links gehen? Okay. Die Geräusche, ey. Och. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Oh. Oh, hallo. Die Luft da oben. Gut. Ist gut. Ja. Kann ich gleich jetzt zurückgehen? Was passiert dann? Gar nichts. Okay. Finden wir die Wahrheit. Müssen wir vielleicht in die Richtung gehen? Oh. Hallo. Das ist so creepy. Oh. Weg ist sie. Oh. 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 Okay. Ja. Hinein. Oh. Gott. Ich wusste, dass sowas in der Art passiert, aber ich nicht mehr, nicht mehr genau wie und... Atemgeräusche. Ah. Jesus. Mein Gott. Hallo. Hallo. Hallo, Omi. Bring mir mein Kind zurück. Okay. Kann ich vielleicht Fahrkarten kaufen? Für einen Horror-Trip oder so. Ich glaube, hier konnte man auch irgendwie das machen, ne? Ich kann mich hier nicht mehr erinnern. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Funktioniert hier auch nicht. Okay. Kein Licht, kein gar nichts. Oh. Ganz schön schräg, das Spiel. Echt, ey. Ich bin wieder hier. Hier sieht's soweit okay aus, ne? Da hinten ist noch ein Spiegel. Oh. Okay. Hier hupt es. Hier sieht's soweit wieder normal aus. Das kommt aus der Garage, schätze ich. Da können wir nicht rein. Hier ist ein neuer Raum. Die Küche. Die Küche. Und der Waschraum. Oh. Oh, oh. Ne, wieder ausmachen hier. Ausmachen. Komm, steck das mal weg hier. Mal wegstecken. Ähm. Oh ja. Licht bitte anbleiben. So. Eigentlich müsste jetzt in meiner Hose ein Schlüssel sein. Das ist schrocken. Nicht reinkriechen, nur rausholen. Dankeschön. Denn das stand ja auf dem Zettel, ne? Wir erinnern uns. Gefunden. Schlüssel. Garage. Garage. Der Zettel ist jetzt auch weg mit dem Hinweis. Okay. Manchmal hilft es sich auch hier die Sachen anzugucken. Für die Hinweise. Wir haben auch immer noch das Teil. Das kannst du ja nicht verwenden. Wir haben immer noch das Teil mit der. Ähm. Um den Boden runter zu ziehen. Weißt du den Dachboden? Oh, Lisch. Was? Okay. Wenn es vier Chapters sind. Machen wir natürlich vier Schlösser, ne? Okay. Ja, hier sieht es ja wieder aus, ey. Herrlich. Herrlich. Oh. Was gibt es denn noch zu essen? Bier. Mehr Bier. Ketchup. Und der Hammer. Was ist das? Hand Hammer. Soda. Okay. Mal ja zu hier. So ein Eisfach. Nichts. Einfach nichts. Nichts. Okay. Das ist also die mysteriöse Tür. Da müssen wir irgendwie rein, so. Früher oder später. Verruglich. Ein ordentlicher Mensch sind wir ja nicht. Da ist auch noch zu. Da ist auch so eine Tür. Was zum Teufel ist das denn? Krasses Gewitter da draußen. Tischa. Okay, hier ist noch ein Kleiderschrank. Ne, Eckschrank. Was ist das? Oh. Nur Klamotten drin. Hier haben wir noch Schubladen. Ist aber auch nichts drin. Ein Wasserspender im Haus. Das ist ja komisch. So. Wie auch immer. Sarah. Sarahs Größe. Oh, das kenne ich aus einem anderen Spiel. Da gab es auch Hinweise. Aber vielleicht war es auch Visage. Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Es gab doch Sammelfiguren. Ja. Ich erinnere mich. Hier. Die Matruschkas. Hier können wir wie weit das mal zur Seite räumen. Dann haben wir nämlich eine kleine Abkürzung durch das Wohnzimmer. Dieser absolut geilen Lampe da. Ich bin immer wieder begeistert. So. Konnten wir hier noch was gucken? Schubladen. Ich glaube, die sind alle leer. Der Drang des Erforschens in mir. Die Buchhaltung fremder Menschen zu durchsuchen. Oder was auch immer. Ah, ich glaube, die Türen sind zu, weil die zu anderen Kapiteln gehören. Möglicherweise. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube, da geht es eigentlich in den Keller. Sofern ich mich erinnern kann. Hier ist auch noch ein Spiegel. Ach, so ein Hochzeitsbild. Wunderschön kitschig. 80er Jahre Style. Ah, der bleibt mal schön aus. Hier ist noch okay. Alles gut, ne? Alles gut. Sagt auch der Bartbruder. Ja, da geht es nämlich auch in den Keller. Deswegen ist hier nämlich zu. Die haben es ein bisschen cleverer gemacht, dass man sich nicht so komplett hier in dem Haus verliert. Und da sind wir wieder im Spiegel. Und noch ein Spiegel. So. Wir brauchen den Kellerschlüssel. Ne, den Kellerschlüssel. Den Garagenschlüssel. Okay. Mal sehen. Erstmal ausmachen hier. Was ist denn hier los, ey? Ähm. Interagieren. Da. Da hat einer einen Hammer durchgehauen. Hm. Tor war es sicher nicht. Ganz vorsichtig rausziehen, das Teil. Wir wollen ja nichts beschädigen. Okay. Warum habe ich keine Hände? Liegt da noch ein Zettel? Da liegt ein Zettel oder so. Gehen wir mal raus. So, den nehmen wir mit. Und, äh. Können den irgendwo hinstecken. Irgendwas hat hier clear gemacht. Die Tür ist auch noch zu. Ich glaube, da geht es auch wieder in den Keller. Okay. Es ist aber... Es ist aber zu dunkel. Hier lacht wieder was. Ich glaube, hier oben. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Richten wir uns mal wieder auf. Oh, warum ist... Warum ist hier jetzt schon wieder aus? Warum ist das Licht hier aus? Erstmal im Licht bleiben. Oh, hier. Ich... Ich nehme mal hier eben, äh... Eine Pille. So. Viel besser. Was haben wir denn da? Ach, noch ein Feuerzeug? Zwei Feuerzeuge. Okay. Können wir die Pillen dann erstmal hier droppen. Droppen wir die Pillen. Glühwe. Lass das scheiß Licht an, Omi. Lass das scheiß Licht an. Ich will mich hier noch umgucken. Da liegt auch noch ein Feuerzeug. Also hier, hier ist, äh, genug. Verschlossen. Du brauchst den... Ah, Garagenschlüssel. Ich habe den Garagenschlüssel. Oh. So kommen wir hier raus. Die Geräusche. Ah. So, erstmal das wieder weg. Ah. Psst. Ah. Nein. Nein. Was? Du bist jetzt im Untergang geweiht. Letzte automatische Speicherung laden. Oh, nee. War... Oh. Unser Braindamage war, glaube ich, zu hoch. Deswegen ist sie erschienen und haben uns abgemurkst. Ah, okay. Okay. Aber das kriegen wir hin. Ist nur blöd, wenn jetzt die ganzen Zwischensequenzen wieder dazwischen sind. Wie der Name so sagt. Ja. Oh ja. Okay. Alles klar. Komm, Omi. Geh weg. Ah. 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 Beinen wir uns mal ein bisschen. So. Ich glaube nämlich, wir haben diesen Hammer nicht umsonst. So. Hier ist wieder gut. Das Gehirn verschwindet. Das tun wir mal weg. Und ich meine, wir können mit diesem Hammer... ...den Spiegel zertrennen. Dafür ist der nämlich da. So. Oh, das Uhrenrätsel. Das Uhrenrätsel. Ich erinnere mich... ...drei Teller. ...drei Fenster. Da ist noch eine Lampe, aber ich weiß nicht, wie man sie einschaltet. Guck mal, eben hier gucken. Ich weiß auch nicht, ob wir die Antwort hier finden. Es muss hier ein Muster geben. Es muss hier ein Muster geben. Hm. Okay. Gucken wir mal bei den anderen Spiegeln. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mehr, wie das Rätsel ging. Wo hatten wir denn noch Spiegel? Wir hatten noch Spiegel. Ein Spiegel war auf jeden Fall noch hier neben der... ...Tür. Der ist aber automatisch kaputt gegangen. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Oh. Warum nicht? Juhu, es geht bergab. Immer schneller. Immer schneller. Wohin führt diese Tür? Das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu dunkel hier. Oh. Die nächste Tür. Aber ich gucke erst mal... Oh, ich gucke erst mal da hinten. Ich gucke erst mal da hinten. Eine Kerze. Wir sind im Heizungskeller. Oh. Hier gibt es sogar Licht. Vielleicht stellen wir die Kerze besser hier hin, weil hier gibt es scheinbar kein Licht. Besser. Besser. Oh, hier ist noch eine Kerze. Put the toys back in that place. No yelling. Oh, basement rules. Ja, wir sind im Keller. Wir sind im Keller. Hier ist auch noch ein Spiegel. Oh, okay. Ich weiß, das Spiegelrätsel, das war ziemlich tricky. Ich kann mich noch erinnern. Kommen wir mit dem Hammer gar nicht rein. Storage room. Ich glaube, hier landen. Ah ja, hier. Lagerraum. Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Sehr gut. Die scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Aber wie? Wie mache ich sie an? Vermeide es lange im Dunkeln zu stehen. Ja, will ich doch auch gar nicht. Ich gehe wieder raus. Hier ist doch gut, oder? Okay. Ah. Die Uhren. Interessant. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Warum flackert, warum ruckelt das gerade so? Ich muss mal eben das wegpacken. Wird es besser? Okay, da haben wir Licht. Kriegen wir hier auch Licht? Vielleicht die Ecklampe. Okay. Noch besser. Obwohl, er dreht es ja durch hier. Da haben wir noch Pillen. Was liegt hier Schönes drin? Matruschka. Verschlossen. Du brauchst den Schlüssel zum Stromraum. Haben wir doch. Et voilà. Sieht aber soweit gut aus, würde ich sagen. Hier ist noch eine Kerze. Die können wir mal. Wo stellen wir die mal hin? Hier hin. Oh. Ja, lass mal besser an, ne? Falls der Strom ausgeht, müssen wir genau hier wieder hin. Hä? Strom ist doch an, oder nicht? Doch, Strom müsste an sein. Aber sind alle Lichter hier aus? Das ist aber nicht so gut. Okay, hier sind wir reingekommen. Hier ist der Spiegel. Verschlossen. Es steht kein Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Ah, hier sind wir rausgekommen. Irgendwo. Also, dieses Geruckel, das nervt mich gerade. Irgendwie liegt das wohl daran, weil wir den Hammer hier in der Hand haben. Ähm, ich droppe den vielleicht einmal kurz. So. Rechts fallen lassen. Okay. Ja, ist besser. Und dann nehmen wir den mal wieder hoch. Hm, wenn der Strom ausgeht, ist anscheinend wirklich jeder Strom aus. So. Licht haben wir jetzt genug. Hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Hier war noch ein Spiegel. Gehen wir mal erst mal hierher. Quetschen wir uns durch die Wand. Da liegt noch ein Feuerzeug. Oh. Da haben wir aber ein schweres Kreuz zu tragen. Könnte man die nicht sogar mitnehmen? Hier? Ja. Jetzt brauchst beide Hände um die Aktionen auszuführen. Ah, wir müssen da durch. Wir müssen hier durch. Es ist so dunkel. Ich muss mal eben hier nochmal. Das ist einfach so ein Loch im Keller. Ich weiß nicht, warum das so ruckelt hier. Ich habe keine Ahnung. Das Gefühl, das liegt mit den Sachen zusammen, die ich so in der Hand habe. Das muss ich erst mal wegräumen. Oh. Jetzt habe ich den Hammer fallen lassen. Ich weiß, ich brauche diesen Hammer für irgendwas. Oh. Äh, das Kreuz meine ich. Ich brauche das Kreuz für etwas. Ich weiß. Undра Smith. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben uns reicht. Ich weiß nicht. Und zwar hierfür. Zack. Dann kommen wir mich zu der Tür da hinten. Oh mein Gott. Genießt es. Jetzt geht das Spiel richtig los. Zeigen wir dir, Oma. Wer es hier drauf hat. Oh, schade. Tja. War ein Secret. Musst du dir nochmal zeigen. Hatten wir schon in der Early Assess. Okay, aber dieses geruckelte, wenn ich jetzt gehe und der Hammer immer so flackert, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich weiß leider auch nicht mehr, was man hier tun musste. Ich spreche mal eben und lade das Spiel neu. Wir sehen uns dann jetzt sofort gleich wieder. Bis gleich. So. Das hier, diese Items irgendwie so ruckeln in meiner Hand, während ich gehe. So ganz komisch. Das konnte ich leider nicht mehr. Also das ist leider immer noch. Aber ich habe gesehen, die Webcam war auch abgeschmiert und jetzt geht sie hoffentlich wieder. Ja. Ja, irgendwie. Äh. Ich nehme ja seinen 4K auf. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Aber es sieht so aus, als ob das mein Rechner dann doch nicht schafft. Obwohl ich ihn kürzlich aufgerüstet habe. Oh. Ich glaube, wir brauchen hier was. Eine Kurbel. Eine Kurbel fehlt. Ah, hier ist etwas auf dem... Wir müssen den Jesus runterlassen, glaube ich. So. Das fehlt jetzt natürlich. Haben wir noch einen anderen Weg hier? Da ist noch ein Weg. Das ist alles, was wir hier haben, ne? Kurbel haben wir nicht. Oh, ich glaube, die haben wir woanders gekriegt. In einem anderen Raum. Hier geht es wieder. Komisch. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal zurückkriechen hier, ne? Also sind wir hier wahrscheinlich falsch, weil wir hier noch die Kurbel brauchen. Kommen wir hier wieder raus? Ich will hier raus. Ich komme da gar nicht raus. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg hier raus geben. Aber welchen? Wie kommt man hier nochmal weg? Gibt es hier vielleicht noch mehr Türen? Ist es ein Mehrtürer? Weil Kurbel habe ich definitiv nicht. Können wir da reinspringen? Du musst es mit beiden Händen greifen. Okay. Zack. Äh, da kommen wir, da ist, doch, da ist ein Spiegel hinter. Aber wieso kommen wir da nicht raus? Ah, wir müssen hier durch den Ritz zurück. Ah, verstehe. So war das. So war das. Und immer wieder gucken, ob die Cam noch geht. Zurück im Haus. Hier war doch noch ein Spiegel. Genau, gucken wir da erstmal. Ich glaube, die nächste Folge nehme ich wieder in normal Full HD auf. Weiß ich, ob ich hier rausgekommen. Weil er scheint da doch irgendwie nicht zu passen. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Na, mal sehen. Gucken wir uns mal weiter um. Hier kam er noch raus. Nach oben, wenn das denn klappt. Nein, hier ist alles zu. Aber hier ist noch ein Feuerzeug. Nur für den Fall der Fälle. Diesen Weg sollen wir auf gar keinen Fall gehen. Hier ist auch wieder so dunkel. Du brauchst Kellerschlüssel. Habe ich den nicht? Habe ich doch. Sag ich doch. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Seil, um alles zu beenden. Alles klar. Den verstanden. Pide ab. Die auch immer diesen Scheiß mit mir macht hier. Kommen wir auch nicht zurück. Könnte man hier noch irgendwas mitnehmen? Ich weiß es nicht mehr. Untersuchen. Hm. Nee. Nee, nee, nee. Oh, hier ist noch ein Spiegel. Erstmal wieder wegtun. Gespeichert. Gespeichert. Gehen wir denn mal hoch. Es klemmt. Vielleicht kriegst du es mit dem richtigen Werkzeug aus. Ah, der Kompass. Kann ja nicht hier smashen. Scheinbar nicht. Ah, ich glaube, wir brauchten ein Brecheisen dafür, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, wir brauchten ein Brecheisen dafür. Also, ich weiß nicht, warum die Aufnahme jetzt so, warum das jetzt so stark ruckelt. Ich entschuldige mich dafür. Eigentlich hat der Rechner genug Power. Ist eine RTX 2080. 64 GB RAM. Und 16 Kern-CPU. So, diese Uhrzeiten sind auf jeden Fall noch wichtig. Halb vier. War fünf nach halb vier. Nein, 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 nein. Anbleiben. Ich finde diesen Keller so verwirrend. Da kommt man dann wieder zur Seite raus. Und hier kommt man wieder hoch. Das ergibt so teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Und hier geht's wieder ins Haus hoch. Ah, ja. Aber hier ist auch noch zu. Ah, aber hier ist noch ein Spiegel. Guck mal. Ah, ha. Silent Hill. Ich stehe doch gar nicht im Dom Köln. Okay, es sieht unglaublich schön aus. Aber das ruckelt einfach zu stark. Und ich meine, hier kommen wir auch ohne diesen Kompass, den wir am Fenster gesehen haben, nicht weiter. Okay. So, ich würde sagen, ich fixe nochmal meine technischen Probleme. Ich weiß, dass wir hiermit diesen Kompass brauchen, den wir an diesem Fenster gesehen haben. Wir müssen hier noch einige Rätsel lösen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann mit, ähm, nicht mehr mit 4K. Das klappt irgendwie nicht. Zumindest nicht mit diesem Spiel. Oder ich muss mal gucken, ob es irgendwie besser wird. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Joey. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Visage. Äh, ja. In der letzten Folge hatten wir ein paar kleine technische Probleme. Aber hey, wie ihr seht, es läuft jetzt besser. Wir sind jetzt auch nur noch in Full HD. Ähm. Mein Gott, reitet das Pferd hart. Äh, hier müssen wir gar nicht erst hin. Denn wir brauchen dafür den Kompass. Müssen uns also noch anderweitig mal umgucken. Ich hab das Gefühl, es ist jetzt auch ein bisschen heller hier, hm? Da kommt mir das nur so vor. Okay. Wie auch immer. Da brauchen wir etwas, um da durchzukommen. Kommt man hier noch her? Ah, ich glaube, so kamen wir zurück. So kamen wir zurück. Ich wollte hier nochmal gucken. Also, die Uhren werden wahrscheinlich wichtig sein. Die Zeiten müssten wir uns eigentlich aufschreiben. Es müsste drei Uhren im Haus geben. Und auch diese Teller müsste es irgendwo geben. Wie man diesen einen Raum einstellen kann. Hier ist noch ein Spiegel. Hallo Omi. Ein Spiegel. So long, George. You know when tea time is. And yet you always find a way to be late. Were you in your study room again? Scribbeling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think, you love your work more than me. I know you tired of me. Oh yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just... Hein. I'm sorry. I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my specialty? Ich weiß, was sie meint. Oder wo der ist. Oh. So nah kommen wir gar nicht an sie ran. Kommen wir den hier lang? Oh, hier geht es auch nicht weiter. Okay. Ich weiß... Ich hoffe, die Kamera stürzt nicht wieder ab. So. Gab es hier noch was Schönes? Schade, das geht nicht. Da ist ein seltsames Symbol drauf. Sie ist verschlossen. Okay. Oh, wir müssen aufpassen. Nicht zu lange im Dunkeln bleiben. Also, merken wir uns mal einen verstandenen Trapide ab. Nein, das wollten wir natürlich nicht. Gehen wir mal da rein, schnell. Jetzt ist es nicht ganz im Dunkeln. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Servus. Ich sollte schnell eine Pille nehmen. Und beim Licht stehen bleiben. Könnte sonst ein bisschen gefährlich werden hier. Was war das? Okay, hier sind definitiv diese Uhren. Ich fühle mich gerade etwas verfolgt. Wir hatten doch noch mehr Spiegel. Ja, im Wohnzimmer war noch eins. Hier. 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 Dann gehen wir mal hier hin. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich weiß, was wir hier tun müssen. Das sind diese Bilder, die wir durch dieses Peak Hole gesehen haben. Die müssen wir, glaube ich, hier platzieren. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Aber ich hänge sie mal hin. Es waren auf jeden Fall drei Gesichter. Und eins davon war dieses hier. Und jetzt muss noch irgendwo ein Gesicht hier rumliegen. Oder hängen. Oder hängen. Das geschmolzene Gesicht. Ich glaube, das kommt als letztes dran. Nichts passiert. Irgendwie sieht es nach einem Muster aus. Aber in diesem Zimmer scheint so wirklich gar nichts weiter zu helfen. Nicht in diesem Zimmer. Ich glaube... Nein. 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 So. Nein. So. Ich glaube, das musste hier hin. Und das dann hier hin. War das nicht die richtige Reihenfolge? War das nicht die richtige Reihenfolge? Vielleicht aber auch das dahin? Oh, wie war denn nochmal die Reihenfolge? Wir können natürlich nochmal auf den Dachboden. Wir müssen eh dahin, wegen dem Tee. Sieht auch creepy aus. Machen wir das mal. Wir müssen auch mal zur Kamera gucken, ob noch alles funktioniert. Denn wie ihr seht benutze ich jetzt ein Tool, was hier den Hintergrund so ein bisschen blurry macht. Also verschwommen. Finde ich ganz schön. Simuliert so eine Spiegelreflexkamera. So ein bisschen. Und das Tool ist mir aber beim letzten Mal abgeschmiert. Oh Gott. So. Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf dem Dachboden. Wir haben hier einen Schlüssel von der Omi gekriegt. Ach, hier ist auch noch ein Spiegel. Guck mal. Hier ist auch noch einer. Okay. Ich weiß sogar, was wir da tun müssen. Ach komm, machen wir das mal eben. Sie kommt. Sie kommt. Geschafft. Hallo Omi. Ich wollte ja eigentlich deinen Tee holen, aber dann ist das hier passiert. Okay. In diesem Kapitel hier ist tatsächlich nicht so viel Neues. Nicht so viel Neues. Oh. Oh ja. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind und ich weiß, was wir hier kriegen. Wird gespeichert. Können wir sie zur Seite schaukeln? Ein schauriges Gedicht. While in an everlasting dream, a two-sided moon with clouded vision lies down innocently by its guilty shadow. Also ein Mond klaut Schatten. Im Mitten eines nie enden wollenden Traums. Ein zweisindiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Das ist das Rätsel. Und noch ein Feuerzeug. Oh. Noch Kerzen. Die können wir hier positionieren. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Können wir nicht. Müssen wir erstmal fallen lassen hier. Können wir hier mal ein bisschen Licht machen. Also die Steuerung ist echt ein bisschen verwirrend. So. Ich meine, die haben so Zeichen drauf. Auf dieser Zeichnung scheint gar nichts dargestellt zu sein. Die Leichen haben nämlich immer so einen Zettel. Ein Schmetterling. Ein Schatten. Okay, den Schatten haben wir schon mal. Gar nichts. Ein Schädel. Gar nichts. Es muss aber noch mehr geben hier. Eigentlich muss es noch den Mond geben. Ein Mond. Da haben wir ihn. So. Und schön die Position merken, ne? Oh, wir können das natürlich mit dem Licht. Ah, klar. Natürlich mit dem Licht. Wir können es mit dem Licht markieren. Warten. Das fällt mir jetzt erst auf. Wenn ich es denn schaffe, hier die Kerze aufzunehmen. Hallo? Okay. Markieren wir das, was wichtig ist. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal den Hammer hier liegen lassen können. Den baue ich ja jetzt gerade nicht. Kann ich nämlich auch hier ein bisschen Licht machen. So, hier ist der Mond. Und... So, das ist das Erste. Dann brauchten wir... Den Schatten. Der Schatten, der war... Oh, der war hier, glaube ich, im Eingang. Scheint gar nichts darzustellen. Wo war denn der scheiß Schatten? Schatten, da. Schatten und Nebel. Wie war das Gedicht doch gleich? E untersuchen. Moon. Clouded Vision. Kann natürlich auch ein Auge sein. Cloud und Shadow. Ein Auge vielleicht. Shadow, Moon, Vision, Shadow. So. Ah... Vision, genau. Genau. So war das. So würde ich sagen. Wir müssen ein Auge finden. Wir müssen etwas mit einem Auge finden. Ein Schädel. Kann natürlich auch der Schädel sein, ne? Scheint gar nichts darzustellen. Gar nichts. Ein Auge. So. Das war hier. Okay. So. Falls ihr das Spiel nicht kennt... Ja, es ist halt doof, ne? So Rätsel, ne? Es ist... Es ist halt... Es ist halt doof, wenn du die Rätsel schon kennst. Es ist zwar eine Weile her, aber man weiß mal, was man tun soll. Ich weiß, dass gerade in diesem Chapter sehr viele Rätsel waren, die sehr lange gingen. Und irgendwo müsste es jetzt eine Kurbel geben. Und wir haben die Dinger jetzt markiert und wissen auf jeden Fall... Na, guck mal da. Eine mechanische Kurbel. Und wir wissen jetzt, wo wir drehen müssen. Wir müssen jetzt nur noch gucken. Hier ist der Stuhl. Wir müssen jetzt nur noch gucken, was wir runterlassen müssen. Oder wen, besser gesagt. Ich habe sie mir ja markiert. Dann... Der ist auf jeden Fall ein Kandidat. Das kannst du hier nicht verwenden. Aber hier. Ah ja. Okay. Okay. Der hier. Und der hier. Zack, Rätsel gelöst. Und die Kurbel haben wir auch noch. Müssen wir noch gucken, wie wir hier runterkommen. Eigentlich ist das Rätsel ganz einfach, wenn man weiß, was man tun muss. So. Wie die Leute jetzt gerade den Horror hier vermissen. Ich glaube, das bleibt noch erstmal eine Weile so. Weil dieses Chapter wirklich sehr stark mit Rätseln zu tun hatte. Aber es wird definitiv noch andere Sachen geben. Oh. Da springen wir jetzt rein. So. Vorher also das Feuerzeug hier und nehmen das da mit. Oh, ich hätte den... Scheiße. Ich hätte den... Den Hammer mitnehmen müssen. Na egal. Kriegen wir ja wieder. Der Hammer müsste eigentlich dann wieder in dem Kellerraum liegen. Ich frage mich gerade, warum hier überall diese Tunnel sind. Ach so. Wir kommen einfach nur wieder raus. Tick, tack. Schade. Ah. Okay. Jetzt sind wir wieder hier im Keller. Tür zu. Spiel wird gespeichert. Okay. Äh. Ich mach mal hier Licht an. Viel besser. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Hammer. Der müsste hier drin liegen. Da ist er. Da ist er. Auf magische Art und Weise. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen. Wir haben jetzt die Kurbel. Also kommen wir hier weiter. Ich weiß nicht mehr, was man hier gekriegt hat. Ehrlich gesagt. Mal sehen. Hier war ich doch eigentlich. Eigentlich war ich hier. Ob jetzt wieder die Kreuze hier vor sind. Keine Ahnung. Kamera auch noch nicht eingefroren. Das freut mich. Die Kurbel müssten wir jetzt hier benutzen können. Hm. Geh noch näher dran. Aber da steckt gar keine Kurbel drauf. Ach. Wir holen das Kreuz hoch. Nicht runter. Jeder nur ein Kreuz. So. Der Lattenjub hat auf jeden Fall was für uns. Was hat er da? Ein blutiges Messer. Ja. Nehmen wir das doch mal mit, ne? Nehmen wir das mal mit. Ich weiß auch, wofür wir das brauchen. Juhu. Hm. So. Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Wir müssen wieder zurück. Ich überlege immer gerade. Genau. Den T wollte ich ja holen. Hallo. Hallo. Den T wollte ich ja holen. Wir hatten diese tolle Box ja schon gefunden. Oben auf dem Dachboden. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Die Wege sind in der Tat immer ein bisschen lang. Ich freue mich schon über Speedruns zu dem Spiel. Funktioniert nicht. Ja, ist ja gut. Kann ich hier eigentlich wieder speichern? Tatsächlich. Machen wir das mal. Sehr schön. Einfach nur so zur Sicherheit. So, hier war das ultimative Rätsel. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Ja, und dann müssen wir jetzt. Ach, Mensch, Omi. War da auch noch ein Spiegel? Ach so, da wollte ich noch gucken. Genau. Genau, genau. Da wollte ich noch gucken. Oder musste ich noch gucken. Wie da die Reihenfolge von den Bildern war. Aber erstmal wollte ich auf Dachboden. Deswegen haben wir das Ding hier auch noch. Und hier war noch ein Spiegel. Das haben wir schon gemacht. Es muss noch irgendwo einen geben. Ich glaube, im Arbeitszimmer gab es auch noch einen. Hier ist die T-Box. Der Schlüssel passt. Omis Tee. Oh, da dreht er sich. Spezialtee. Und hier kommen wir wieder ins Schlafzimmer zurück. Und können hier durchgucken. Ah ja. Also, das Geschmolzene war links. Dann kommt das mit dem Loch. Und dann kommt das mit der Maske. Könnten wir sonst noch was hier gucken? So, können wir das Problem lösen. Den Spiegel konnten wir nicht kaputt machen, ne? Nö, nö. Nö, nö. So, ach so. Arbeitszimmer wollte ich auch noch gucken. Wo kamen wir? Da kamen wir hier hin. Da ist nämlich auch noch ein Spiegel. Oh. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich erinnere mich. Ach komm, machen wir das. Der ermordete Ehemann. Infusionsbeutel. Ach, die Kamera ist schon wieder abgestürzt. Ja, dann weiß ich ja, was ich nicht mehr benutzen werde. Ein Moment. Schade. Ich habe diesen Effekt eigentlich gemocht. Aber na gut. Na gut. Habe ich die 20 Dollar umsonst ausgegeben. Okay. Eins der Messer scheint zu fehlen. Ich habe ein Messer. Die Lampe funktioniert noch. Ich glaube nicht. Die funktioniert. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Eine Geheimtür. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Okay. Ich weiß auch, was wir tun müssen. Wir haben ja ein Messer. Wenn das Messer fehlt, müssen wir es halt zurück tun. Ist doch logisch. Schön operativ die Wunde begutachten. Liebe geht durch das Herz, sag ich immer. Und wir haben einen Schlüssel. Und wir haben einen Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bleibt bloß sitzen. So. Hm. Eine Mobile-Wolke. Und ein weiteres Tape. Das ist fürs Schlafzimmer. Haben wir hier noch was drin? Ganz viele Blutkonserven. Das klemmt. Hi. Hi. Der Trippelschritt. Ich glaube, er kann keine Türen öffnen. Ich habe einen Stuhl und ich werde ihn benutzen. Der ist weg. Der Witz ist. Der kann dich wirklich abmurksen, ne? Okay. Nichts wie raus. Gespeichert. So. Was haben wir denn jetzt? Wir haben das Teil gekriegt. Das können wir auf jeden Fall. Oh Gott. Die sind so... Oh Gott. Ich hasse die Holle einfach. Wir müssen einige davon finden. Ich mag diese Lichtverhältnisse. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück. Ihr seht also, es sind immer wieder parallele Rätsel hier. So, wir haben noch ein Tape. Achso, das Tape können wir noch abspielen. Nicht hier. Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Da ist das. I fear that Dolores is getting worse by the day. Her temperaments are extremely bipolar. She gets easily upset over small things, almost always immediately followed by self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still. And I'll do whatever it takes, to help her overcome her condition. Oh, oh no. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic look? Tja. Den hab ich. Okay. Und packen wir das Tape und packen es da rein. Es gibt drei Dolores Tapes. Eins haben wir scheinbar noch nicht. Okay. Genau. Wir haben ja auch den Tee. Den können wir noch abliefern. Das war irgendwo im Keller. So, lass mal kurz überlegen. Arbeitszimmer haben wir gemacht. Da war das mit dem Messer. Hier oben gibt es, glaube ich, noch ein Rätsel. Ich weiß gar nicht mal, welches hier oben war. Hier gibt es auch noch einen Spiegel. Damn. Keine Ahnung, was das hier nochmal war. Ich weiß es nicht mehr. Baby Monitor. Okay. Ach, ich weiß, hier kommen wir nicht weiter. Aber hier ist ein Tape. Hier kommen wir nicht weiter, weil wir das, weil wir das, ähm... Wir brauchen das von dem Baby Monitor, das Funkgerät. Das kriegen wir erst irgendwo. Also, hier kommen wir nicht weiter. Warum ist es jetzt hier schon wieder so dunkel? Ach, wir sind im Schlafzimmer. Ballzimmer. Okay. Mein Gott. Bleib mal auf. So, welches Rätsel war hier? Das haben wir schon gemacht. Genau, das Rätsel mit den Gesichtern können wir noch machen. Das war, glaube ich, unten. Die Quassel. Da ist irgendwo noch ein anderes Radio an. Ja, irgendwo. Funktioniert hier nicht. Okay. Das kam auf jeden Fall... ...nach ganz rechts. Den Hammer lasse ich mal eben hier liegen. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht wieder. Hier liegt der. So, das kam nach ganz rechts. Erst kam das Geschmolzener, dann das mit dem Loch. Das kommt in die Mitte. So war das. Das mit dem Loch. Und das da. So war das. Ein Krankenbett. Der Vorschlaghammer ist jetzt im Lagerraum. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gut. Okay. Hier müssen wir das Ding dranhängen. Und bekommen noch so ein Ding. Die Sonne. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den Vorschlaghammer überhaupt noch brauchen. Das Essen ist echt creepy hier. Das ist echt creepy. Aber ich bin so froh, dass wir jetzt wieder auf 1080p sind. Dann ruckelt es hier wenigstens nicht. So, das Rätsel haben wir auch gelöst. Wo kommt das Gequassel her? Hier aus der Küche. Er ist wahrscheinlich aus dem Weg. Everyone who lives hier ist fucked up, irgendwie. Fuck ihn. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, ich weiß, ich weiß. Ich habe sie gesehen. Oh, shut up, ihr cancer-breedin'-microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey. Watch it with the toasted rub off. Anyway, ich sehe sie hat sich über die house komplett nacken. Like a fucking whore. Oh, you kidding me? What the hell wrong with this old hat? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo. Big guy needs to sleep. By the way, you guys have been receiving the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real need for you guys. Oh, yeah? What's that, you squad? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you had some news, I'd have murdered along with you. Yeah, right. You're running 16 hours a day. Your sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust the broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged seven knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy shit. Oh, that's what that means. That's exactly right. Das ist definitiv der verrückteste Part gewesen in dem Spiel. Bisher so. Was waren hier noch? Okay. Nein, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Ich wasche später meine Wäsche. So. Ah, genau. Ich wollte nochmal nach den Uhren gucken. Hier ist nämlich auch eine Uhr. die auf dieser selben Zeit steht. Hm. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern an das Rätsel. Aber ich glaube. Ding Dong. Ja, okay. Okay. Oh, mir klingelt gerne. Wie kamen wir denn jetzt nochmal in den Keller zurück? Wie kamen wir in den Keller? Hm. Ich glaube hier drüber, hm? Gab es in der Garage auch einen Spiegel? Auf jeden Fall gibt es hier mehr Licht, als ich dachte. Oh, ich erinnere mich an ein weiteres Rätsel. Ich erinnere mich an ein weiteres Rätsel. Okay. Okay. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt erstmal in den Keller zurück. Ja, es geht hier drüber. Ich weiß nicht, ob es auch einen anderen Weg gibt. Aber ich weiß, das ist definitiv der Weg, der uns wieder in den Keller führt. Quasi der Keller Express. Irgendwo kriegt man noch das Brecheisen her. Oh, oh, doch. Ich glaube, ich weiß, woher. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich weiß nicht mehr, was das da war. Hier war nur der Strom. Ich suche jetzt... Ich suche jetzt... Den Spiegel... Wo man zur Omi kam. Vielleicht war das der sogar. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Nee, wir brauchen einen Schlüssel hier. Hm. Kein Hinweis, welcher passt. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Da ging es hoch. Hier unten ist... Es war noch irgendwo ein. Es war noch irgendwo einer. Ja, vielleicht. Nee, da haben wir das Jesus-Ding gehabt. Hier war der Hammer. Wo war dieser verfluchte Spiegel? Oben. Nee, oben. ging es auch woanders hin. Hier ging es auch woanders hin. Hier ging es nicht weiter. Hm. Ich dachte, das wäre irgendwo im Eingang gewesen. Im Eingangsbereich. Oder ist da hinten... Ah, hier, warte mal. Hinten war noch ein Spiegel. Hier. Hier, hier. Omi? Ich habe da einen Tee. Hm. Hier, hier, im Eingang gewesen. Was bread your worth? Oh Yeah, oh yeah Sie hat uns wirklich in den Ofen gesteckt, die alte Hexe Doch was wir wirklich brauchen und begehren ist dieses Ding hier Ihr könnt euch sicherlich denken wofür Wir hatten hier noch ein vereistes Fenster vor uns Aus der Ruckelpartie in der letzten Folge Und dann haben wir den Kompass und ich weiß auch wo wir mit dem Kompass hin müssen, nämlich zum Nebel Das hätten wir natürlich mit dem Hammer nicht machen können Unmöglich Okay So, jetzt ganz vorsichtig Hallo, den Kompass nehmen Zack Sehr schön Ich glaube das Brecheisen brauchen wir jetzt gar nicht mehr Ich wüsste zumindest nicht wofür Hm Ich überlege gerade wo ich hin muss Da In die Silent Hillewelt Und jetzt einfach den Kompass folgen Und jetzt einfach den Kompass folgen Da hin geht es nicht weiter Da hin geht es nicht weiter So, kleine Friedhofstour Ah Ah Okay Eine Blume Müssen wir diese Blüten finden Ja Es sieht schon geil aus, ne Also Wir haben schon was drauf Ich meine, ja gut Hat noch genug Zeit, es zu entwickeln Mal sehen, ob wir hier noch irgendwo so Blumen finden Ah Ah, ich folge einfach bei dem Kompass Hier, guck mal Ja, der zeigt dir Der Kompass zeigt immer zur Blume Können wir da irgendwie hier Liegt anscheinend auch immer auf Parkbänken Liegt anscheinend auch immer auf Parkbänken Hier, hm Da fragt man sich doch wieder Was möchte der Entwickler einem damit sagen, dass man jetzt diese Blüten auf diesem Friedhof hier zusammensuchen soll Tiefe, tiefe Diebhaftigkeit hier Okay Oh Ja, hier rechts Okay Ach, ein Kinderbettchen Das ist das Kinderbett, was auch im Schlafzimmer steht Sie will ja auch ihr Baby zurückhaben Was haben wir da gefunden? Ein mobiles Raumschiff Das ist auch wieder so ein Teil für die Für das mobile im Schlafzimmer Sind wir wieder am Eingang? Schauen wir schon, ne? Wir sind noch nicht ganz durch hier Irgendwas fehlt noch Hm Wir sollen zwar nicht da hin Ich frage mich, ob wir gerade von hier gekommen sind Aber natürlich könnten auch noch Matruschkas hier irgendwo rumstehen oder liegen, ne? Wäre so eine Idee wert Ich glaube, wir sind einfach hierher gekommen Ich folge jetzt mal dem Kompass weiter Boah, ich dachte da hinten wäre Geist oder sowas, war nur ein Ast Hm, okay Eine weitere Blume Erinnert mich ein bisschen an den Friedhof von Song of Horror hier Was werden wir hier in dieser Gruft Was werden wir hier in dieser Gruft Kampfgeräusche Das ist wie meine Wenn ich Minecraft spiele und Nach Diamanten suche, dann grabe ich auch immer so einen schrägen Tunnel Eine weitere Tür Eine weitere Tür Das ist doch eine Qual Schalter im Stromraum umlegen Ja, ich bin ja schon auf dem Weg Ja, ich bin ja schon auf dem Weg So Was haben wir Was ist das denn noch für ein Schlüssel hier? Garagenschlüssel Okay, in die Garage Da waren wir schon Aber scheinbar Gibt es ja dann wohl noch was, ne? Oh Was klappert hier? Hä? Hat sich das Licht nicht angemacht gerade? Ich hab's doch klappern hören hier Bin ich doof? Okay Okay, was Was müssen wir denn noch hier machen? Ich überlege die ganze Zeit was Was noch fehlt Also da hinten war der Ofen Da waren wir drin Da haben wir uns den Kompass geholt Hier haben wir uns das Messer geholt Ruhe Hier kommen wir nicht rein, weil wir den Schlüssel brauchen Hier ist kein Spiegel mehr Wir haben noch ein Tape Da waren wir schon Das Rätsel mit den Uhren müssen wir noch lösen Und hier waren wir im Nebel Da kommen wir jetzt auf gar keinen Fall wieder hin Zugemauert Also springen wir mal zurück Springen wir mal zurück Durch das Loch Um wieder in den Wohnbereich zu kommen Das geht ja nicht hier Und dann können wir zumindest das Theme noch anhören Ui Und die anderen Mobile Dinger aufhängen Und ich weiß Was? Dieser eine Raum? Ah, ich weiß was wir tun müssen glaube ich Ich weiß was wir tun müssen Bams Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt ob die Chapters die wir jetzt noch nicht Oder die ich jetzt noch nicht kenne Ob die genauso anspruchsvoll von den Rätseln sind wie diese hier Ich meine Ich habe alles schon mal gespielt und Ähm Erinnere mich doch nicht dran War hier auch noch ein Spiegel? Hier war auf jeden Fall die Garage Aber ich glaube mehr war hier nicht Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht da rein zu gehen Ich weiß auch gar nicht ob wir da überhaupt rein müssen Kann ich speichern? Kann ich gerade nicht Warum kann ich nicht speichern hier? Ich suche diese Diese Wand Ähm Diese Wandteller Ich überlege ob hier irgendwo diese Wandteller sind Die wir möglicherweise brauchen Hier ist nämlich auch die Uhr und die steht auch Zwischen 6 und 7 Alle Uhren sind zur gleichen Zeit stehen geblieben Die Wandteller könnten auch im Wohnzimmer sein Hm So ich gehe jetzt erstmal ins Schlafzimmer Und liefere die Sachen ab Ah da war doch auch noch eine So Das kommt da dran Und das kommt da dran Und was haben wir hier? Was soll das denn nochmal für den Schlüssel? Basement Ach nochmal den Kellerschlüssel Ein drittes Tape Hm She has trouble differentiating him from the dolls in the house Once she threw a doll away realizing it wasn't the baby I am horrified at the idea that she might do the same to the baby thinking she's holding a doll I've got rid of all the dolls in the house And now she keeps on calling him Never remembering where he is I have to keep a constant eye on both of them The only time I can get some work done is when she's sedated Oh It feels like a nightmare Ist doch nur ein Kind Achte mal auf drei So Oh Oh wir haben noch ein Tape Wir können noch ein Tape irgendwo finden Und wie viele brauchen wir hier? Zwei brauchen wir hier noch Zwei Das heißt es muss noch irgendwo zwei Spiegel geben Wo wir noch nicht drin waren Wir waren hier auf jeden Fall Drin Warte mal im Schlag Hier Hier war doch auch noch einer Welcher war das denn nochmal? Ah Hier war das genau Hier brauchen wir das Babyphone für alles klar Alles gut Und da waren wir auch drin Ja Hier, hier Ich dachte wir können die nehmen Ich sollte mal eine Pillen nehmen Ich sollte mal eine Pillen nehmen Ich glaube Was habe ich vergessen Was habe ich vergessen? Ich kann nochmal auf den Dachboden Aber das Brägt glaube ich auch nicht so viel Ich muss versuchen dieses Rätsel zu lösen hier Mit den drei Fenstern Aber ich kann mich einfach nicht mehr erinnern wo diese Wandteller waren Ob die in der Küche waren Es muss ja ein Muster geben Irgendwie gibt es so gar keinen Hinweis darauf Wann das nicht die Zeiten? Ich weiß es nicht mehr Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern Nee, ich weiß Ich weiß wieder Ich weiß wo wir das Muster herkriegen Ich weiß allerdings nicht mehr wo wir das finden Ich glaube ich habe noch was vergessen Hm Habe ich irgendwo noch einen Spiegel vergessen? Ich überlege die ganze Zeit Was ist denn hier drin? Der Wäscheraum Da hat sie doch letztens drin gewütet Dankeschön Hm Hm Okay, ich weiß gerade echt nicht mehr wie es weiter ging Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch Ich weiß nur noch so ungefähr Was wir tun müssen Ich weiß Ich weiß wir müssen noch etwas Einen Gegenstand finden Wo wir die Lösung dann Für dieses Rätsel da hinten finden Aber ich weiß nicht ob wir Warte mal wir haben noch Kann nicht hier verwendet werden Wir haben noch den Basement Schlüssel Vielleicht ist der für diese eine Tür die wir da noch hatten Im Keller Gut möglich Gut möglich Gut möglich Gut möglich Gut möglich Hier gibt es auf jeden Fall genug Glühbirnen Wenn mal was kaputt geht Oder so Feuerzeug ist auch noch hier Ein Schlüssel für den Keller Aber das ist ja der Keller Hm Gehen wir mal nochmal durch den Keller Und ich würde sagen Wir beenden den Part jetzt hier Ich gehe nochmal in mich Um zu überlegen Was des Rätsels Lösung war Ich kann mich noch so grob erinnern Was man tun soll Ich habe ein bisschen die Befürchtung Dass wir vielleicht den Spiegel irgendwo übersehen haben Aber was ich jetzt noch Überlege Ob wir vielleicht Den Kellerschlüssel In dieser einen Tür anwenden können Weil er sagte Es gibt keinen Hinweis darauf Welcher Schlüssel passt Das können wir dann nochmal ausprobieren Jetzt Das war glaube ich hier links Die Genau Sieht wirklich ja Keller aus So Okay Die passen schon mal nicht Es muss ein anderer Schlüssel sein Ich glaube das Brecheisen brauchen wir nicht mehr Ich kann mich zumindest nicht erinnern Hm Da waren wir auch schon Da waren wir auch schon Da waren wir auch schon Es ist hier unten eigentlich nur Oh Dieser Spiegel mit der mysteriösen Tür offen Oder war hier noch irgendwo einer Da ist zu Hier war gar nichts mehr drin Da oben kommen wir nicht mehr hin Hm Okay Wie gesagt ich gehe mal in mich Vielleicht fällt mir was ein Das mit den Uhren kommt mir schon komisch vor War ich hier schon? Das ist der Zwischenraum Hier ist auch nochmal ein Lager Aber hier war keine Tür Nee Kein Spiegel meine ich Hm Okay Ja Ich gehe mal in mich Und nächste Folge Machen wir an das Dolores Chapter glaube ich Zu Ende Und Gucken da mal was sonst noch ansteht Ne An Kapiteln Vielleicht mal ein ganz anderes machen Als das Early Assests Dass ich auch mal ein bisschen was Neues erlebe So Bis zum nächsten Mal Haut rein Hey ich bin Joey Also herzlich willkommen zurück zu Visage Ich frage mich gerade ob wir hier wirklich das letzte Mal aufgehört haben Ja haben wir Haben wir Und Jetzt packe ich schon wieder hier das Feuerzeug raus Nein Äh Ich weiß jetzt was ich vergessen habe Ja ich weiß jetzt Es gibt noch eine Stelle Wo noch ein Spiegel ist Warum springe ich hier gerade rein? Ich muss ja noch den Hammer holen Och Leute Ja auf jeden Fall weiß ich noch wo ein Spiegel ist Das ist so dumm dass man immer in den Keller muss um den Spiegel Äh um Um seinen Hammer zu holen und so Äh Das Brecheisen habe ich aber Damit kann man leider keine Spiegel zerstören Glaube ich zumindest Wir versuchen es mal Und dann weiß ich auch wie die Rätsel weiter gehen Denn hier oben ist auch noch ein Spiegel In unserem Safe Room Da Was war das gerade? Die Tür ist zugeknallt So Hier ist recht dunkel Aber ich kann einfach nicht Ich kann das einfach nicht da verwenden Ich brauche den Hammer Das heißt Ich muss jetzt wieder zurück So ich habe die Webcam diesen Filter wieder an Ich habe die Webcam aber auch an einem Ähm Schönen Licht bleiben An einem anderen USB Port Ich weiß nicht ob es daran lag Aber ich hatte ähnliche Probleme bei meinem alten Rechner Deswegen hoffe ich dass es ähm Jetzt besser ist Ich werde ab und zu mal rüber gucken so Und werde mal drauf gucken und hoffe dass es dann gefixt ist Ansonsten müssen wir leider auf diesen wunderschönen tiefen schärfen Effekt verzichten Also ich finde ihn zumindest sehr schön Das macht es sehr gemütlich so Ich mag das immer sehr ruhig das Bild So wir müssen wieder durch den Gang des Grauens Durch den Darm des Grauens Weil er so verdreht ist Anders kommen wir leider nicht in den Keller Können wir eigentlich rückwärts gehen? Ja guck mal funktioniert auch Nächste Sache Rückwärts durch den Darm des Grauens So Ich finde das übrigens so lustig dass wir Eigentlich kennen wir den Keller ja gar nicht Also Falls du jetzt das Spiel Das erste Mal siehst Und die Early Assessment nicht kennst Ich kenn sie aber Kennt man ja den Keller eigentlich nicht So Grafisch macht es was her Das kann man ja schon nicht sagen Ich überlege jetzt gerade wo mein Safe Room war Und warum hier immer diese fucking Lampe aus ist Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren Ja gut So Geh auf Ach so rum Alles klar So Äh Wir müssen den wieder los Lassen hier Den Hammer nehmen wir mit Und dann springen wir wieder ins Löffel rein Den ganzen Scheiß nochmal Aber wenigstens sind wir dann an der richtigen Stelle Kann man die Sequenzen irgendwie überspringen? Ich meine ich hätte was gelesen Dass die ein Update bringen Dass man die Sequenzen Vielleicht war es aber auch ein anderes Spiel Vielleicht war es aber auch ein anderes Spiel So Und den Lagerraum auch im Keller gemacht Ich bin so froh darum Schub Hab ich? Ja Hab ich noch Okay Den wählen wir mal Jetzt die Tür schon wieder zugeknallt Das ist doch gerade erst passiert Interessant Wird gespeichert Wir haben das Baby gefunden Interagieren Das Baby hat eine Kugel in der Hand Möchtest du die haben? Wir nehmen die Kugel Es scheint etwas darin zu sein Und das ist der entscheidende Schritt Um jetzt weiter zu kommen So Jetzt brauchen wir den Hammer aber glaube ich Wirklich nicht mehr Ich bin mir ziemlich sicher Und damit müssen wir jetzt wirklich in den In die Garage Okay Hier ist doch alles okay Nicht in den Keller In die Garage Und da hatten wir ja schon dieses tolle Teil hier Ihr kennt es sicher Zeit die Kugel zum Platzen zu bringen Vermeide es zu lange im Dunkeln zu stehen Ich glaube heller geht es hier gerade nicht oder? So Du hast eine Titel gefunden Auf der seltsame Zeichen gekritzt wurden Ich Stehe doch im Hellen oder nicht? Guck mal der war So Untersuchen Hallo? Untersuchen Vergrößern Verkleinern Nicht weiter Wie untersuche ich das hier jetzt weiter? Wie? Umdrehen Okay Vergrößern Verkleinern Lesen Ah Alles klar So Und hier seht ihr jetzt schon Dass uns das vermutlich bekannt vorkommt Hier haben wir Uhrzeiten Die gehen aber so rum, ne? Uhrzeiten Fenster Das linke offen Das rechte Und wir haben diese Diese Teller Okay Ah Alles klar So Damit kommen wir jetzt in dem hinteren Raum weiter Hier Was war das? Kamera läuft noch So Hier müssten wir das Rätsel lösen können Ich kann mich noch erinnern In der Early Cess gab es hier noch einen weiteren Teil Hier waren eigentlich Kerzenständer Aber das haben sie scheinbar wegoptimiert So Gucken wir uns nochmal an Was hier auf dem Zettel steht Lesen Also Sechs Uhr Halb vier Und Halb eins Gut Sechs Uhr Ach guck mal Halb vier Hier Und halb eins Würde ich sagen Nächster Punkt Die Teller Die waren auf jeden Fall so gedreht Jetzt hat irgendwas Klack gesagt Und hier war das mittlere Fenster auf Bin ich mir ziemlich sicher Gucken wir mal nach Lesen Ach ne Ach ne das mittlere Fenster ist zu Das mit den Tellern ist richtig Okay Aha Das mittlere Fenster ist zu Da hat es jetzt auch Klack gesagt Okay dann sind wir bei der Uhr noch nicht richtig glaube ich Bei der Uhr hat es noch nicht Klack gesagt Gucken wir da nochmal nach Gucken wir da nochmal nach Die Uhr sagt Sechs Uhr Achso Halb drei Das ist eher eine drei würde ich sagen Und halb zwölf Alles klar Das ist eher eine Steht eher auf der drei Und hier steht er eher auf der zwölf Ja Summt vor sich hin Okay Okay Die Tür ist weg Es ist hier hinter Du musst es mit beiden Händen greifen um es zu verwenden Naja ist klar Damit meint er den Hammer Die können wir gar nicht anstellen Du brauchst beide Hände um die Aktion zu Oder Okay Ein Funkgerät Und wir haben erhalten Ein Babyphone Haben wir das irgendwo in der Hand Ich weiß gar nicht Jetzt will ich einfach nur hier raus Gibt es hier noch was in der Schublade? Nein? Okay So Ich hoffe wir kommen jetzt hier raus Mit dem Ah die Cam ist wieder eingefroren Okay Alles klar Alles klar Ich habe es gemerkt Lassen wir den Lassen wir den Scheiß Der Vorschlag haben wir jetzt im Dingens verstaut Und wir sind sofort wieder So Jetzt haben wir wieder die Ja Die ohne diesen Tiefenschärfeneffekt Ich muss mal gucken Ob es da vielleicht eine andere Software gibt Ich gebe mich da nicht zufrieden Bin ja nicht so ganz zufrieden Ich überlege jetzt gerade wo wir nochmal rein müssen In welchen Spiegel Aber Ja ich glaube ich weiß wo Ich glaube Ich glaube es war im Badezimmer Ich bin mir nicht mehr sicher Aber ich glaube im Badezimmer waren wir noch nicht drin Mal sehen Jawohl Jawohl Okay Wir mussten es erst anmachen Gehen wir mal irgendwo lang Gehen wir mal irgendwo lang Oh Oh das Feuerzeug ist leer Ah ok Schade Eigentlich sollten wir doch jetzt hier Hm Ich bin verwirrt Etwas fehlt scheinbar noch Ich muss ganz schnell ein neues Feuerzeug finden Ich glaube im Arbeitszimmer war eins Wie ich da jetzt nur wüsste wo das Arbeitszimmer ist Haben wir hier vielleicht noch was? Vielleicht müssen wir auch erst die Dinger vollkriegen Ich weiß es gar nicht mehr Das ist die Basisstation eines Babys vor uns Warte mal was haben wir denn noch für Schlüssel? Den Garagenschlüssel Was sieht ihr das? Den Basement Schlüssel Und das Ding um auf den Dachboden zu kommen Dein Verstand nimmt rapide ab Ja ist gut Wofür sind die Zahlen? Wofür sind die Zahlen? Wofür waren die Zahlen? Wofür waren die Zahlen? Oh ich erinnere mich nicht mehr 5 0 3 7 3 5 0 3 7 3 Ich brauche erst einen 2 3 3 3 3 5 0 3 7 3 3 3 Ich mach mal eben aus Ich überlege ob hier irgendwo Wir brauchen einen Schlüssel Wir brauchen einen Schlüssel Und für diese Musikbox brauchen wir auch einen Schlüssel Ich dachte wir würden den Schlüssel irgendwo finden Ich überlege gerade Wo noch ein Feuerzeug sein könnte Wo noch ein Feuerzeug sein könnte Ich dachte hier liegt eins rum Weil ohne Feuerzeug ist echt gefährlich 5 0 3 7 3 Hm Ok 5 0 3 7 3 Vielleicht Ah warte mal Ich habe eine Idee 5 5 0 3 5 0 3 7 3 5 0 3 0 5 7 3 0 3 7 3 7 5 0 0 3 0 3 So war das So war das 5 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Da ist ein Bild oder so. Eine Küche. Okay. Gibt es hier was Schönes? Das ist quasi ein Nachbau der Küche, wie wir sie haben. Nur, dass hier nichts Schönes drin ist, wie es scheint. Da hat er aber, Huga. 3.33 Uhr. 3.33 Uhr. Half-Evil. Wenn man das zusammenzählt, dann ist man bei 6.6.6. Oh. Weiter runter. Baby, ich komme. Ich komme, Baby. Da ist sein Gesicht. Sehr krank. Oh. Ansehen. Aufrichten. Psst. Ach, das ist eine Couch. Können Sie hier hinsehen. Setzen. Ach, das ist der Keller. Und das ist der geheime Raum im Keller. Ah. Entsch so. Die Kurve des Grasfozes. Ja. Nein. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Tür ist zu. Und es wird gespeichert. Okay, folgen wir mal hier dem... ...der Nabelschnur. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Feuerzeug rum? Hier vielleicht irgendwo? Pillen hätten wir hier. Ich will aber ein Feuerzeug. Da ist auch keine drin. Keins, nicht keine. Ah, wir sollen wieder zurückgehen. Machen wir das mal. So, Omi. Ja. Diese Kurbel... ...weiß ich, wo die hinkommt. Aber wir gucken erst mal... ...wo die Nabelschnur hinführt. Die führt wieder hier hoch zum Baby, wie es scheint. Das jetzt in einer Wiege liegt. Ah, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Du brauchst beide Hände, um diese Aktion auszuführen. Das ist so ein komisches Baby. Das ist relativ creepy. Relativ creepy. Jetzt auch die Nabelschnur weg. Oh. Das Baby von uns ist jetzt im Lagerraum. Hier sieht es ganz anders aus. Ganz anders. War hier mal eine Wand? Oder ist das nur, damit wir nicht zu verwirrt sind? Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht gut dabei, ihr das Baby zu geben. Aber naja. Bitte schön. Das haut selbst den Jupp um, du. Ein weiterer Anhänger für das Mobile. Mobile Mond. Oh. Plötzlich erscheinende Möbel. Das ist der wahre Horror. Gut. Gehen wir mal zurück. Sofern Omi uns nicht daran hindert. Mach Tür zu. Ich brauche dringend eine Pille. Dankeschön. Und ein Feuerzeug. Eigentlich. So, jetzt will ich erst mal gucken. Wir haben die Kurbel. Ich glaube, die brauchen wir hierfür. Das kannst du hier nicht verwenden. Echt? Ich wäre mir jetzt sicher gewesen, wir hätten die Kurbel hier verwenden müssen. Die Kurbel nicht hier verwenden. Aber eins fehlt da noch. Welchen Schlüssel brauche ich denn dann hier? Auf dem ist ein musikalisches Symbol. Es ist verschlossen. Aber ein Tape fehlt auch noch. Weil das Ding doch auch dieses Schlüsselsymbol hat. Okay. Oh, warte. Warte. Ich weiß. Ich weiß. Ah, ich weiß. Wir müssen doch wieder in den Keller. Wir müssen doch wieder in den Keller. Da steht ein Grammophon rum. Aber müssen wir nicht auch eine Platte finden oder so? Oder lag hier vielleicht irgendwo noch ein Schlüssel? Oder Feuerzeug? Nein. Kein Fernsehen, Omi. Hm. 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 Können wir hier eigentlich rein? Bollacks. Oh nein. Nein. Verwiss dich. Mir geht es doch eigentlich gut. Puh. Mir ging es doch gut. Warum ist sie denn erschienen? Verstand gut. Alles gut. Ich wollte in den Keller. Wie komme ich denn nochmal in den Keller? Gott. Ich bin schon so durch. Ich weiß, wie ich zum Keller komme. Ich brauche eigentlich oder muss ich? Wie war das denn nochmal? Rätsel Stunde mit Schaui. Nochmal in den Damenexpress nehmen hier. Hau alles raus aus den Schläuchen. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, man musste... Im Keller stand eine Musicbox. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man vielleicht auch noch eine Schaltplatte dafür finden musste. Boah, da überlegt man auch echt, wie man, wenn man die Rätsel noch nicht kennt, wie das denn sein kann. So, pass auf. Hier sind wir. Und hier, genau. Hier gibt es ein Grammophon. Auf dem Grammophon liegt eine Schallplatte. Liegt keine Schallplatte. Ah. Okay. Dann... Habe ich noch eine andere Idee. Ich meine, im Kommentar habt ihr geschrieben, dass ich hier bei der Omi... Dann war es nicht hier bei der Omi. Irgendwo habe ich möglicherweise ein Symbol vergessen. Ich meine, bei der Omi wäre das gewesen. War die Omi hier hinten? Da gucke ich nochmal nach. Vielleicht hattet ihr recht. Tatsächlich. Ihr hattet recht. Ihr hattet recht. Gut, dass ich die Kommentare immer lese. Vermeide es lange im Dunkeln zu stehen. Gib mir ein Feuerzeug. Gut, dann müssen wir jetzt doch das nochmal aufhängen. Und dann weiß ich jetzt, glaube ich, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, diese Folge will ich das Dolores-Kapitel abschließen. Mal wieder. Er hat sich hier also nicht so viel verändert. Bis auf so ein, zwei Jumpscares und so ein paar Hinweise. Zumindest bis jetzt. Vielleicht... Wir sind ja nicht ganz durch. Vielleicht fehlt ja noch was. Mal sehen. Tja. Schwupp. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn wir mal durchs Haus rennen. Oder ob das irgendwie zu unserem Nachteil ist. Oh, ja. Oh. Nein. Nein. Nicht gut. Nur zur Sicherheit. Ach so. Ist leer, ne? Stand hier noch neue Pillen rum? Jetzt ist es komplett. Ah, der Schlüssel. Für die Musicbox. So, fragt ihr euch auch, wie man von selber auf das Ganze kommen soll? Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht mehr, wie ich es geschafft habe. So, da steht gerade, konnte nicht gespeichert werden. Das machen wir mal eben. Einfach mal hier. Zack. Und können jetzt die Musicbox aufschließen. Und haben da jetzt auch die fehlende Schallplatte. So. Und müssen jetzt nochmal durch den Darm. Aber hier ist mir so dunkel. Besser. Ruhe. Ja. Nein. Besser an. Besser. Viel besser. Aber man vermutete mal hinter jeder Ecke irgendwie was. So. Noch einmal den Darmgang. Und dann haben wir es, glaube ich, wie oft ich hier schon durchgelatscht bin. Da wir ja zurückspringen und so. Ist ein bisschen blöd irgendwie. Also, dass man diese Szenen nicht überspringen kann. Hätte ich ein bisschen besser gefunden. Weil ist dann auch nicht mehr gruselig oder so. Ist dann halt nur noch nervig, wenn man hier fünfmal durchlaufen muss. Aber vielleicht muss man auch nur fünfmal durchlaufen, wenn man ich ist. Und ja, ein bisschen verpeilt. Und nicht sofort alle Sachen findet. Ja, Kai-Uwe, ich weiß. Du würdest das sofort schaffen im ersten Durchlauf. Auch die Rätsel sind ja total easy. So. Hier ist noch eine Tür, die noch... Aber ich glaube, ja, das könnte sein, dass wir da später hinkommen. Mal sehen. Das kommt von da. Ist krass. Dann können wir jetzt durch diese Tür. Dann passt das natürlich auch. Ah, boh. Speichern. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir müssen den richtigen Weg gehen. Solange die Musik läuft, sind wir richtig. Ich hoffe, es gibt hier keinen Copyright-Strike hier. Hier ist falsch. Da können wir runter. Sie steht übrigens irgendwo am Fenster. Da ist ein Fenster. Aber ich meine, da oben stand sie auch irgendwo. Da ist sie doch. Dolores. Hi. Die wirren Haare, ey. Hat sie sich die ausgerissen teilweise? Sieht so aus. Ah, die Animation sieht man wieder, wie der Side-Indie-Game ist. Finde ich dann immer ein bisschen schade. So. Ich glaube, hier lang. Gehen wir da rein? Da unten war sie glücklich und tanzte. Wer ist in der Küche? Ach, in der Küche. Okay. Hier geht es irgendwie nirgendwo weiter, oder? Da rüber. Wo muss ich überhaupt hin? Da hoch. Ganz nach oben. Oh, falsch, 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 falsch. Okay. Hier wieder runter. Oh, falsch. Habt ihr nur hier? Viele Kinderbetten. In einem Gang angeordnet. Das habe ich schon mal gesehen. Nicht nur in dem Spiel, sondern... Ich glaube, das erste Mal in Layers of 4. Und da waren das Stühle. Das sind leere Kinderbetten. Hinein ins dunkle Ungewisse. Oh. So stelle ich mir eine Geburt vor. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Keine Geige im Geburtsgang, habe ich gesagt. Was soll das denn schon wieder? Mensch, 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 Mensch. Erkennt ihr es, wo wir sind? Wir sind in diesem Zwischenraum. Wie diese Bilder hangen. Aber wir haben zwei Peak Holes. Durch das können wir nicht durchgucken. Aber durch das können wir durchgucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir sind wieder zurück In unserer Welt Wir haben aber ein Tape nicht gefunden Ein Tape fehlt Hier ist auf jeden Fall Dolores Geschichte Ich weiß aber, wenn ihr euch für das letzte Tape interessiert Das habe ich auf jeden Fall in der Early Assess gefunden Deswegen frage ich mich gerade Warum habe ich das nicht hier gefunden? Wir sind also wieder zurück Wir sind vermutlich wieder zurück Das klemmt Okay Wir sind anscheinend doch noch nicht so ganz wieder zurück Das klemmt Habe ich die jetzt genommen? Okay, was soll ich tun? Fehlt mir doch noch was Ein Spiegel Gefunden Fortschrittsgegenstand Kapitel Dolores Ah, okay Ende von Dolores Kapitel Und damit hat sie sich dann endgültig Von diesem Leben verabschiedet Da liegt noch ein Tape Oder eine Videokassette Oder so Warte mal Auch wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast Das Spiel noch lange nicht vorbei Schau dich noch einmal im Haus um Du wirst weitere wichtige Gegenstände Die dir neue Wege und Möglichkeiten eröffnen Im Fortschrittsraum kannst du einen Fortschritt sehen Dort kannst du auch ein neues Kapitel beginnen Eine VHS-Kassette Okay Dwaynes Erinnerung Ach, deswegen ist Ah, hier Ah, ja, ja Oh, wir haben jetzt die Sachen Okay Dwaynes Erinnerung Dwayne ist der Der Mann, glaube ich, ne? Er ist, glaube ich, Dwayne Okay Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an Müsste ja im Fernseher passieren Oh, das ist, das ist auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall neu Hier ist der Panda-Bär Damit können wir das neue Kapitel starten Oder ein weiteres Kapitel Aber das Kenne ich schon Kenne ich auch schon Gibt es denn noch einen Gegenstand? Wir haben ja jetzt auf jeden Fall den Kellerschlüssel Denn da kommen wir jetzt hier in den Keller rein Ah, ein Feuerzeug Sehr schön Den Kompass haben wir auch noch Hier ist noch ein Tape VHS-Kassette Okay Die Tür ist verschlossen Habe ich die nicht gerade aufgeschlossen? Das müsste doch die Tür zur Küche sein, oder? Hm Schauen wir uns erstmal das Tape an Hier ist noch ein Tape an Hier ist noch ein Tape an Da haben wir doch gerade das Wohnzimmer gesehen, oder nicht? Ist das auch im Keller oder so? Ich glaube jetzt hängt es von vorne an. Hm. Negligence. Das ist ein anderes, glaube ich. Nee, ist dasselbe. Dann dieses hier. Vielleicht muss man immer nur die Teile zusammenziehen, die... Oh, da ist die verschlossene Tür. Diese Zwischensequenzen, die auf diesen Familientapes eigentlich drauf sind. Vielleicht gibt es Hinweise darauf. Vielleicht ein verstecktes Ende oder so. Bilderrahmen. Eine Wendeltreppe. Das ist vielleicht Hinweise, wo man was findet. Da war auf jeden Fall der Schrank. Da ist der Keller. Da war gerade der Schrank. Der Schrank im Schlafzimmer. Hm. Da will ich mal eben nachgucken. Wo man da irgendwie was finden kann oder so. Ich meine, das war dieser, dieser Wandschrank hier. Ah. Ein seltsamer Rahmen. Das sind die Orte. Das ist ein Rätsel. Das sind versteckte... Das sind die Verstecke gewesen. Und diese Rahmen muss man irgendwo aufhängen und da passiert irgendwie was. Okay. Das scheinen irgendwie Zusatzrätsel zu sein. Okay. Okay. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken genauer. Wir sollten uns nochmal ein bisschen genauer hier in dem Haus umsehen. Wer weiß, was man hier noch findet. Hm. Hm. Gucken wir uns nochmal das Tape an. Also ich weiß, wenn wir den Panda-Bär nehmen, dann können wir ein neues Kapitel starten. Es müsste eigentlich auch irgendwo noch was von dem Kapitel geben. Ein weiteres. Ah. Wenn du diesen Gegenstand nimmst, kannst du ein weiteres. Okay, okay, okay. Abbrechen. Ich will mal eben in den Keller gehen. Da sollten wir jetzt eigentlich reinkommen können. Ohne Probleme. Hier sind jetzt auch nicht mehr die Spiegel. Hier ist jetzt dieser versteckte Wandschrank. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo ein Tape oder so. Ah. Hier sind trotzdem diese Gegenstände im Schrank. War nicht hier irgendwo in der Ecke noch ein Hinweis? Ein Bild? Hier? Genau. Das hatte ich nämlich auch gesehen. Ein zweites Bild. Aber wo muss man diese Bilder aufhängen? Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu sein. Okay. Noch ist alles gut, hä? Noch ist alles gut. Ich bin noch voller Mut. Da ist wieder die mysteriöse Tür. Was war hier? Ein weiteres Videotape. Okay. Das scheint ja dann auch noch Hinweise zu liefern, wo wir hin müssen. Gucken wir uns das auch nochmal an. Warum ist hier so weiß? Hier sind Fußabdrücke. Aber wo führen sie hin? Hier rein. Diesen Raum. Hier war ich auf jeden Fall schon mal. Garagenschlüssel. Ach, das ist die Tür. So, kommen wir wieder in die Garage. Okay. Verwirrendes Haus. Sehr verwirrendes Haus. Weiteres Tape liegt hier aber nicht, ne? Ein Comic. Ha, ha, ha. 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 Oh mein Gott. Jesus Christ. Easy now, it's okay. Ist das nicht Dolores? Ah, ist ein Sammlerobjekt. Cool. Cool. Coole Sache. Oh, er kann ja wirklich einiges noch im Haus finden. Das ist ja cool. Vielleicht gibt's hier auch noch mehr. Was liegt da denn? Vielleicht noch irgendwo ein Tape. Da oben. Es gefällt mir gar nicht, dass hier meine Wahnsinnsleiste hier wieder mit einspielt. Okay, wir nehmen mal hier noch das Feuerzeug mit. Hier ist noch eine Glühbirne, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Hier gibt's genug. Legen wir die auch noch hier ab. Da sind hier die Ersatzglühbirnen. Okay, liegt hier vielleicht noch irgendwo was rum. Noch ein Video. Was? Hier ist doch was hinter, oder nicht? Bewegen, halten. Ach, guck mal hier. Was ist denn hier? Hier ist auch noch was. Ein Geheimversteck. Boah, was wir jetzt alles noch entdecken hier, ey. Wahnsinn. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwie was rumliegt. Okay, in diesem Haus kann man also eine ganze Menge noch entdecken. Ah, so eine Art Zwischenraum. Was ist denn hier? Kiste ist verschlossen. Ist ein Omega drauf. Wollen wir einen Omega-Schlüssel? Slain, gunned down. Ah, hier. Sammelobjekt. Okay, also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Aber das Video können wir uns angucken. Und hier haben wir unseren Fortschrittsraum. Wo unser Dolores-Spiegel liegt. Den wir halt im ersten Kapitel gekriegt haben. Okay. Gucken wir uns das Video nochmal an. Ich meine übrigens... Die scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Aber es ist dunkel da drin. Ich meine übrigens, wir müssten jetzt hier die Türen eigentlich aufkriegen. Hier müsste es... Eigentlich in den Keller gehen, oder? Tür ist verschlossen. Das ist doch der Kellerschlüssel hier, oder nicht? Basement. Oder ging es da hinten in den Keller? Kann sein, dass wir den Schlüssel noch kriegen. Du brauchst Kellerschlüssel. Ah. Man kann die Tür nur von hier auf schließen. Ach nee, das ist der hintere Kellerschlüssel. Ah, verstehe. Hier war der... Das Tor in die Silent Hill Welt. Wisst ihr? Der Spiegel in die Silent Hill Welt. Dann haben wir jetzt keinen Schlüssel mehr, aber ein neues Videotape. Das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Das müsste das hier sein. Was steht da? Greed, Gier. Aha. Sind das vielleicht so Todsünden immer? Oh, das ist dieser Schacht. Das ist dieser Schacht. Der war unten im Keller. In diesem Vorratsraum, wo wir auch das Video gefunden haben. Oh, oh. Ein Rabe. Und jetzt geht's wieder von vorne los. Okay, das ist das Video. Da müssen wir mal im Keller gucken. Jetzt will ich nochmal das eine Video gucken. Mit den Bildern. Am Strand. Genau. Da müssen wir genau aufpassen. Wir haben zwei Bilderrahmen gefunden. Aber wo müssen wir sie aufhängen? Das ist die verschlossene Tür. Im Keller. Ne, also in dem Keller, wo wir aufgewacht sind eigentlich. Fünf Bilderrahmen? Dieser komische Flur. Aber das sagt mir überhaupt nichts. Diese Wendeltreffer. Da haben wir gesehen. Was war das für ein Raum? Keller in der Ecke. Oh, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Okay. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break hier. Und starten dann in der nächsten Folge mit dem Kapitel, das ich auch noch nicht kenne. Mit diesem Krückstock. Und wenn wir das Kapitel durch haben, dann gucken wir nochmal uns in dem Haus um und gucken, ob wir noch Videokassetten finden oder ob wir das mit dieses Bilderrätsel lösen. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Schaui. Bewertung nicht vergessen. Ganz wichtig. Hey, ich bin Schaui. Ich heiße dich herzlich willkommen zurück. Ja. Zur Visage. In der letzten Folge haben wir das erste Kapitel beziehungsweise das Dolores Kapitel abgeschlossen. Und wie ihr seht, habe ich auch wieder meine Facecam mit im Effekt. Ich habe eine neue Version vom Entwickler bekommen und hoffe, dass die das eine oder andere fixt. Ansonsten habe ich dann noch eine Lösung wieder hängen bleibt. Leider kann ich das nur beim Aufnehmen und beim Spielen irgendwie nachvollziehen. Ich habe das Ding jetzt auf jeden Fall über Nacht mal durchlaufen lassen und es hat funktioniert. Ich bin gespannt. Ihr habt mir geschrieben in den Kommentaren, dass man die Videokassetten hier ablegen kann. Das ist ein guter Hinweis. Und wir haben drei von sechs Videokassetten gefunden. Was ist das? Und wir haben diese komischen Bilderrahmen. Aber ich weiß noch nicht, wo die hinkommen. Ich habe noch keine Idee. Wie auch immer, wir machen jetzt ein neues Kapitel. Und zwar diesen Krückstock hier. Ich packe erstmal das Feuerzeug weg. Ich würde diese Bilder gerne irgendwo hinhängen, aber ich weiß nicht, wo. Wenn ich wüsste, wohin die kommen. Also müsste ich mir das Video nochmal angucken. Was ist das überhaupt? Fragezeichen. Was zum Teufel? Gibt es sonst noch komische Sachen? Ich meine, wir können auch nochmal im Wohnzimmer gucken, ob da vielleicht die Bilder irgendwo hinkommen. Ich habe so spontan jetzt nichts gefunden, was mir zusagen würde. Was übrigens interessant ist, hier ist jetzt wieder überall Licht an. Soweit. Hierfür haben wir noch keine Tür. Äh, keine... Keinen Schlüssel. Aber ich kann ja durch den Schlitz durchgucken und sehe da ins Wohnzimmer? Wofür? Wovon ist das die Tür? Wovon ist das die Tür? Die müsste hier vorne links sein. Hier hinter, hier links. Das müsste doch eigentlich die Tür zum Keller sein, oder nicht? Die Tür müsste das sein. Eigentlich müsste das die Tür sein. Aber geht nicht. Kellerschlüssel haben wir auch nicht mehr. Die Tür ist einfach zu. Was? Leise. Leise. So. Wir nehmen den Krückstock und starten das neue Kapitel. Wenn du die Gegenstände aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Rackants Kapitel. Die allsehenden Augen. Damit hat das Kapitel angefangen und der Shit geht los. Oh, hier. Der ist neu. Ein Rollstuhl. Ist sonst noch irgendwas neu? Hat sich irgendwas verändert? Habe ich was gehört? Manchmal weiß ich nicht, ob die Geräusche hier in diesem virtuellen Haus sind, oder ob die eben in meinem Haus sind. Gut. Wenn wir zum Rollstuhl gehen, dann wird es so grisselig. Interagieren. Wir können uns da raufsetzen. Und wenn gerne hinweißen. Was zum Teufel? Okay. Oh Gott. Ich hoffe, dieser VES-Effekt ist nicht die ganze Zeit. Ah. Okay. Dieser VES-Effekt ist die ganze Zeit. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Aber wir sind anscheinend in einer... Das sieht so 60er-mäßig aus. So vom Style. Ist hier was in dem Schrank? Die selben scheiß Kisten, die schon in unserem Haus da sind. Was? Oh, da ist einer. Hey, wer bist du denn, Bro? Guck mal auf hier. Kann ich da nicht rein? Warte mal, ich hab einen Rollstuhl, ne? Warum kann ich nicht eintreten? Okay. Da geht's eigentlich in den Keller. Was liest du denn da? Ich kann's nicht lesen. So kommen wir jedenfalls... Oh Gott. Sind wir da? Ah, Probleme mit dem Radio. Das haben wir ja auch ab und zu. Hat er eine Wanze in dem Radio gefunden? Oh, gibt's einen Topf? Das ist wie bei Resident Evil, wo dann das ekelhafte Zeug drin war. Also Resident Evil 7 meine ich jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Da geht's auch nicht weiter. Hier kommt man nochmal wohin? Äh, in den Flur? Ja doch, ist richtig. Genau, ins Wohnzimmer. Ist richtig. Ist richtig. Flur, Wohnzimmer. Alles klar. Du Quassel. Wir werden nur Waffe da legen. Was hast du vor, Junge? Mach nicht das, was ich denke. Können wir hier hin? Naja, hier geht's nicht weiter. Oh, dann soll man anscheinend da lang. Spiegelraum ist auch so. Oh, nee, sag nicht, der geht in die Garage. Da ist zu dunkel, wir müssen bestimmt da hin. Vielleicht nach oben? Okay. Oh. I swear to god! Stop right there! What? What? Please, stop! No! Please! Leave me alone! Okay. Gut. Guck mal, dieser Fleck ist gar nicht mehr da. Aber wir sind ja auch in einem anderen Kapitel. Es wird einfach nicht aufhören zu regnen diese Nacht. Was war das für eine komische Figur, die ihn da geholt hat? Wovor hatte er Angst? War er es vielleicht selber? Wie durch Wüte hier alles aussieht. Ich frage mich in solchen Momenten, ob das gewollt ist oder ob das ein... ... ... Was? Kamera ist noch da. Was? 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 Kamera ist noch da? Kühlschrank, chill Freeze Ich glaube, das gehört nicht zum Spiel Was ist denn da oben? Ich werde diesen Kühlschrank nicht mehr anfassen Nope, ich werde ihn nicht mehr anfassen Werde ich nicht tun Okay, ich denke irgendwie immer, da ist Blut draußen Das sind nur alte Blätter Gehen wir mal weiter Schön bügelfeucht hier Ah, hier gibt es auch noch Licht Ich weiß Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Wir machen mal den kompletten Rundgang hier Garage, ne Safe Room Irgendwo muss ja irgendein Ereignis passieren Irgendwas muss ja irgendwo passieren Hier gibt es auf jeden Fall genug Lichtdinger Da haben wir noch diesen Geheimgang entdeckt Aber ich habe leider noch keine Ahnung Wie wir dann an diesen Schlüssel für diese Box kommen Aber vielleicht Müssten wir dazu einfach nur noch mehr Geheimnisse Hier im Haus lösen Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe Dinge übersehen Vermeidete Ja, ja, toller Hinweis Dankeschön Super Tipp Gut, gehen wir mal hoch Ich dachte, hier hätte was gehört Das Problem ist, es kann ja jederzeit überall irgendwas passieren Oder halt einfach sowas Die Tür ist verschlossen Das Auge, das daran angebracht ist Scheint dich zu sehen Hallo Auge Willst du mein Freund sein? Können wir jetzt ausstechen mit irgendwas? Das kannst du ja nicht verwenden Okay Können wir durchs Kinderzimmer gehen? Oh Gott, ist hier dunkel Schlafzimmer Wandschrank Ich weiß es nicht Es hörte sich so an, als ob wir hier irgendwie durchkommen Aber ich weiß nicht Wahrscheinlich auch nicht Boah, diese Schatten immer Diese Schatten Hier hat sich aber scheinbar nichts verändert, oder? Vielleicht müssen wir ein Messer aus der Küche holen Um das Auge einzustechen Oder so Ach, da ging es doch zum Arbeitszimmer, ne? Da ging es zum Arbeitszimmer Okay, dann gucken wir mal hier oben Ansonsten würde ich mal in die Küche gehen Und gucken, ob wir da irgendwie ein Messer nehmen können Oder so Sehr schön Oh Ach, hier sind die Sammelmatruschkas Ah, verstehe Die landen hier Die, die wir finden und sammeln Die landen da im Regal Deswegen werden das mehr Ich hab mich schon gewundert Okay, Kamera ist noch da Ich freu mich Ich freu mich Hier hat sich auch nichts verändert Hm Hier auch nicht Nur dieses seltsame Auge Vielleicht müssen wir zum Radio Oh, in den Keller können wir noch Das Radio steht da auch noch Hm Ich geh noch einmal in die Küche Wir gucken, ob wir da irgendwo ein Messer aufnehmen können Oder so Das ist so mein erster Gedanke Arcade Was ist übrigens interessant Ich hab gerade gefragt Wieso hier ein Wasserspender steht Man hat geschrieben Dass man sogar in den Südstaaten von Amerika teilweise Wasserspender hat Wenn man da Das Leitungswasser nicht trinkbar ist Fand ich interessant Hätte ich so nicht gedacht Weil ich da so einiges nicht über Amerika Scheinbar Okay Äh Da ist aber nichts im Kühlschrank Was wir irgendwie brauchen Oder? Messer kann man hier jetzt nicht aufnehmen Ich befürchte Ich befürchte Wir müssen in den Keller Oh Entschuldigung Tasse Soll nicht wieder vorkommen Alles wieder gut Na die Messer können wir auch nicht Okay Gehen wir in den Keller Ähm Schnellste Weg wäre glaube ich daher Mal sehen Kamera gut Kamera läuft Ich frage mich immer noch Wieso dieser Keller hier So komisch Ausgebaut ist Also irgendwie Ergibt das für mich Nicht wirklich Sinn Hier so Von der Aufteilung Hier so schwarzes Zeug Ist das normal? Weil du gehst hier so durch Hier sind zwar die Rohre und so Und landest dann hier Soll das irgendwann mal fertig werden? Ich weiß es nicht Liegen hier Blätter rum? Ist hier irgendwas Was man Nehmen kann? Was haben wir denn da? Ach Pillen Nehmen wir die mal mit Hier nicht dieser Storage Room Mit dem Gitter Hier sind auch wieder Diese Blätter Diese Blätter waren noch vorher nicht da Oder irre ich mich? Wie kommen denn diese Blätter hier hin? Diese komischen Ich bin mir ziemlich sicher Die Wander nicht Hier kommen wir wieder Nur in die Garage Vielleicht müssen wir Diesen Blättern folgen Oder so Und auch hier Dieses ganze Zeug Ich glaube Ich glaube das war Ich glaube das war vorher nicht da Warte mal Ich guck mal Ob war das noch Ja gut Der Chuck Dem geht es hier nicht so gut Oh komm Wir machen mal Licht an Bin mir nicht sicher Wie es hier aussah Immer ist diese Lampe aus Guck mal Vielleicht können wir hier rein Vielleicht können wir hier rein Eine Schallplatte Okay Können wir die hier drauf abspielen Oder ist das einfach nur dieselbe Super Grocery Ich glaube wir haben unseren Weg gefunden Okay Nice Good day 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 Today Today there's No special Sorry Good day Today There's only One thing With a discount Beers Yeah Beers Are the only things With a special price Today Not the cheese Not the seeds But the tomatoes Nothing 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 But beer Beer Ja gut Ist ne Ansage Ne Good day Everyone Today 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 There's No special Sorry Bier Bier Beers Are the only things With a special price Today Mehr Bier Mehr Bier Mehr Bier Mehr Bier Bier ist im Angebot Der Einkaufsagen ist voll Nein das stimmt nicht Der Kinder sitzt Da ist noch Platz Da gehen noch Dosen rein Beautiful evening Grocery store Is the Place to be Right now We've got All your needs For food Especially Drinks Cubs It's hot Outside Beer Would be Nice Wouldn't it It would fill That void In your soul Wouldn't it Mehr kann ich nicht kaufen It's cheap Today So there's No reason To Get a Six pack Maybe Two One for The evening One For Later Tonight Maybe More Since there's A special Price Das Frühstücksbier Wer kennt's nicht Wir heißen doch wirklich Dwayne Also Der Hauptdarsteller Es ist irgendwie gruselig Und lustig zugleich Ich mag das so Ab in die Dunkelheit Okay Home sweet home Ha Ah So stelle ich mir einen Abend vor Fernsehen und Bier Genau so muss das sein Okay Sehr schön Jesus im Nacken Da kann doch nichts schief gehen Ha Okay Wir müssen da hingucken Okay Die alten Familienvideos rausholen Daddy und ich im Schnee Schlittenfahren gelernt habe So ein Typ im Pickup Der an uns vorbeigefahren ist Oh trinken Oh trinken Ja endlich So kann man den Abend Doch ausklingen lassen Oder Die alten Babyfotos Videos von mir Komm Darauf noch einen Darauf dass er klatschen kann Halt im Maul Halt im Maul Erzähl du ja noch eine Wo ist die denn Die kurze Trinken Irgendwann muss die Dose nochmal leer sein Verändert sich eigentlich irgendwas Das ist unser Hochzeitsbild Boah, was da unten in unserem Fernseher herläuft, ey. Ich will gar nicht wissen, was gleich passiert. Ich will gar nicht wissen, ey. Ich will gar nicht wissen. Ich verklage den Bierhersteller. Spiegelmaske. 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 Können wir das aufheben? Oh, wir sind ein bisschen betrunken. Oh, diese Vorhänge, ey. Ich will rausgucken. Ich will die Nachbarschaft sehen. Steht da hinten einer? Oh, das ist nur ein Schatten. Das ist nur ein Schatten. Oh, ich mag das. Das klemmt. Okay, wir kommen nicht raus. Gehen wir in die Garage. Fahren wir eine Runde? Kleine Spazierfahrt wäre doch nice, oder? Ja, guck mal. Da steht was, oder? Das sind nur Werkzeuge. Aufrichten, interagieren. Können wir irgendwas machen? Ich glaube nicht mehr. Ah, zu hier. Vielleicht schlafen wir im Keller. Wir müssen bestimmt in den Keller gehen. Wenn wir nicht ins Bett kommen, zur Frau. Interagieren. Die Wand ist frisch gestrichen. Willst du versuchen, sie aufzubrechen? Okay. Was zum Teufel? Okay. 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 Sporen. Ellie, komm her. Okay. Äh, gut. Da ist tatsächlich ein Zwischenraum. Ich wollte nur nochmal eben gucken. wie es so hier bei der Schlafcouch aussieht. Hier ist wieder alles normal. Okay. Dann müssen wir wohl in die Wand. Wohnen wir einfach in der Wand. Ja, was zum Teufel ist das, ey? In welche Dimensionen wird es uns führen? Guck mal, haben wir einfach unseren Müll hier gelassen. Von dem her, es gibt doch keinen Sinn, dass man hier so eine Zwischenwand hinbaut, oder? Oh mein Gott. Es gibt noch einen, einen weiteren Keller im Keller. Wie krass ist das denn? Warum zum Teufel haben wir einen Keller im Keller? Oh, oh, das ist der Keller. Es ist der Keller. Es ist der Keller aus dem Intro. Fucking hell. Pistole an den Kopf halten, fallen lassen. Ich kann F nicht drücken. Okay, ich will erstmal, ich will erstmal hier gucken. Funktioniert nicht. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu sein. Ich glaube, wir müssen das machen. Haben wir eine Wahl? Ergibt das Sinn? Das ist irgendwie so komisch, dass man keine Hände hat. Abzudrücken oder fallen lassen. Einfacher Weg nach draußen. Okay. Was war das für ein Bild? Egal was wir tun, wir landen immer wieder hier. Inventar ist noch da. Okay. War das vielleicht nur ein Easter Egg oder so? Verrückt. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Ich glaube, wir müssen wieder in den Keller gehen. Nehmen wir doch den Weg. Diesen Verschlungenen. Wo war denn jetzt diese Wand? Da ist ein seltsames Symbol drauf. Es ist verschlossen. Hier ist ja auch noch irgendwie sowas. Können wir aber auch nicht aufmachen. Aber irgendwas war hier doch. Bild oder so? Oh, wir müssen ins Licht. Das Licht, sagte ich. Da ist wieder diese Wand. Aber vielleicht gibt es noch andere Wände oder so. Hier ist unser Storage Room. Hier ist alles noch gleich. Hier hatten wir ein Bild gefunden. Was wir irgendwo aufhängen müssen. Wo ich aber noch nicht weiß, was... Da war noch dieser zweite Storage Room mit dem Gitter. Ich glaube, das war der da hinten links. Da wollte ich nämlich eigentlich hingehen. Als ich dann diese Schallplatte gesehen habe. Kann ich die jetzt nochmal auflegen? Wollte gerade sagen, aber es passiert nichts. Mal noch zu. So, ich meinte diesen Raum hier. Den Heizungsraum. Da oben. Guck mal hier. Es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um da weiter zu suchen. Okay, dann machen wir es, wenn wir nicht mehr im Kapitel sind. Ah, guck mal hier ist eine Kerze. Zwei. Können wir mal da hinstellen. Und die einfach mal hier hinstellen. Dann ist es doch richtig wohnlich hier, ne? Okay, wo müssen wir dann lang? Möglicherweise wieder hoch. Vielleicht nach oben. Doch ins Schlafzimmer. Oder gibt es irgendwas, was ich nicht sehe? Was ist denn da? Eine Zeichnung? Das klemmt. Ah, wieder so ein Comic hier. Warte mal. Aber ich kann es leider nicht lesen. Es scheint aber immer wieder Bezug auf die Story zu nehmen. Lass das! Ich hasse das. Ich gehe mal hoch. Vielleicht dann doch ins Schlafzimmer. Wir haben das hier gesehen. Okay. Jetzt kommen wir vielleicht da rein. Ah, verstehe. Wir mussten hier das Auge eindrücken, damit das hier weg geht. Wie krank ist das denn? Okay, wir müssen ins Arbeitszimmer. Wir müssen ins Arbeitszimmer. Ach, hier ist der Rollstuhl. Hier geht die Geschichte weiter. Verstehe, verstehe. Alles klar, machen wir das mal. Kamera noch da. Läuft. Sehr gut. Dr. Smith? Dr. Smith? Ja, sorry, ich bin mit dir. Ich habe die Information, die du hast, über den Patienten kam heute Morgen. Er hat gesagt, dass jemand in seinem Haus gebrochen hat und versucht, ihn zu schrauben, und dass er seine Feuerwehr in eine Art zu retten, um sich zu retten. Was witzig ist, ist, dass es nichts in der Polizei gibt, um einen Break-In. Es gibt ein paar kleine Schmerzen auf seinem Körper, aber sie sind alle self-inflicted. Die Polizei hat auch den neighbor, die die Polizei verletzt, um ihn zu schrauben. Sie hat ihn verletzt, um ihn zu schrauben, aus seinen Büchern, frantically zu schrauben. Er ist, dass er etwas zu schrauben. Und was er für ihn? Es ist schwer zu wissen. Er hat sich nicht zu antworten, um unsere Fragen zu antworten, zu sagen, dass wir bereits wissen, die Antworten. Er hat sich, dass wir in der Partei verantwortlich für was passiert. Das ist nicht wirklich verrückt. Ich habe einen Blick auf seine Medikation, und er hat wirklich schlechte Fälle von... Raum 323. Ist vielleicht noch wichtig. Okay, ich weiß nicht, unter welcher Krankheit wir leiden. Was da gesagt wurde? Skobophobia. Weiß einer, was das ist? Skobophobia. Phobia ist Angst vor irgendwas. Vielleicht Verfolgungswahn oder sowas? Er hat ja, er hat ja irgendwie, ähm, sein Bücherregal nach Wanzen durchsucht, oder hatte ja das Gefühl, dass irgendwie Wanzen überall waren. Hm. Und er hat angeblich einen geschossen, ein Eindringling, der versucht hat, ihn zu... Ähm... Erwürgen? Das war diese komische Person, die auf ihn zugerannt ist, ja? Okay, okay. Okay. Und wir hatten aber nur leichte Verletzungen, hat er gesagt. Ich habe keine Gegenstände. Okay. Wir sind jetzt also wirklich hier in dieser Vergangenheit. Bei diesem Krankenhaus. Oh. Gibt's hier Lichtschalter? Ist gut, ich gehe schon raus. Geil, reicht. Ah, da kommen wir doch Afraid of Monsters Feelings hier. Das ist der Raum, wo wir rein sollen. 306, 307. Warum können wir in den Raum 307? Aber warum ist es hier dunkel? Emergency only. Kann ich da irgendwas drücken? Schade. Ich will wissen, was in diesem Raum drin ist. 323. Mal schauen. Hier steht Chuck. Dem geht's gut. Dem geht's gut, du. Hier sind so viele Exits. Können wir irgendwas... Der Stuhl flackert wieder. Oh, ach so. Hä? Frag mich nicht. Frag mich nicht. Spiel komisch. Okay. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Ja, ja. 323. Ja, ein bisschen umsehen hier. Und Kaffee ziehen erstmal. Gegen den Stress. Schwarz, light, latte. Scheiße, wir haben es nicht mit zwei Tee. Cappuccino. Mocca, Vanille. Hot Chocolate with Milk. Hot Chocolate. Oh, scheiße. Keine Snacks mehr da. Wie schade. Verschlossen. Was ist denn da drin? Schwesternraum? Meeting Room. Okay. Alles klar. Frage beantwortet. Da liegt eine Bettdecke auf dem Boden und sonst sehe ich da nichts. Was haben wir hier? Kloß. Müssen wir vielleicht mit dem Fahrstuhl hochfahren oder so? Nee, Restroom ist Umkleideraum, ne? Das Restroom. Sind wir hier schon her? Ich weiß es gar nicht. 303. Hier sind wir rausgekommen. Okay, da bin ich nach rechts gelatscht. Ja, ja. Psychiatrische Anst... Äh, Trakt... Äh, Trakt... Treppe und... Meeting Room. Ein Schlüssel. 2,23. Schlüssel für 2,23. Was war das für eine Tür? Call to security. Code white. Emergency in room 3,23. Code white. Emergency in room 3,23. So, amerikanische Krankenhäuser sind schon... Das ist schon creepy hier. Man kennt es ja so aus den Serien. Raum 309 bis 325. Da müssen wir lang. Okay. Psychiatrische Anstalt. Trakt, meine ich. Trakt. Alles klar. Da müssen wir lang. Das ist unser Weg. Fahrstuhl. Transitwing. Das klemmt. 311. 311. Hat hier der Kampf stattgefunden. Mal gucken, ob hier noch was ist. Das ist cool, dass man da immer so reingucken kann. Das ist alles sehr, sehr liebevoll. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und... Ah, so kommen wir rüber zum Putzkarren. Und da liegt doch ein Schlüssel. Vielleicht könntest du mit dem richtigen Werkzeug die Wand einbrechen. Ich habe kein richtiges Werkzeug. Okay. Richtiges Werkzeug wäre für mich ein Hammer. Oder irgendwas, was hier steht. Beim Putzgerät. Ein Mob. Kann ich nicht mit dem Mob die Wand einbrechen? Das klemmt. Okay. Suchen wir mal das richtige Gerät dafür. Für die Wand. Vielleicht müssen wir dafür mit dem Fahrstuhl hoch. Oder so. Warum ist das so dunkel? Das ist... Das ist nicht meins. Nein, nein. Wer atmet hier denn hier so schwer? Elevator. Also ich weiß ja, wir müssen mit dem Aufzug hochfahren. Zumindest glaube ich, dass... ...weint. Ach, mach doch nicht so einen Scheiß mit mir hier. Hallo? Aha, Werkzeug. Ich wollte nur das Klo reparieren. Aber das sieht mir nach einem passenden Werkzeug aus. Dankeschön. Dankeschön. Damit solltest du das Loch vergrößern können. Flitzen wir mal hin. Da... ...bevor wieder irgendwas komisches passiert. Da mal ran, ne? Ja, Schlüssel wohl ist. Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Okay. Das ist vielleicht der Generalschlüssel hier für sämtliche Türen. Aber eine Taschenlampe oder so wäre mir auch lieb. Meeting Room 3F. Da weiß ich, wo der ist. Ist da wer? Warum stoppt es plötzlich? Irgendwas ganz Schlimmes wird dir gleich passieren. Hier irgendwas Schlimmes wird dir gleich passieren. Das sind schon die bösen Anzeichen. Das flackernde Licht und so. Ja! Oh! Zeig ich doch! Ah, okay. Bist du ja vielleicht erst mal zum Aufzug? Oh! Es scheint nicht zu funktionieren. Okay. Wo ist der Meeting Room 3F? Meeting Room 3F. Das war er doch, oder? Sag ich doch, irgendwas Böses passiert. Okay. Wir sind also eingesperrt hier. Okay. Dann geht es nur noch hier weiter. Cool. Wir können das schubsen. Ist ja nice. Überall liegen diese Schokoriegel. Ich habe den Drang, sie zu essen. Aber sollte man nicht machen. Schokoriegel essen, die einfach irgendwo rumliegen. Oh! Eine Taschenlampe. Ah! Ah! Ja, ja. Alles klar. Alles klar. Oh, das ist nicht so gut. Schimmelbefall in 3F. Oh! Und Fußtapperle. Und Handtapperle. Da war jemand aber sehr dreckig. Was haben wir denn hier? Transit Wing 2. Alles klar. Habe ich auch schon gesehen. Irgendwo auf dem Schild. Und das hier an der guten Kaffeemaschine, ey. Das klemmt. Müssen wir den Tisch erst zur Seite schieben, hä? Tür ist nicht verschlossen. Ah, okay. So, so. So geht's. Hier ist einfach, ne, 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 ne. Ist das Scheiße am Stuhl? Ha! Stuhl am Stuhl. Wer hat das denn gemacht hier? Ist ja geil. Hier auch. Guck mal. Der Mann mit der beschissenen Hose kann leider immer nur ganz rechts auf dem Stuhl sitzen. Von so einem Dreierding. Das ist so sein Zwang. Que Exit. Das können wir vergessen. Oh, ich glaube, wir kommen hier in diesem dunklen, dunklen Raum raus. Heidewitzka, Heidewitzka. Okay. Irgendwie sollten wir hier wieder zurückkommen. Oh, ich kenne, ich kenne diesen Stuhl. Ich kenne diesen Stuhl. Wir waren hier schon mal. Wir sind da rausgekommen. Wofür haben wir den Schlüssel? Warte mal. Wir haben jetzt eine Taschenlampe. Wir können jetzt in den dunklen, dunklen Raum gucken, wenn ich meinen... So, hier ist der Meeting Room 3F. Oh Gott. Wo war mein Raum? Hier, glaube ich, ne? Hier bin ich aufgewacht. Und hier war der dunkle, dunkle Raum. Ah ja. Wo wir jetzt reingucken können, scheinbar. Ist aber auch nur einfach so ein weiterer Patientenraum. Okay. Da können wir uns zumindest mal den einen oder anderen Fluchtweg hier anlegen. Man weiß ja nie, was hier noch so passiert. Da war der Aufzug, glaube ich. Hier war die Damen-Toilette, wo wir den, das Brecheisen gekriegt haben. Scheint nicht zu funktionieren. Und wir müssen jetzt in welchen Raum? Transit... Transit Wing. In Transit Wing. Das Station Elevator Meeting Room. Ja, der alte Trick. Okay. Psychiatrie. Psychiatrie. Ich bin doch... Ich habe es auf irgendeinem Schild gesehen. Transit. Transit Wing. Da hinten. Gespeichert. Da, wo er hergekommen ist. Was ist denn der Transit Wing? Übersetzt. Ach, guck mal. Exit. Schätze, da geht es raus. Bin mir aber nicht sicher. Oh. Er ist aus dem Fenster gesprungen. Der schnelle Ausweg, ha? Tag hier. Vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ne? Oh, der... Oh Gott. Au. Das... Das klang wirklich nach einem bösen Bruch. Das klang nach einem bösen Bruch. Okay. Oh. Wir sind wieder zu Hause, hm? Aber alles ist voll verklebt hier. Mit so Zeug. Hinweis. Der Verstand nimmt rapide ab. Okay. Ja, wir sind... wieder zu Hause. Können wir eine Pille nehmen? Können wir diesen, ähm... Ast folgen? Das ist vielleicht der richtige Weg. Was? Da ist wieder ein Bild mit dem Auge. Müssen wir das vielleicht wieder drücken? Können wir nicht. Die Lampe ist weg. Oder hier? Hier? Okay. Ja. Ja. Da sind zwei. Ich glaube, wir müssen dem Auge folgen. Okay. Ja, ist gut. Hier sind überall diese Augen. Diese Bilder Augen. Die sind mit diesen Nabeldingern hier verbunden, aber... Es sieht nicht so aus, als ob man hier was drücken kann. Das ist fies. Das ist fies. Gucken. Hier gehen auch noch mehr von diesen Dingern her. Wahrscheinlich müsste man finden. Wo die Augen sind. Das sieht so aus, als ob man es drücken kann. Ja, wir müssen... Wir müssen diesen Nabeln folgen und gucken... Ob die irgendwo... In Bildern landen, wo wir das Auge einmatschen können. Und dann können wir da unten rein. Nein, nein, nein. Dein Feuerzeug ist fast leer. Ich habe noch eins. Hier waren wir schon. Es muss oben irgendwo sein. Ah, hier kommen wir nicht her. Okay, es muss einen anderen Weg geben. Es muss irgendwo noch ein anderes Auge sein. Das wird drücken können. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da hatten wir. Da nicht. Ich bin hier schon hergegangen. Da nicht. Da nicht. Hier war ich auch schon. Oh Gott. Da auch nicht. Auch nicht. Ein Auge fehlt noch. Jetzt müssten wir es doch aber bald haben, hä? Auch nicht. Auch nicht. Welches fehlt denn? Ich bin noch an allen Strängen langgegangen. Bist man wieder hoch? Bin ich hoch? Oh nein. Du bist jetzt im Untergang geweiht. Letzte Automat. Okay. Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part. Und gucken wir mal, ob wir ein paar Augen eindrücken können. Zwei genau. Und ich freue mich, dass ihr wieder, wenn ihr wieder dabei seid, dass ihr hier dabei seid. Und würde sagen, lasst einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Willkommen zurück im Keller des Vizuazisten. Und, oh, ich muss mal schnell anmachen hier. Und es wird wieder Zeit, ein, zwei Augen zuzudrücken. Ich muss nur mal gucken, wo ich jetzt genau hin muss. Auf jeden Fall diesem Ding hier folgen. Das haben wir ja in der letzten Folge nicht geschafft. Da sind die Augen. Oh, oh. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu sein. So, ich habe mal kurz nachgeguckt. Hier ist das erste Auge. Damit wir hier nicht allzu lange drin rumfuckeln. Und das zweite... Ähm, das zweite... War bei dieser Plane, hier hinten in der Ecke. Nein. Nicht da. Nicht da. Nicht da. Ist der weg? Keine Ahnung, wo er mal auftaucht. Will ich gar nicht wissen. Will ich gar nicht wissen. Will mich nur verpissen. Jetzt müssten wir hier durch die Tür kommen. So. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh. Ein weiterer Rollstuhl. Eine weitere Rollstuhl-Szene. Juhu. So, ich hoffe, die Kamera freest nicht wieder. Oh, ich bin ja ja recht, recht gut. Guter Dinge. Huh. Der, dessen Namen nicht aussprechen darf. Oh. Ja, schön. Schön, schön, schön. Oh, wir sind wieder im Krankenhaus. Kommt ja niemals hier raus. Ich will wieder nach Haus. Sei nicht so feige wie eine Maus. Zieh sofort mit dem Reim auf. Dann schmeiß ich raus. Toll den Klaus. Gespeichert. Wir haben wieder nichts im Menü. Was heißt das? Keine Taschenlampe. Emergency only. Das ist ein Notfall. Ich brauche den Feuerlöscher. Oh. Guck mal, hier sieht es jetzt anders aus. Hier steht es ein Regal. Regal. Oh, hallo. Das ist das Thumbnail von dem letzten, äh, von dem letzten Video. Licht aus und erst weg. Quetten. Sollte ich nicht lieber zum Ausgang gehen? Ich weiß es nicht. Da ist auch noch ein Ausgang. Komm mal nicht her. Ich folge ihm mal. Voldemort. Äh, ich meine, dessen Name man nicht aussprechen darf. Oh, sind wieder Snacks da. Wieso sind wir das nächste Tag? Gerade eben war alles leer gefressen hier. Es ist gar nicht so schlimm hier. Es wird besser. Wird besser. So, ich habe noch keinen Plan, wo ich überhaupt hin muss. Das klemmt. Hey, Jungs. Ich lasse euch mal alleine. Ich gucke mich erst mal da hinten um. War ich hier schon drin? Okay, okay. Die sind, äh, fasziniert vom Aufzug. Ich glaube, hier war dieser Special Room. Aber hier steht jetzt überall, ähm, so Zeug rum hier. Warum erinnert mich das so wahnsinnig an Cry of Fear? Alle Vorhänge sind jetzt grün. Hier sind wir rausgekommen, ne? Ja, hier sind wir rausgekommen. Es ist schon, es ist schon ein bisschen anders hier. Sieht ein bisschen anders aus. Kann man eigentlich auch die Matruschkas hier finden? Ist bestimmt gut, hier zu dem roten Licht zu gehen. Das ist, äh, wunderbar. Exit. Verschlossen. Natürlich. Wie kann es denn das sein? Ah, hier ist dieser, dieser Dingsbums Room. Es ist aber, es ist zu dunkel und wir haben auch nichts, was wir hier mitnehmen können. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, ich glaube, wir müssen zu unseren Freunden, zu Familie Voldemort. Mal gucken, was die da so machen. Ich glaube, wir können uns da durchquetschen. Hallo. Entschuldigung. Darf ich mal durch? Oh, oh Gott. Dürfen wir sie nicht berühren? Du bist dem Untergang geweicht. Weiber, ja. Okay. Dürfen wir da nicht hin? Müssen wir ganz vorsichtig sein und dürfen keinen berühren? Oder, oder sind wir generell des Todes, wenn wir da sind? Was ist der Trick? Müssen wir uns vielleicht durch, äh, schlängeln? Die Ladezeiten sind extrem hart. Oh. Okay, wie? Ich hab keine, ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ich hab auch keine Idee, wie man da vorbeikommen könnte. Vielleicht nicht stehen bleiben. Oh. So hier? Ein Schlüssel mit Treppensymbol. Okay, alles klar. Oh, ich kann seinen Pensy sehen. Wenigstens haben sie Unterhosen an. Oh, okay. Puh. Jetzt muss ich nur noch mal wissen, wo die Treppe war. Wo war die Treppe? Oh, vielleicht... Oh, Gott. Oh, oh. Oh, oh, nein. Ah, sie hören auf Geräusche. Okay. Ich glaube, hier war die Treppe. Zumindest war eine abgeschlossene, äh, abgeschlossene, äh, abgeschlossene Symbol. Ja, okay. Puh. Dass du wirst die kriegen. Dass du wirst die kriegen. Der sabbert sich auch nur. So. Erstmal ein Tee. Diesmal nicht aus der Nikolaustasse, sondern aus einer normalen. So. Herrlich. Köstlich. Scheißlich. Schauen wir uns mal weiter um hier. Gespeichert. Oh, da gibt es wieder Snack-Automaten. Oh. Was war das? Lade-Horror-Ruckler. Chuck, was sagst du dazu? Ich beachte dich so wenig. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Und dich auch. Großer Chuck. Ich will mal rausgucken. Ich meine, es ist ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus ist doch normalerweise immer in einer riesigen Stadt. Da müsste man doch irgendwas draußen sehen können. Eigentlich. Eigentlich. Erstmal hinsetzen. Diese Bank passt da perfekt. Das ist eine Minibank, ey. Das klemmt. So. Nope. Was gibt es denn überhaupt? Bubbles, Soda, Orange, Cola, Carrot. Carrot! Grapefruit, Lime, Orange, Soda, Cola. Hier ist dasselbe. Okay. Was gibt es hier Schönes? Licht auf jeden Fall. Oh, was für eine Wasserverschwendung. Push. Okay. Keller, Treppe, Atrium, Cafeteria. Outpatient-Clinic. Was auch immer das ist. Noteingang. Natürlich versperrt. Block A. Das sieht ja nicht so einladend aus hier. Basement, Staircase. Ich glaube, das ist unser Weg. Wir haben... Oder, oder wir können natürlich in die Emergency Ward. Ist das vielleicht die Notaufnahme? Der Ward ist ja ein Trakt. Okay, da ist verschlossen. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Notaufnahme-Trakt, würde ich sagen. Emergency Ward. Da kegeln sie wieder mit Mülltonnen, du. Wird gespeichert. Oh Gott. Block D. Wer hat den Stock fallen lassen? Das ist nicht witzig. Also... Soundmäßig wirklich... Wirklich genial. Wirklich genial. Das ist ein Operationssaal. Guck mal. Crime Scene. Okay. Ähm... Lesen. Der Wiegesensor scheint nicht richtig zu funktionieren. Wir werden das Problem so schnell wie möglich untersuchen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter die Kellertreppe benutzen, um in den Keller zu gelangen. An der Rezeption gibt es einen Ersatzschlüssel. Alles klar. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich dachte gerade, da liegt eine Waffe im Kasten, aber es ist irgendein Hammer. Okay. Rezeption. 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 Boah, ich könnte nie in einem Krankenhaus arbeiten. Ich finde Krankenhäuser an sich schon immer gruselig. Nicht nur, weil man da ja eigentlich nie ist. Tatsächlich war ich das letzte Mal in Krankenhäusern bei den Geburten meiner Kinder. Boah, ich höre mal eine Schutte. Aber prinzipiell könnte ich da, glaube ich, niemals arbeiten. Als gar nichts. Ja, man könnte hier auch mal vorbeigucken, ne? Ob hier ein Secret ist oder so. Zumindest ist da eine Tür, in die man nicht reinkam. Ah, versuch was wert. Ich bin ja immer dafür zu haben, schöne Verstecke zu finden. Orthopädie. Sieht für mich da im Klo aus. Hier ist nix. Noch nicht rein. Block G3. Aber brauchen wir gar nicht gucken. Können wir hier irgendwie was gucken. Guck mal, da ist auch so ein Fleck oben. Damn. Das hatten wir doch schon mal irgendwo. Oh. Okay. Okay. Da müssen wir wohl rein, wa? Da müssen wir wohl rein. Erstmal gucken. Ja, ja. Erstmal gucken, was hier noch so ist. Hier gucken wir uns mal schön hier noch den Rest an. Das ist... Mega am Ruckeln hier. Okay, ich gehe erst, äh... Da ist wenigstens Licht. Das ist hier... Das ist hier ein bisschen freundlicher. Ich muss mich erst mal ein bisschen umgucken, ne? Ich übersehe ja so schnell was. Deswegen bleibe ich dann in letzter Zeit einfach mal stehen und gucke mich einfach mal... bewusst im Raum um. Bevor ich wieder was übersehe. Weil wenn man spielt, sieht man ja auch nicht alles. So, ja. So, ja. Die Klinikin's first evaluation, Es ist safe to say that he'll be staying here for a while. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations. Mm-hmm. Das hat das wohl nicht so ganz mit den Übersetzungen geklappt, aber okay. Also, er wurde in die psychiatrische, ähm, in den psychiatrischen Trakt geliefert und steht da unter Beobachtung und unter Betäubungsmitteln. Da er auch aggressiv gegenüber seinen Pflegern oder Pflegerinnen oder halt, ja, die auf ihn aufpassen. Die ihm umpflegen, ja? Da wurde er halt aggro gegen. Ja, und deswegen haben sie den, ne? Sediert. So wird das heute gemacht. Okay, das heißt, das war nur für Story. Wir müssen in diesen... Ich hab da... Nee. Was, so ein bisschen Licht und Geflacker? Also, es ist schon hart. Das Geflacker ist schon hart. Also, stellt euch auf was ein. Admissions Office. Oh, was haben wir denn hier? Ist das eine Eins? Ist das eine Eins? Könnte das eine Zahl sein? Hier ist ein Schlüssel. Ah, okay. Sehr schön. Schlüssel für die Kellertreppe. Können wir sonst was aufmachen? Mann, das sieht doch aus wie eine Eins. Aber ich glaube, es ist einfach nur ein Stift, der auf ist. So. Ich möchte in diesem Raum bleiben. Hier ist so... Hier ist Licht und so. Ich glaube, wir hätten wegrennen müssen. Hätten wir wegrennen müssen. Ich glaube... Ich glaube, es war falsch. Ich glaube, es war falsch, die Tür... Die Tür zu schließen. Komm doch rein. Genau. Huh. Wir hätten wegrennen müssen. Ja, das muss einem doch einer sagen, oder? Du bist im Untergang gewalt. Das muss einem doch einer sagen. Dass wir da wegrennen müssen, oder? Also, ich fand jetzt zurück und Tür zu, fand ich jetzt gar nicht so abwegig. Oh, ist das denn? Mein Zopf geht auf. Da. Okay. Zum Glück haben wir hier einen Safe Point und können direkt... Huh! Los, sprintern! Er ist zum Glück nicht sehr schnell. Oh, dachte ich zumindest. Er ist doch sehr schnell. Ähm. Wait. Ist ja alles zu mit Tischen. Wo muss ich denn hin? Ah, oh, okay. Zurück. Alles klar. Einfach zurück. La, 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 la. Du kannst mich mal... Ja, komm. Wo ist er denn? Du mit deinen Krücken. Das ist natürlich nur ein Spiel und ich will jetzt hier den Geist aufziehen, ne? Ich hab nichts... Ich mein das nicht böse. So. Tip, 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 tip. Easy peasy. Mensch, das war ja knapp. Ah, ich sollte eine Warnung am Anfang des Videos schreiben. Dass es flackert. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Oh nein, was ist denn jetzt los? Wird gespeichert. Ja, Taschenlampe. Nehmen wir mit. Erst mal andere Seite. Ich finde das links irgendwie so ein bisschen komisch. Okay, Keller und... Was ist denn das schon wieder für ein Design hier? Was ist... Was? Okay, wir kommen dahinter. Oh, ich hasse Keller. In jedem Horrorspiel hasse ich Keller. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Aber scheinbar brauchen wir einen Schlüssel. Ich wähle Wäscheraum. Entweder der Wäscheraum oder der Serverraum. Wäsche hatten wir doch in Outlast, oder nicht? Man sollte mal einen Hausmeister rufen. Vielleicht den besten Hausmeister, den es so gibt. Müll. Oh. Nein, danke. Nein, nein, danke. Lass mal den Müll hier stehen. Okay, da kann man nicht durch. Oh, was haben wir hier? Control Room. Okay. Was zu teuer... Was war in diesem Schrank? Jetzt diese Tür auf. Okay, speichern. Oh. Oh. Ja. Ja, gemütlich. Gemütlich. Sollen wir da hinterher? Sollen wir uns lieber an unserem Tisch fachriechen? Oder sollen wir gucken, ob der Schlüssel... ...da hinten passt? Mit diesem Schlüssel kannst du diese Tür nicht öffnen. Und die? Ah, hier geht's auch auf. Wusste ich ja gar nicht. Oh. Guck mal, das entspricht vom Aufbau unserem Keller, so wie es aussieht hier mit diesem Innenraum. Das ist definitiv hier die Wäsche. Der Wäscheraum. Wäschekammer. Ich glaube, hier kommt der Krach her. Was ist in dieser Waschmaschine drin? In diesem Trockner. Die Tür kann nicht geöffnet werden, bis der Waschknein abgeschlossen ist. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu überbrücken. Bestimmt im Control Room. Okay, nochmal ganz ordentlich und schnell... ...ordentlich, aber schnell hier oben sehen. Das wäre das reinste Labyrinth hier. Hä? 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 Was? Wenigstens geht die Taschenlampe nicht aus. Da bin ich ja echt schon mal froh drum. So. Hallihallo. Ich hoffe, wir kommen jetzt zum Control Room. Wenn wir gerade im Keller waren, warum sind wir jetzt schon wieder in... Passt das? Von der Ebene her? Oder ist das immer noch der Keller? Es sieht auf jeden Fall... Es sieht so unglaublich gut aus alles. Ich habe Kettenrasseln gehört. Türen sind alle zu, alle zu. Wollen wir gar nicht versuchen. Infrafeelings hier. Oh, guck mal. Die Tür geht nicht auf. Gut möglich, dass die Magnetkarte die Sperre... ...außer Kraft setzt. Okay, eine Magnetkarte. ...müssen wir finden. Da ist wieder nichts. Wo finden wir denn diesen Control Room? Ach, guck mal hier, kannst du auch noch hin. Ah, da. Alles klar. Dann will ich trotzdem noch mal da hinten links gucken. Kenne deine Umgebung. Denn falls man... ...plötzlich flüchten muss, kann das nur vom Vorteil sein. Okay. Zu. Zu. Ähm. Okay. Ach, das ist... Ah, verstehe. Verstehe. Das ist die Tür, die war von außen zu. Ja, hier geht es zur Wäschekammer da rechts. Alles klar. Dann weiß ich jetzt auch, was wir tun müssen. Ab in den Control Room. Und dann die Wäsche aufhängen. Oh. Oh, es ist nur ein Rohr. Ich dachte, da guckt einer um die Ecke. Mein Gott. Alles klar. Ist alles etwas geradliniger als das Dolores-Kapitel hier. Das gefällt mir ganz gut. Da steht er, oder? Hallo. Ja, da steht er. In der Wäsche? Okay, ich weiß gar nicht, wo das ist. Natürlich muss man bis zum Ende des Ganges rennen. Natürlich müssen wir sicherlich den Strom ausstellen. In der hintersten... Wirklich in der hintersten Ecke. Ganz hinten, ne? Das ist... Oh, das ist so klar. Hier sind natürlich die Sicherungsgästen. Mensch, das ist wirklich gefährlich hier mit dem Wasser. Wirklich, wirklich, wirklich. Ah ja. Ah, alles klar. Hm. Das scheint. Irgendwas in der Nähe. Hm. Oh, Gott. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nope. Okay. Okay. Oh. Der fucking Vorhang hier. Okay, ich hab wirklich, wirklich Schiss. Ich hab wirklich Schiss. Okay. Oh, ich bin so angespannt. Oh, was? Na. Okay. Guck in beide Seiten, Schaui. Schissfertig. Okay, mal sehen. Was finden wir darin? Ach, den Ausweis. Die Magnetkarte. Alles klar. Alles klar. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich die überhaupt nochmal durchziehen konnte. Ist hier irgendwie ein bisschen neblig? Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, da links war. Hier links? Einen weiter? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier? Hier war das. Hi, Jungs. Kann ich mitfahren? Interagieren? Tut mir leid, Jungs. Was? Oh. Ah. Ah, okay. Muss ich die da raus? Muss ich die da raus? Muss ich die alle da rausziehen? Ist der Fahrstuhl zu schwer? Das wäre immer Hammer. Ich glaube, ich muss die wirklich da rausziehen. Das ist so krank. So, Jungs. Macht's euch gemütlich. Tut mir leid. Kann nur einer mitfahren. Wir haben es gleich geschafft. Henry, du kommst auch noch raus. Ich nehm den Bob. Ist nur noch Jim drin. Aber tut mir leid. Jims Hals ist komisch. Der darf auch nicht mitfahren. Okay. Ich sollte das hier in der Hand haben. Was? Okay. So, auf jeden Fall. Es ist ne coole Idee. Es ist ne coole Idee mit diesen Dingern. Diesen Körpern da drin. Ah, Fahrstuhle. Okay. Okay. Man muss ja leise sein bei euch, ne? Leise, leise. Okay. 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 Muss ich lang? Muss ich lang? Muss ich lang? Ich hab keine Ahnung. Fahrstuhl. Exit. Da hinten. Kann ich dem vorbeirennen? Oh, ich kann hierher. Ja, ich kann hierher. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nein. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ja. Exit, exit. So was hasse ich immer. Aber nicht, weil ich, äh, nicht, weil ich wegrennen muss, sondern weil ich dann Angst habe, was zu verpassen. Ich denke, irgendwo, irgendwo gibt's da noch was. Das klemmt. Äh, okay. Room 221. Wir sind im Exit-Room. Kommen wir da nicht raus? Kommen wir da nicht raus. Kommen wir da nicht raus. Augen. Will ich die Klima anmachen, oder was? Oh, oh Gott. Du siehst, okay. Nur in die Lampe gelaufen. Kein Problem. Ach, guck mal. Hier sieht man jetzt auch die Augen. Okay, die Augen blicken hier drauf. Ah, Nightmare House. Nice. Nice. Sehr schöne Anspielung. Sehr schöne Anspielung. Sehr cool. Ich liebe es. Ah. Ach, er fühlt sich beobachtet. Er hat ja diese Angst. Die Angst, die er hat, ist die Angst, beobachtet zu werden. Okay. Okay. Oh. 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 Okay. Wir sind wieder im Haus. Wir sind wieder im Haus. Folgen wir mal der Nabelschnur. Als ob wir eine Wahl hätten. Das ist wirklich dunkel. Okay. Der Weg führt ins... Kinderzimmer. Hier runter. Oh, müssen wir wieder Augen drücken? Dich vielleicht? Doch in der Garage. Oder in den Flur. Jetzt ist hier definitiv mehr so frei, irgendwie. Wir gehen mal in die... Okay, können wir nicht. Doch, nach oben. Jetzt führt es nur dahin oder nach oben. Da sind überall Bilder, aber keine... Keine Augen. Da ist ein Auge. Zum Teufel. Oh, zum Teufel. Ach, hier ist das Schlafzimmer. Ein weiteres Auge. Ein Auge fehlt noch. Ein Auge fehlt noch. Okay. Ein Auge fehlt noch. Drei Augen müssen wir drücken. Drei Augen zudrücken. Ein Auge fehlt noch. Aber wo? Ballzimmer hatten wir schon. Arbeitszimmer ist zu. Hm. Ich schätze, wir müssen nochmal alles wieder ablaufen hier. Irgendwo unten, schätze ich mal. Hier geht es durch, aber da... Vielleicht doch hier irgendwo im Wohnzimmer. Ich hoffe, er reint nicht wieder irgendwo rum hier. So, jetzt aber. Eine weitere Erinnerungsszene. Hat er noch Tee? Oh, das ist creepy. Creepy, creepy. Gerwig reconsider. заяв. Was hat er nicht riesig denn eigentlich ist? Bitte? Ja. Ach, ach, ach. Ein weiteres Mal im Operationssaal. Unser Bett haben wir uns ordentlich eingeschissen hier, auf jeden Fall. Also haben wir vielleicht diese Fußspur gemacht. Wir durchleben nochmal alles. Müssen wir wieder den Ausgang finden? Das sieht so aus wie Augen da. Die ganze Zeit denke ich das schon. Aber man kann es einfach nicht Okay. 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 Gut. Okay. Oh. Ah. Psychiatrie. Der letzte Gang zur Psychiatrie. Okay. Oder psychiatrischer Trakt. Das ist ja ja. Diese Bäume. Einmal durch den Garten Eden. Weil diese Hänge chucks da oben. Das ist nice. Sehr schön. Okay. Gespeichert. Hoffentlich hält ja gang. Psychiatrie. Was ist die da? Zellen Control Panel. Können wir die Zellen auf und zu machen scheinbar. Das klemmt. Achso. Da kam ich nicht rein. Ne. Ne. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was? 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 Oh. Ah. Ah. Okay. Ja gut. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie Herr Schlüssel passt. Ah. Er hat anscheinend in der psychiatrischen Anstalt, Abteilung hat er anscheinend mit seinem Krückstock jemanden umgebracht. Und das durchleben wir hier immer wieder und wieder. Auch wir werden von ihm verfolgt. Wurde ja schon zweimal niedergeknüppelt. Okay. Da geht's nicht weiter. Äh. Chuck passt auf. Mama, der Fernseher lacht mich aus. Können wir da einen Zettel lesen? Nein. Nummer 5. Wir können nur mit dem Blinkebutton interagieren. Ich gucke mich erst mal weiter hier oben. Ihr wisst ja, oben sehen ist das A und O. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Raum 6, was denn? Raum 5 ist das? Ach, das ist der Raum, den wir gerade gesehen haben. Wo es passiert ist. Es gibt keinen Strom. Ja. Die Lampen brennen mit Batterien oder was? Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Kein Hinweis, welcher Schlüssel passt. Oh. So ein Heizungsdrehding. Das ist ja cool. Wie detailreich. Auch die Bilder mag ich ja. Mag ich sehr. Sehr schön. So. Jetzt aber Knopf drücken. Knöpfe drücken. Und ich sehe, die Folge ist auch schon wieder so lang. Mensch. Ich will mich doch eigentlich an 30 Minuten halten. Da kommt immer eine Stunde mal rum. Es ist aber auch so spannend. So, wo musste ich lang? Ach so, hier. Lassen wir ihn mal frei. Raum 5. Observatory. Beobachtungsraum. Welcher könnte das sein? Versuchen wir es mal mit dem geheimen Raum hier hinten in der Ecke. Der war es nicht. Der vielleicht. Ah ja. 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 Das war's für heute. Okay, er war so aggressiv, dass sie ihn isolieren wollten. Einzelzelle, Haft. Da lacht doch einer. Jetzt wissen wir auch vorher, wir die Taschenlampe brauchen. Wieso? Halli, hallo. Bitte komm nicht aus irgendeiner Ecke gesprungen. Wahrscheinlich in den Raum, der da auch verschlossen war, ne? Oh, der ist jetzt auf. Badezimmer. Ja, jeder Hippie muss mal Pipi, ne? Ich dusche lieber. Das ist wirklich... Das ist mal ein großes Geschäft. Interagieren. Da freut er sich, wenn wir ihn seine Pup... Ich sollte das hier in der Hand behalten. Bestimmt ein Schlüssel drin. Solange wir nicht eintauchen... In einem Meer... Oh. Was ist das? Ein Hebel? Was? Schalter eines Schaltkastens. Okay. Ich vermute mal, der Schaltkasten ist wieder... beim... beim... Office. Und dann müssen wir wahrscheinlich... zum Aufzug rennen. Vermute ich mal. Hier ist der Aufzug. Er wird wahrscheinlich irgendwo gleich rausgestürmt kommen. Gucken wir mal hier. Hier ist doch bestimmt irgendwo, wo ich diesen Schalter anbringen kann. Nicht? Nicht? Ich hätte wetten können, hier wäre das... Ich habe keine Ahnung, wo dieser Kasten sein könnte. Keine Ahnung. Vielleicht doch hier im Observation Room. Ich glaube aber nicht. Ich kann mich nicht erinnern, so einen Kasten gesehen zu haben. Aber... Ich übersehe ja auch mal ganz gerne, ne? Von daher... Wer weiß. Control Room. Wir müssen vielleicht zurück. Okay, wir müssen zurück. Ah, okay. Da könnte natürlich auch irgendwo so ein Schalter sein. Schaltkasten. Aber was weiß ich denn schon? Vielleicht hier drin? Nö. Exit. Vielleicht hier. Ne, da waren wir ja auch schon. Wo könnte so ein Kasten sein? Transit Wing, Rooms, Elevator. Vielleicht beim Elevator? Kein Hinweis, welcher Schlüssel hier passt. Hm. Hm. Hier war diese Mauer. Kann wir da durch? Hier vielleicht ein Schalter? Hier vielleicht ein Schalter? Ist auch einfach nur ein weiterer Raum. Okay. Die Suche nach dem Kasten für diesen Schalter. Also, hier kann man nicht durch. durch. Okay. Okay. Hier hat auch was gepiepst. Ah. Hier ist ein Raum. Da kann man aber nichts machen. vielleicht müssen wir zurück in unser Zimmer. Chuck, sag mir doch mal. Sag mir doch mal, was ich tun soll. Okay. Hier ist nichts, was irgendwie nach Schalter aussieht oder so. Hm. Wo muss dieses Teil dran? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Was steht denn da? Wahrscheinlich, um den Strom wieder anzumachen. Aber wo? Aber wo? Aber wo? Ich hätte jetzt gedacht, hier irgendwo. Aber hier ist nichts. Nichts, nichts. Kein Stromkasten oder so. Auch kein Schlüssel mehr. Hier geht es nur in die Psychiatrie. Hier ist alles zu. Hier ist verschlossen. Zu, zu, zu. Das muss in der Psychiatrie sein. Hm. Hm. Gucken wir da nochmal. Aber es muss doch einen Grund geben, warum man so zurückgehen kann, oder? Ich meine, irgendjemand hat ja den Strom ausgemacht. Okay. Suchen wir nach einem Kasten. Da gucke ich gleich nochmal. Aber hier ist ja jetzt auch Licht an. Vielleicht doch am Aufzug? Es gibt keinen Strom. Hier vielleicht jetzt? Auch nicht. Das sind alles nur Räume. auch nicht. Ah. Ah. Ach, hier ging es weiter. Hochrisikopatienten. Schön. Ich irre erstmal durchs ganze Gebäude. Ach, hier. Das sieht nach Stromkasten aus. Verschlossen. Und da ist der Eingang. Ah, alles klar. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß, was ich tun muss. Ja. Und ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part. Die Stunde ist vorbei. Mehr als eine Stunde will ich wirklich nicht machen, weil mehr als eine Stunde guckt keiner. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Joe. Ich heiße herzlich willkommen zurück zu Visage. Und es wird Zeit, zu dem Hochrisikopatienten zu gehen. Hey, Chuck ist wieder dabei. Und, ähm, ja. Er lässt hier überall drickige, schmutzige Fußspuren in meiner schönen psychiatrischen Anstalt. Und bei mir klemmt immer noch was. Verdammt. Können wir gar nicht was machen. Wir gucken einfach mal, was sich in dieser Zelle verbirgt. Vermutlich weitere Informationen. Wir haben immer noch diesen komischen Hebel. Hat er sich etwa hinter der Decke versteckt? Uh. Guck mal, es sieht aus wie ein Gesicht hier. Gruselitsch. Hier ist doch gar nichts. Uh. Uh, das ist dieser Schwarze. Dieser, dieser Tintentyp. Den er schon, schon erschossen hat quasi. War das jetzt falsch? Oh. Wir sind eingesperrt, glaube ich. Kann ich hier nicht nehmen? Interagieren. Oh. Oh, doch. Doch, doch. Ich kann sie nehmen. Oh. Okay. Wie... Wie kommt jetzt dieses Loch in die Wand? Ich habe keine Ahnung. Aber das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Hinein ins feuchtfröhliche Vergnügen. Das ist wirklich sehr eng hier. Das ist wirklich sehr eng hier. Dass ich überhaupt hier durchpasse. Wundert mich gerade. Immer tiefer. Okay. Gleich ist mein ganzes Gesicht voller Spinnen. Okay. 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 Ja, schön. Schön, schön. Hi, Jungs. Oh, ihr seid gar nicht Jungs. Mädels. Ihr seid Mädels. Oh, ihr seid Jungs und Mädels. Zumindest habt ihr BHs an und Dinge in der Hose. Ich gehe einfach mal davon aus. Oh. Endlich kacken. Der Thron steht bereit für seinen König. Ausgerechnet jetzt geht meine Taschenlampe nicht mehr. Aber wir können fernsehen. Gibt es etwas schöneres. Ich darf mich so zusammen zucken. Ich habe mir irgendwie den Nacken verspannt. Oh. Nice. Okay. Okay. Ah, die Sache mit der Beobachtung. Okay. Verstehe. Kannst dich nicht aufrichten. Jetzt aber, oder? Ah. Du wirst mich nicht kriegen. Oh, doch. Oh, doch. Er wird mich kriegen. Die Frage ist nur, wo ich hin muss. Hier zurück. Einfach zurück. Äh. Okay, zurück hier nicht. Okay. Ah, der ist flink. Der ist sehr flink. Der zurück ging nicht. Ja. Oh. Der Untergang. Ich hoffe, wir haben ein Safeboid. Oh, dieser Nacken, ey. Dieses Homeoffice immer, weißt du. Sitzt du hier. Und irgendwie ist morgens immer kalt. Und dann, äh. Hab ich eine falsche Bewegung gemacht. Und seitdem ist das. Okay. Was? Da. Gut. Aber wo muss ich lang? Hier. Ne. Da ist das Klo. Das Riesenauge blockiert den Durchgang. Du musst etwas finden. Womit du es wahrscheinlich zerstechen kannst. Ja, guck mal mal. Vielleicht da hinten. Da, ein Messer. Ja, guck mal hier. Das war so schön beleuchtet. Kommt der rechts oder links rum? Kommst du hier? Hier? Okay. So, Riesenauge. Jetzt nur noch du und ich. Nur noch du und ich hier. Zack. Schau mal. Ich wusste es. Eyeball. So. Er ist weg oder? Ist er weg? Ah, sieht so aus. Sieht so aus. Kann ich mich ja hier in Ruhe nochmal umsehen, ne? Ganz in Ruhe. Schon komisch, ne? Dass er jetzt weg ist. Oh. Hallo da oben. Ich hoffe wir stehen gut. Ist schon eine ziemlich kranke Umgebung, wenn man mal so überlegt, ne? Ziemlich, ziemlich krank. Aber warum sind hier überall diese, 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 diese halbnackten? Jetzt kann ich mich aufrichten. Okay. Ah, hätte ja sein können, dass hier noch irgendwo ein Secret ist oder irgendwas anderes Schönes. Ja. Habe ich schon wieder, habe ich schon wieder falsch gedacht. Gut. Hinein ins Auge. Aua, aua. Kann ich wenigstens mein Messer mitnehmen? Dann könnte ich mich gegen jeden Geist hier verteidigen. Scheinbar nicht. Dringen wir mal ins Hirn ein. Oh, hier wieder ducken. Wieso machen die solche Gänge eigentlich immer so lang? Das ist weder gruselig noch, noch sonst was. Oder hat das was mit Ladezeiten zu tun? So kann man natürlich Level nachladen. Ah, guck mal hier. Hier können wir jetzt bestimmt diesen, diesen Schalter benutzen. Den ich immer noch bei mir habe. Ah ja. Wird gespeichert. Wird gespeichert. Gut. Gut. Wir haben den Strom wieder angemacht. Du hast die Tür aufgeschlossen. Aber wo genau bin ich jetzt? Äh, okay. Hier ist diese High Risk Patients. Ah, da. Genau. Den hatten wir schon gesehen letztens. Aber wir sind da nicht hingekommen. Okay. Wir haben jetzt also wieder Strom. Und können wir jetzt vielleicht mit dem Aufzug abhauen oder so? Ja, ja. Lach du mal. Das klemmt. Dann müssen wir den Weg wohl wieder zurück gehen, ne? Können wir jetzt nochmal da rein? Das Loch ist weg. Was so, nur so als Beispiel. Was so bei Nightmare House ziemlich cool war. Äh, oder generell, äh. Ach, hi. Oh, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Was ziemlich cool war. Wenn man nochmal irgendwo gucken war, wo man vorher schon mal war. Dann würde jetzt hier zum Beispiel die Tür einfach zuknallen. Und so. Da haben sie quasi die Neugier mit dem Jumpscare bestraft. So mehr oder weniger. Aber jetzt haben wir wenigstens den Hoshi da in der Zelle noch gesehen. So, hier war das Klo. Da müssen wir glaube ich auch nicht nochmal gucken. Warum geht der eigentlich hier zum Fenster? Versucht er da raus zu gehen? Oh, wir können jetzt bestimmt... Ah, wir können es mit dem... Hier. Hier war auch noch ein Fahrstuhl. Sind wir sehr safe mit solchen Fahrstühlen zu fahren. In solchen Horror-Leveln. Okay. Okay. Was? Wofür habe ich eigentlich die Taschenlampe, wenn die eh nicht funktioniert? Okay. Hier ist alles zu. Hier gibt es auch nichts, was steckt. Dann gehen wir mal weiter und werden. Erschreckt. So. Schöner Stuck. Nee, Stuck ist das nicht. Verzierung. Das da unten ist Stuck. Das da. Das ist definitiv. Stuck. Hör auf, auf die Mülltonne zu hauen. Was sind wir denn hier? Das Krankenhaus. Kein Irrenhaus. Oder wer weiß. Also ich würde ja jetzt Anlauf nehmen. Mit voll Karacho da drauf springen und hier durch den Flur rollern. Ich glaube, das wäre, das wäre witzig. Kann ich das schieben? Nee. Die Chucks hier in Reih und Glied. Hö. Hat Glied gesagt. Das ist mal ein schönes Krankenhaus. Oh, der Mond. Ich wollte gerade sagen, hat der Mond einen Gelandspunkt da? Aber das ist irgendwas auf der Scheibe. Irgendwas. Was auch immer. Ah ja. Ein Raum. Oh. Ist hier wieder ein Stuhl? Okay. Ich guck da später. Nein, ich guck da jetzt. Weil hier geht es nicht weiter. Das ist schon. Der Raum, wo wir hin sollen. Ich hasse diesen VHS-Effekt. Ich hab einfach schon zu viele Spieler mitgespielt. Ich hab einfach schon zu viele Spieler mitgespielt. Ich hab einfach schon zu viele Spieler mitgespielt. Ich bin hier mit guten Neuen. Based on your behavior und your comfort in the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Well. I'll get back to you soon. Hm. Oh. Er hat seine Jacke vergessen. Diese wunderschöne Indiana Jones Lederjacke. Okay. Speichern. Können wir hier irgendwie was machen? Und er hat seine Hose hier liegen lassen. Wahrscheinlich müssen wir uns wieder in den Stuhl setzen. Nein. Nein. Mensch. Die Heizungsrohre. Das klemmt. Die Heizungsrohre humpeln aber heute. Okay. Irgendwas hier muss ich machen. Irgendwas. Oh, ich bin auf dem Bett. Ich kann auf dem Bett hüpfen. Hurra. Hurra. Was muss ich denn tun? Das klemmt. Ja. Okay. Irgendwas im Inventar. Hat nichts im Inventar. Okay. Was muss ich tun? Was gibt es hier zu sehen? Diese Geräusche. Vielleicht muss ich einfach rumgehen und irgendwann triggert dann irgendwie was. Hm. Klimt immer noch. Ist irgendwas unter dem Bett? Muss ich irgendwas finden? Ist irgendwas hier drunter? Unter dem Stuhl? Unter dem Vorhang? Doch die Jacke. Hm. Oh oh. Ich habe in solchen Situationen immer Angst, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe. Oh, komm mal in den Schrank. Ach, guck mal hier. Ah. Was? Andere Seite? weiter. Das ist zu eng, um mich durchzuquetschen. Kann ich den Schrank irgendwie umschubsen oder so? Also andere Richtung. Also andere Richtung, aber andere Richtung ging nicht weiter. Geht doch weiter. Ja. Da sind auch die Kratzer auf dem Boden gewesen. Da sind auch die Kratzer auf dem Boden gewesen. Wir sind wie eine Ratte in den Wänden. Ich sollte das in der Hand behalten. Ich sollte das in der Hand behalten. Leg das ab. Ja gut. Ich sollte ist ja was anderes als ich werde. Oh, da sind wieder die Fußtapster. Wasser. Tja. Ich sollte. Ich habe aber nicht. Sind wir wieder zu Hause? Ja. Oh, hi. Ich wusste es. Oh, sie sind in große Probleme jetzt. Mit allem ich weiß, ich werde sie definitiv machen. Du hörst mich, Buggers? Ich bin auf dich. Hey. Hey. Was sind Sie? Wait. 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 No. oww! fuuuck! dubba Ganz ehrlich, quirje ich verstehe gar nichts mehr von der Story. Aber irgendwas ist da jetzt in der Tür Oh Wieder ein Auge Ist da wieder ein Auge auf der Tür? Das klemmt Ja, ich habe ja noch nicht mal meine Taschenlampe Das ist cool gemacht Jetzt sind wir hier drin Fortschrittsgegenstand Ah, im Fortschrittsraum Das Auge Das klemmt Cool, und wir springen zurück in unser Heim Kapitel Rakan Das Ende von Rakan Endlich Ruhe Ah Prison Auch wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast Ist das Spiel noch lange nicht vorbei Schau dich noch einmal im Haus Und dort findest du weitere gewichtige Gegenstände Die neue Wege und Möglichkeiten eröffnen Im Fortschrittsraum kannst du in den Fortschritt sehen Dort kannst du auch ein neues Kapitel beginnen Okay Ah, endlich wieder zu Hause So Ich hatte ja letztens gefragt, wo diese Bilder hinkommen Und euer Tipp war Irgendwo im Keller gibt es eine Wand, wo die Bilder hinkommen Mal sehen, ob ich sie finde Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die irgendwie im Wohnzimmer sind Habe ich denn noch Ich habe kein Feuerzeug mehr Na, sowas Lampe wieder aus hier Pillen habe ich genug Ich habe immer noch diesen Kompass hier Der aber einfach nirgendswohin zeigt Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist mit dem Kompass Hm So, was ich auf jeden Fall jetzt mal machen kann Ist hier reingehen Ich hoffe, ich habe noch Licht Und mal hier gucken, was hier so ist Irgendwas sollte hier sein Und wir haben ein neues Videotape Das müssen wir uns natürlich auch noch angucken Du kommst nicht an die Lüftungsschlitze Vielleicht steht irgendwo eine Leiter rum Oh Nett Ich habe zwei Feuerzeuge gekriegt Vielleicht steht irgendwo eine Leiter rum Ach, guck mal Hier ist auch noch ein Feuerzeug Oh, ja dann Will ich nicht mal Nein sagen, ne? Pillen sind da auch noch Aber Pillen habe ich genug Okay Leiter könnte natürlich In der Garage rumstehen Habe ich da nicht eine gesehen? Oder halt in irgendeinem von diesen Da ist auch noch ein Feuerzeug Guck mal Da Guck mal Eine Leiter Haben wir ein Glück Zack So, jetzt aber Mal sehen Durchlüftungsschlechte Klettern ist ja genau mein Ding, du Bin gespannt, wo wir hier rauskommen Wer hätte erst gedacht, dass das Haus so groß ist Dass wir so viel Belüftung brauchen Vor allem, wo führt das überhaupt Überhaupt Überall hin Gibt das überhaupt Sinn? Oh Was zum Teufel? Ist das hier für ein Raum? Oil Wine Company Vertrag unterschreiben Was? Abbrechen Special Contract You don't give a fuck Sign down below Hallo Rabi Vertrag unterschreiben? Was für ein Vertrag soll ich unterschreiben? Ich unterschreibe ja den Scheiß Wenn ich nicht weiß, was da drin ist Ich kann aber auch sonst nichts machen Komme ich hier raus? Tja Herr Schauerland Sie haben wohl keine andere Wahl Wie? Unterschreiben Sie den fucking Vertrag Hm You don't give a fuck Woher wissen Sie das nur? Zufrieden? Oh Äh Ja Hallo Alles klar bei euch Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ein Labyrinth aus Menschen Ist das ein toter Vogel? Ein Stück von einer Maske Sofort wird ein Fortschrittsgegenstand Oh 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 Okay Also das Spiel ist auf so viel Ebenen krank Wir sind wieder in diesem Raum Verstehe Verstehe Können wir da nochmal hin? Können wir nicht Okay Ich meine es war ja ein Hinweis Auf den Videotapes Videotapes, Videotapes, Videotapes Jaja Vermeidest im Dunkeln zu sein So Storage Room Hier waren einfach nur die Sachen zum Aufbewahren Hm Also die Bilder gehören an eine Wand im Keller Eine Wand im Keller Aber hier sind viele Wände, ne? Und hier ist auch noch was, was ich nicht öffnen kann Da ist ein Symbol drauf, es ist verschlossen Hm Und dann gibt es auch noch diesen, diesen einen geheimen Raum In der Garage Alles sehr mysteriös Alles sehr mysteriös Alles sehr mysteriös Okay, gucken wir uns erstmal das neue Video an Kann ich eigentlich diese Lampe anmachen? Pferdchen Vielleicht gibt es da auch wieder Hinweise Irgendwas im Haus oder so Eine Wand Irgendwo unten, die man einschlagen muss Aber ich habe die noch nie gesehen Ein Tunnel Und wieder diese Wand Okay Es scheint immer dasselbe zu sein Zoomt der rein? Ja, ne? Ist das Mädchengesicht? Ja, es ist immer dasselbe Okay Tun wir die mal wieder hier rein Mal gucken, was das hier nochmal war Greed Greed ist ja neu Haben wir Greed schon gemacht? Ah, Greed war dieser, dieser Schacht Diesen Schacht im Keller Den haben wir gemacht Vielleicht müssen wir mal Dinge hier im Haus erledigen Ah ja, und haben dann dieses Maskenteil gekriegt Da sind die Figuren Okay Und der Rabe Ah, die erzählen immer, was dahinter steckt Die geben so einen kleinen Einblick Jetzt fängt es wieder von vorne an Okay So, okay Greed haben wir erledigt Dann können wir das natürlich hier Reinstecken So, als zweites Negligence Abbrechen Gucken wir uns das nochmal an Ich möchte wissen, wo diese Bilder sind Und Das war das, glaube ich, mit den Bildern Ach, der TV-Room Die Wand in dem TV-Room Ist auf Vielleicht kommt da dann die Bilder hin Wenn das das mit den Bildern war Obwohl das dieser Einkaufswagen Das haben wir doch schon gemacht, oder? Kommen wir auch bekannt vor Das war das letzte Kapitel, was wir jetzt abgeschlossen haben Also das haben wir dann eigentlich auch erledigt Da haben wir ja auch irgendwie so ein Maskenteil bekommen Okay Zack Und dann nehmen wir mal das dritte raus Zack Nehmen wir das Zack Und abbrechen Ach so Hier Hier verwenden Ja, Videokassetten Sollte man auf dem Videorekorder verwenden Genau Das Das spielende Kind Da war es mit dem spielenden Kind Mal sehen Die Tür mit mehreren Schlössern Da sind zwei so Kronleuchter Da hängen die Bilder Okay Und wo sind die Bilder? Keine Ahnung, was das ist Habe ich noch nie gesehen Kühltruhe Schlafzimmer Ah Raum Storage Room Und das ist in der Ecke Irgendwo Ah, ich glaube ich weiß wo die sind Das müssten vier Stück sein Ich nehme das mal mit Wir müssen in den In den Fortschrittsraum Da müsste eins stehen Und das andere im Äh, war das hier? Da können wir komischerweise gar nicht rein Hier Das müsste im Schlafzimmer gewesen sein Äh, nicht Schlafzimmer Hier irgendwo Hier dachte ich Oder haben wir hier das Bild Eins auf jeden Fall noch in Pausen Oh Okay Okay Dwayne, Dwayne, I'm sorry I'll let you go now Talk soon Unsere freundlichen Nachbarin So, das Feuerzeug ist, äh, leer Weg damit Nächstes Hier müsste ein Bild rumstehen Guck mal, da steht es auch schon So Jetzt muss ich nochmal gucken Also, ich habe das Steht hier vielleicht noch eins irgendwo rum Müssen wir nochmal zum Fernseher gehen Drei Bilder habe ich Vier müssen es sein Wo ist das vierte? Irgendwo im Keller Das war sehr dunkel da Sehr, sehr dunkel Eins muss hier gewesen sein Das muss das hier gewesen sein Kann man zumindest nicht Vorstellen Welches sonst Ja, wir machen erst hier die Rätsel, ne? Die Rätsel Nochmal Kassette rein Nochmal gucken Aber was es dann für Räume sind? Keine Ahnung Räume sind Träume Wollen wir mal sehen, ne? Irgendwie ein bisschen doof, dass man sich alles nochmal angucken muss Ich muss ganz genau hinsehen Es war sehr dunkel Es muss ein sehr, sehr dunkler Raum gewesen sein Bei der Kühltruhe Genau, bei der Kühltruhe war eins Habe ich da schon geguckt? Und wie man sie anordnen muss Irgendwo mit zwei Kronleuchtern Ich weiß nicht, ob das Keine Ahnung, was das war Bei der Kühltruhe Im Schlafzimmer Im Safe Room Und in diesem Vorratsraum Es sind fünf Bilder Und hier Das haben wir Es sind sechs Bilder Ach du Scheiße Okay, irgendwo Ich würde sagen Irgendwo im Keller Irgendwo im Keller Gehen wir mal nochmal In den Keller Hier ist nochmal Dieses komische, eklige Ding hier Wird das größer? Auf jeden Fall sind es dunkle Räume Ich würde sagen Irgendwelche dunklen Räume Aber hier habe ich nichts gesehen Auf jeden Fall bei der Kühltruhe Und es ist ein Raum mit zwei Aber hier ist doch kein Bild, oder? Da oben Ah, da oben Alles klar Ein seltsamer Rahmen Was ist das für ein Fleck? Vielleicht hier irgendwo? Ach hier Guck mal Wo dieses Hier muss das sein Hier muss es irgendwo sein Hier ist dieses Dieses Funkelding Das war da Wie viel haben wir denn dann? Eins, zwei, drei, vier, fünf Aber ich weiß nicht in welche Richtung der geguckt hat Hier oben Oder doch hier hinten Beim Stromkasten Beim Stromkasten Oh nein, 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 nein Oh, nein Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier irgendwo sein muss Irgendwo hier Ich sehe es Ihr seht es wahrscheinlich schon Ich sehe es noch nicht Da oben doch Hinter den Kisten In der Ecke Ah, hier Ach, da steht es doch Hier haben wir es doch Okay, damit haben wir vier Jetzt muss noch irgendwo Irgendwo in einem Weiteren dunklen Raum In einem weiteren dunklen Raum Es muss noch ein Bild sein Und irgendwo wo zwei Wandleuchten sind, kommen die hin Klopapier Ja Ansonsten müssen wir mal gucken Müssen wir nochmal gucken Oh ja In einer weiteren dunklen Ecke Vielleicht doch in diesem Vorratsraum Achso, eins war ja in diesem Vorratsraum Das war ja hier hinten in der Ecke Genau, hier hinten in der Ecke Hier stand ein Bild Das war es auf jeden Fall Was haben wir denn noch für Räume? Ich habe hier am Klo Hier liegen wieder ganz viele Blätter Und so Wieder viel mehr Als sonst Okay, ich muss nochmal oben gucken Ich muss nochmal oben gucken Ich habe keine Idee Wo das sein könnte Oben haben wir ja schon nachgeguckt Ne So, jetzt gut hingucken Ich dachte ich könnte Pause machen Ach, das ist doch so ätzend hier Ist doch ätzend Aber wenn ich nicht weiß, wo ich die hinhängen soll Ist natürlich auch scheiße Irgendwo wo zwei Lampen Hängen Zwei Kronleuchter an der Wand Vielleicht auch im Arbeitszimmer Ich habe keine Ahnung Ist auf jeden Fall ein anspruchsvolles Rätsel hier Da sind die Bilder Zwei Doppelkronleuchten An so einer gestreiften Wand Gestreifte Wand Das ist Das haben wir Das ist Oben im Schrank haben wir Im Safe Room haben wir Das haben wir Aus dem Storage Room Und bei der Lampe Also Stromraum Haben doch eigentlich alle, oder nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins fehlt doch noch Eins fehlt noch Bin mir ziemlich sicher, dass das da war Dass das hier sein müsste Dass das hier stand Oder es ist ein anderer Stuhl Ist das vielleicht doch oben irgendwo? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre dieser Winkel gewesen Aber kann natürlich auch noch Oben irgendwo gewesen sein Dein Feuerzeug ist fast leer Wo haben wir denn so eine gestreifte Wand Mit zwei Kronenleuchtern Eigentlich hier, ne? Ja, zumindest sind da Kronenleuchter Was? Dein Feuerzeug ist leer Du brauchst es nicht aufbewahren? Ich glaube nicht Ah, jetzt ist es leer Haben wir hier noch ein Feuerzeug? Feuerzeug, Feuerzeug Glühbirnen haben wir hier Viele Also in der Garage Sehe ich jetzt nichts, was danach spricht Hier haben wir auch noch einen Vorratsraum Komm hier raus Gott, dieses Haus ist so verwirrend Da kommen wir einfach nicht durch Okay, gucke ich mal oben Hier beim Panda-Bär startet man auf jeden Fall das neue Kapitel Hier sind wieder diese schwarzen Flecken Es bereitet sich aus hier Ach, ich habe gar kein Feuerzeug mehr Ach, wie schade Mal im Arbeitszimmer gucken Mal im Arbeitszimmer gucken Habe ich das nicht aus dem Schlafzimmer rausgeholt? Ich bin mir ziemlich sicher Ich hätte das aus dem Schlafzimmer geholt Da ist es nämlich nicht mehr Das ist nicht mehr im Schlafzimmer Hm Ich war mir so sicher Dass ich alle hatte Wir haben definitiv das aus dem Wir haben definitiv das aus dem Stromraum Wir haben das aus der Kühltruhe Kühltruhenraum Wir haben das aus dem Storage Room Wo du um die Ecke gehen musst Wir haben das aus dem Kleiderschrank Wir haben das aus dem Safe Room Es bleibt eigentlich nur Wo ich mir nicht sicher bin Das Bild hier Ach, da oben Okay, jetzt haben wir alle Jetzt haben wir alle Jetzt muss ich nur noch wissen Wo ich die dran packen muss Oh, hier Kühlschrank zu Also, ich würde sagen Also Da irgendjemand mal geschrieben hat Das ist im Keller Müssen wir noch mal im Keller gucken Ich muss sowieso in den Keller Weil da sind noch Feuerzeuge gewesen Oh Gott Hier ist dunkel Dankeschön Gehen wir erstmal hier lang Was zum Okay Warte mal Exit Wir müssen es da durchkloppen Das ist Okay Oh Oh nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Gute Wand Warum Es war doch die Wand Oder nicht Ich habe kein Feuerzeug mehr Dein Ernst Muss ich auf den richtigen Stein hauen Da oben vielleicht Der sieht so Brücklich aus Ich glaube Das kann ich vergessen Die hätten ja mal wenigstens Feuerzeug da hinlegen können Ich war ja gerade auf dem Weg Um mir eins zu holen Aus dem Keller Ich habe keine Ahnung Oder muss ich da durch Oh, 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 oh hier Das ist das schon Blöng Toms Super In Napres Cloud House Birds Super hopefully Wonderful Rainbow Seit von EDIVI Keine Ahnung. Ich versuch's noch mal in einer anderen Richtung. Okay. Einverstanden und rapide ab. Ja, ist ja nett. Aber ich komm nicht da hoch. Oh, oh. Hier. Exit. Dann muss ich da wahrscheinlich auch noch was kloppen, hä? Warte, nehmen wir noch mal die Pillen. Für den Verstand. Oh, oh. Nein. Was? Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich fucking seh nichts. Okay. Okay. Ja, hi. Ja, hi. Hm. Das ist natürlich übel, wenn du komplett in dem scheißdunklen Raum bist und kein Feuerzeug mit hast. Und da liegt keins. Vor allem, weil ich gerade auf dem Weg war, mir eins zu holen. Ah, es ist... Was? Wie lösen wir das denn jetzt? Ohne Feuerzeug. Scheinbar müssen wir hier mehrere kaputt kloppen. So, und ich vermute da auch. Das Problem ist, ich seh hier nichts. Doch, da ist was. Hier, was ist denn das hier? Oh. Oh, hier kommt man hoch. Hier ist aber Ende. Hier ist Ende. Hier gibt es auch nichts zum kaputt kloppen. Klappen. Ah, wie komme ich denn da in mein Zimmer wieder hoch? Oder in das Zimmer? Du musst mit beiden... Ach so. Okay. Du musst mit beiden... Hä? Du musst mit beiden Händen greifen. Ich will da hoch. Okay. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Nein. Es ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich auch meinen Hammer verloren. Ich habe meinen Hammer fallen lassen. Tja. Ich glaube, ohne Feuerzeug komme ich hier nicht weiter. Ich muss einen älteren Spielstand laden. Weil ich sehe halt wirklich nichts. Es ist halt schwarz. Ich dachte, ich müsste den Hammer hochladen, weil ich mich mit beiden Händen da hochziehen soll. Das ist doch scheiße. Ah. Letzter Automat. Wir haben nur das. Ich habe nur die. Wie kacke ist das denn? Wenn man jetzt wirklich ein Feuerzeug dafür braucht und ich habe keins und ich stecke jetzt da fest und es ist dunkel wie ein Hühner. Apropos, wie komme ich denn da jetzt weiter? Wie komme ich denn da jetzt weiter? Es ist ja jetzt nicht gerade sehr entertaining hier. Also. Versuchen wir es nochmal hier. So. So, da können wir die Wand aufmachen. Da geht es nicht weiter. Hier können wir die Wand aufmachen. So. Weil ich nur versuchen kann. Ähm. Optionen. Video. Ob ich hier irgendwie, ob ich hier irgendwie den Gamma-Wert, hier, Gamma, Gamma ganz hoch anwenden. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht. Aber es ist schon trotzdem. Schwarz ist trotzdem schwarz. Ich muss hier mit beiden Händen greifen. Hab ich doch. Oh. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich kloppe jetzt nochmal hier. Aber ich glaube, ich muss einfach, ich muss einfach woanders kloppen. Aber bin ich doof und sehe hier kein... Oh Gott ey. Jetzt helfen wir noch Tabletten, um bei Sinne zu bleiben Ich habe ja kein Feuerzeug Ich weiß nicht, wie ich sie lösen soll Wahrscheinlich muss man durch dieses Labyrinth Diese Wände finden, muss die einkloppen Das ist wahrscheinlich so Das, was man tun muss Aber wenn man kein Feuerzeug hat Und da keins ist, dann ist das natürlich Blöd, blöd, blöd Gamma-Korrektur wieder hier auf Mitte Anwenden Weiterspielen Ja Das ist natürlich blöd Ich gucke nochmal, ob hier irgendwo ein Feuerzeug rumliegt Oder wir sonst irgendwie was haben Oder vielleicht mit dem Kompass Na, der zeigt auch immer noch das gleiche an Vielleicht ist es aber auch Sinn des Spiels Dass du extra im Dunkeln rumrennen musst Und hier gucken musst, wo du diese Wand zerkloppen musst Hier rechts vielleicht noch Ich weiß ja nicht, was das hier bedeuten soll Sie hätten doch mal hier wenigstens Feuerzeug hinlegen können So, mal gucken, ob hier noch was ist Es sind hier keine Räume mehr Oder da Doch Tja Immer manuelle Speicherpunkte anlegen, Leute So sieht es nämlich aus Hier ist noch Da, da, da ist eine Wand Hier ist eine Wand Ich kann sie sehen Ja Du wirst mich nicht kriegen Gibt ja an der anderen Seite auch noch einer Ach komm schon Okay Wir müssen Wahrscheinlich müssen es vier Wände sein Und wir müssen die alle finden Müssen wir uns nur beeilen Und lange genug im Licht stehen Ist das ein Scheiß Ist das ein Scheiß Das Das ärgert mich Das ärgert mich Aber wir machen das jetzt diese Folge noch Wir kriegen das jetzt irgendwie hin Irgendwie muss das schon funktionieren Fangen wir mit den dunklen Räumen an Das ist glaube ich am kritischsten Also die Räume Äh, hallo Die Räume, wo ich weiß Ich habe immer noch einen ziemlich hohen Gamma Also irgendwo hier Nein Warte mal Hä Nochmal zurück Wo ist der Exit Room Da Okay Okay Bleibt mal hier stehen Mal Pillen nehmen Es dauert doch noch auf Bis dieses Scheiß Symbol weg geht hier So Also hier Irgendwo hier links Hä Ey Na Was ist das Das ist das Das ist das Das ist das Ich habe doch die Pillen genommen Ist doch Bullshit Da ist die Wand Ist denn auf der anderen Seite auch eine Mauer Ja ich sehe da hinten so ein So ein Licht leuchten Deswegen vermute ich Ist da auch eine Mauer Das ist ein schönes Bett Okay 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 Eine Uhr Ein Bett Okay Ey komm schon Der Verstand war doch in Ordnung Ah das sind diese Diese Momente Sind so Die so ein Spiel Komplett Komplett kaputt machen Finde ich Die machen Spiel einfach Komplett kaputt Weil das kannst du nicht Ad hoc schaffen Das geht einfach nicht Weil du bist ja in dem Gang Du kannst dich mal weg Wenn du einmal siehst Der kommt auf dich zu Vergiss es Ganz vergessen Vorbei Egal wie schnell Oder wie gut Du das geschafft hast Vergiss es einfach Vergiss es Starten jetzt mal mit Kompletter Sanity hier Hallo So Vielleicht ist es auch doch besser Hier diese Beiden zuerst zu machen Weil vielleicht kommt er auch erst Wenn wir da in dieses dunkle reingehen Ich weiß es nicht Bis man dann hier auch endlich mal in diesen scheiß Räumen ist Weißt du Ich glaube wir müssen dann auch Erstmal hier stehen bleiben So Oh Ah Warte mal Ah Na klar Fick dich doch Das darf doch nicht wahr sein Okay Wir müssen mit den Lampen arbeiten Ah das ist Das darf doch nicht wahr sein Aber wo rennt er denn rum Ich seh den nicht Ich seh den einfach nicht Mein Nacken wird immer verspannter So Zack Also Oh oh Wo müssen wir rein Wo kommt er denn her so schnell Ist das Sind wir schon Starten wir schon mit dem Save Punkt Wo man Wo man komplett Banane ist Oder was Ihr müsst jetzt mitleiden Ich werde das nicht schneiden Ihr werdet jetzt mitleiden Ihr habt es Guckt jetzt schon eine Stunde In das Video Ihr müsst einfach weiter gucken Wir starten hier schon mit komplett rot Deswegen müssen wir jetzt hier einfach warten. Ich nehme mal hier so eine Pille zur Sicherheit. Hallo? So. Also, da ist der Exit. Dann nehmen wir jetzt diese scheiß Lampe, oder meinetwegen diese hier. Und arbeiten uns jetzt hier Stück für Stück für Stück vor. Jetzt sollte eigentlich nichts passieren. Sollte eigentlich alles gut sein hier. Ah, dann geht das so. So funktioniert das dann hier. So. Schön im Licht bleiben, ne? Ich bin im Licht. Ich bin im Licht. Okay. Da geht es nur wieder raus. Aber da müssen wir gar nicht hin. Was ein langer Gang, du. Okay. So funktioniert es. So funktioniert es, Freunde. So funktioniert es, ohne dass wir Probleme bekommen. Noch besser hätte man das Spiel nicht machen können. Aber ist natürlich cool. Jetzt, wo man die Lösung weiß, fühlt man sich natürlich cool, ne? Da denkt man, man hat es voll drauf. So. Das so gut ist immer das... Oh, okay. Das rein- und rausschrauben. So, das müssten jetzt aber alle vier gewesen sein hier. Oh, ist mein Hammer kaputt. Ah ja. Was haben wir da? gefunden, Fortschrittsgegenstand. Okay. Müssen wir mal gucken. Das sind irgendwie Teile von der Maske. Und jetzt sind wir wieder hier. Äh. Und der Raum ist wieder normal. Das hier... Das... Das ist... Aber das ist cool gemacht. Das ist wirklich... Das ist wirklich cool gemacht. Das ist wirklich cool gemacht. Okay. Ich werde mich jetzt sowas mit Feuerzeugen eindecken. Das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr gar nicht. Ich muss nur noch mal eben gucken, wo die sind. So, guck mal. Da ist die Streifentapete. Ich vermute, dass man hier die Bilder hinhängen muss. Das kannst du hier nicht verwenden. Hm. Vielleicht von der anderen Seite. Da ist aber keine Streifentapete. So, hier waren auf jeden Fall... Hier habe ich... Hier habe ich schon Feuerzeug... Eigentlich habe ich den Feuerzeug gesehen. Eigentlich lagen hier Feuerzeuge rum. Oder waren die hier im... Äh... Dingensraum. Da, guck mal. Ha. Haben wir noch mehr irgendwo? Also hier haben wir so eine schöne... So eine Streifentapete. Aber noch eine Streifentapete sehe ich nicht. Also wo kommen die Bilder hin? Wo kommen die Bilder hin? Hier ist so eine Lampe. Das ist definitiv schon mal so eine Lampe... Die neben dieser Streifentapete hing. Aber ansonsten... Vielleicht können wir es auch jetzt noch nicht machen. Das kann natürlich auch sein. Hm. Liegt hier vielleicht noch irgendwo ein Feuerzeug? Nur Flaschen. Ja, es ist... Wahnsinnig dunkle in dieser Ecke. Unmöglich. Okay. Streifentapete. Streifentapete. Vielleicht doch im Wohnzimmer. Und wir gehen mal nochmal in unseren Fortschrittsraum. Und gucken, ob da... Ob wir da diese... Diese Maskenteile irgendwie sehen. Ah. Ah ja. Einige Teile sind zu sehen. Aber es fehlt etwas. Eins, zwei, drei. Mit dem Spiegel das Auge. Wir müssen natürlich das letzte Kapitel noch starten. Hier ist auch noch ein Feuerzeug. Das lasse ich mir nicht nehmen. Weil das brauchen wir. Das Kapitel... Kennen wir auch schon. Ich würde mich jetzt auch nicht wundern. Wenn wir die Bilder vielleicht irgendwo aufhängen müssen. Was wir nicht kennen. Ich speichere erstmal manuell hier. Ja, auf jeden Fall. So. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Hier sind auf jeden Fall genug Glühbirnen. Hier ist ja auch noch... Für irgendwas einen Schlüssel brauchen wir da noch. Da ist die Kiste drin. Ja. Sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr einen Daumen nach oben lasst auf diese Folge. Auch wenn ich es nicht sofort gecheckt habe im Keller mit den Lichtdingern. Und mich aufgeregt habe. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja schnell dabei. Aber wir haben es ja doch noch geschafft. Und dann das Ganze wunderbar ungeschnitten ist. Habe ich auch nirgends so nachgeguckt. Das ist auch immer super. Ja. Da sieht man, dass man... Auch wenn man blöd ist. Doch noch irgendwie drauf zukommt. Was denn... Geht die hier nicht? Ja. Okay. Ja. Nächste Folge dann starten wir mit dem dritten Kapitel. Und das vierte Kapitel soll dann, glaube ich, hier in dem Haus sein. Also es soll insgesamt vier Kapitel geben. Wahrscheinlich ist es das Kapitel, dass wir jetzt schon Sachen suchen müssen. Aber vielleicht können wir die Bilder auch noch gar nicht aufhängen. Aber ich meine, wir haben alle sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Es fehlen aber auch noch Videokassetten. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel endet. Haut rein, Leute. Ciao. Hey, ich bin Ciao. Ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu Visage. Wir haben noch ein Kapitel vor uns. Und dann spielt das letzte Kapitel wohl hier im Haus. Ich überlege gerade, ob ich schon mal das Feuerzeug wieder wegstecke. Hier, warte mal. Zack. So. Und das nehmen wir noch mit. Ach nee, lassen wir so. So, wir starten jetzt, glaube ich, das letzte Kapitel, was wir soweit haben. Das ich auch schon kenne. Na, allerdings ist das schon... Ja, das war das Erste, als die Early Assets rauskam, was ich gespielt habe. Von daher bin ich sehr gespannt. Was übrigens total interessant ist, dieses Haus zerfällt nach und nach mehr und mehr. Jetzt haben wir hier so einen Riss. Wir haben schon diese komischen Flecken an der Decke gesehen. Wir sehen diese schwarzen Flecken hier. Das ist immer nur ein Fragezeichen. Keine Ahnung. Auch hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Erstmal Fernseher ausmachen. Und dann starten wir das neue Kapitel. Und ich weiß noch, das war ziemlich schlimm. Es war ziemlich schlimm. Okay. Dazu müssen wir zum Panda-Bären annehmen. ein heimtückischer Freund. Und scheinbar hat sich nichts verändert. Aber irgendwas wird sich verändert haben. Wir können immer noch auf den Dachboden, by the way. Gehen wir mal in Lucys Zimmer. Speichern. Interagieren. Keine Ahnung. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Im Moment sehe ich nichts Ungewöhnliches. John und me. Und die ganze Family. Ich weiß, dass es irgendwie hier anfängt. Aber ich weiß nicht mehr genau wie. Die Wäsche. Der wahre Horror. Oh, was ist das? Ich höre da irgendwas auch. Unten. Hier sieht es auch, dass überall diese Blätter drin und so. Oh, Fernseher ist schon wieder angegangen. Frechheit. Hallo, Lucy. Das ist dein Kapitel. Zeig dich doch mal. Telefon. Nein. Drehen wir mal eine kleine Runde. Vielleicht noch mal im Safe Room vorbeischauen. Eins, zwei, drei. Durch die Garage gehen. Haben wir eigentlich noch die Bilder? Haben wir auch noch. Und das Lucy Bild. Das kannst du hier nicht verwenden. Okay. Wo kann ich das denn sonst hinstellen? Hier dreht schon wieder mein Verstand durch. Ich glaube, ich gehe mal hoch. Wir konnten ja in dem Kinderzimmer enthalten. Okay. Ja. Jetzt weiß ich sie da. Oh, guck mal. Deswegen interagieren. Klopf, 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 klopf. Hört genau hin. Lusys schwarzer Freund. Er antwortet nicht mehr. Aber was ist auf der anderen Seite? Das Kleid, was da hängt, ist ziemlich gruselig. Was ist auf der anderen Seite? Oh. Da ist ein Handabdruck drauf. Teddy. 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 Scheiß Fernseher wieder. Scheiß Fernseher wieder. Oh. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Wo machen wir denn hier das Licht dann? Besser. Mal schnell was gegen die Panik tun. Ich weiß gerade jetzt schon wieder an. Ich weiß gerade jetzt schon wieder an. Das ist im Keller. Hier ist das Grammophon. Das ist der... Okay, ich kann es nicht ausmachen. Das ist der Kühltruhenraum. Wir müssen in den Kühltruhenraum. Ich erinnere mich ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da... Bin weh. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da... Hallo Lucy. Bist du hier? Bist du hier? Hallo? Darf ich zu dir hingucken, oder wie war das nochmal? Oh Gott. Hallo Lucy. Was hast du in der Hand? Ich muss im Licht bleiben. Okay, sie geht wieder. Ich muss im Licht bleiben. Was hat sich fallen lassen? Eine Spritze. Oh, nein. Ich gehe zum Licht. Ich bin im 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 Licht. Ich höre sie wieder. Aus hier. Warum geht das nicht aus? Ich glaube, das kommt aus dem Licht. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich lasse das Licht an. Sie spielt mit uns. Oh, ich kann mich wirklich an so viel nicht mehr erinnern. Da liegt noch ein Feuerzeug. Oh. Blitz alle. Der freundliche schwarze Mann mit seiner Freundin Lucy. Okay. Packen wir die mal da rein. Das funktioniert ja nicht mehr. Da ist jetzt was rot. Und hier ist das Licht. Aus. Oh. Guilt. Schuld. Ein kleiner Teddy ist hier. Oh, die Tür ist weg. Das ist ein sehr merkwürdiger Ort. Das ist wieder so nebelig. Silent Hill mäßig hier. Das ist wieder der Panda. Ist ja am weinen. Ne, das sieht nur so aus. Und er? Hasi haben wir ja gerade schon gesehen. Diesen wunderschönen Strick-Teddy oder was das ist. Sieht aus wie gestrickt. Oh, was liegt da? Ne Raupe. Ein sehr großer Panda-Bär. Ein sehr großer Bruger. Der will mich nicht angucken. Der ist beleidigt. Ein Baumhaus. Oh ja. Ja. Was? Hm. Können wir da hoch. Wird da noch was? Ne. Haben die mich gerade schon alle so angeguckt? Oh. Ich warst über den Ast gestolpert hier. Ach so. Ich muss hier hochklettern. Ich dachte, da geht eine Animation los. Ja. Einmal abgelenkt von der Nachricht, ne? Ich bin Lucy. Hallo Lucy. Er hat mit ihr über den TV geredet. Ich möchte dein Freund sein, Lucy. Hat er ihr über das Radio gesagt. Dann kam er raus aus dem Fernseher und hat mit ihr gespielt. Ah, dann wurde Lucy böse. Traurig. Und der schwarze Mann hat draußen auf sie gewartet. Und irgendwann hat er sie mitgenommen zu Pico. Pico. Pico tot. Und ich habe gesagt, der Freund Freund war es. Da ist ein Auge. Mehrere Augen. Was ist das schön hier? Das Baumaus. Oh, hier gibt es so einiges. Blätter. Was ist das da? Ach so, das sind Buntstifte. Können wir nicht aufnehmen. Ein Radio. Verschlossen. Du brauchst kleiner Schlüssel. Ich habe nicht kleiner Schlüssel. Oder gibt es den möglicherweise hier irgendwo? Raus kommen wir aber auch nicht, ja? Ah, die Matruschka. Ah, guck mal. Wer weiß, wo ich die überall nicht gesehen habe. Einen kleiner Schlüssel habe ich nicht. Ist der vielleicht irgendwo? Oh, ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Okay, wir müssen uns mal hier die Zettel genauer angucken. Ich könnte mir vorstellen, der ist hier irgendwo versteckt. Da, guck mal. So sieht es nämlich aus. So war das nämlich. Oh je. Und dann hat sie angefangen mit den Spritzen. Oder wurde gespritzt? Also. Lucy. Listen to me. I love you Lucy. Stay with me Lucy. It's bad Lucy. It has to go away. Don't tell anyone Lucy. Me and you. I want to help you. It's not what it seems Lucy. Your parents wouldn't understand Lucy. Was? Was soll ich los werden? Hab ich noch diese Spitze? Und da fiel Lucy in ein Loch. Also wenn das sich mal wieder ganz stark Richtung Missbrauch geht, weiß ich auch nicht. Ah, ich erinnere mich, Lucy hat sämtliche Lichtschalter abgebaut. Glühbirne reparieren. Bringt es überhaupt was, den Strom anzustellen? Ah, guck mal, wir haben ja noch Pillen. Das bringt überhaupt nichts. Haben wir noch Kerzen. Da ist auch noch ein Feuerzeug. Können wir den Kompass eigentlich mal fallen lassen? Dann lass ich den einfach mal hier legen. Den brauchen wir ja bestimmt nicht. Packen wir uns nämlich ein Ersatzfeuerzeug mal hier rein, weil ich weiß, es war sehr dunkel. Oh. Wir sollen den Lichtschaltern folgen scheinbar. Und dann nach links. Und die Treppe rauf. Und dann löst ichs Zimmer. Da kann man aber nicht rein. Oh, was? 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 Dein Kompass ist jetzt im Lagerraum verstaut. Sie hat überall das Licht ausgemacht. Okay, vielleicht kommen wir hier durch das Elternschlafzimmer rein. Oh ja. Viel besser. Viel besser. Haben wir noch mehr Kerzen hier? Was klappert hier? Sarah und Dad. Das klemmt. Eine Tür hinter einem Poster. Oh, ich sollte mal eine Pille nehmen. Okay. Okay. Ich weiß, was ich hier tun musste ungefähr. Ach, eine rote Tür. Das klemmt. Warte mal, wir haben noch die Kamera. Hier ist auch noch ein Ding. Ich glaube, ein bisschen weiter rein. Da hinten ist auch noch eine Tür. Ich weiß nicht, ob ich den schon durchsucht habe. so. Ich bin... Oh Gott! Oh, Licht. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Da. Ich weiß nämlich, hier war irgendwo ein Schlüssel drin. Aber noch mehr. Oh Gott. Oh Gott. Vergessen, wie schlimm das ist. So vergessen, wie schlimm das war. Das war schlimm. Nein, Lucy. Radio und Vogel. Ich habe immer noch diese Nackenschmerzen. Oh. Da kommt so ein Horrorgän natürlich richtig gut, wenn man so richtig schön verspannt hier. Das klemmt. Okay. Haben wir vielleicht noch einen Schlüssel? Haben wir nicht. Oh. Die Tür ist mal wieder weg. Ich stecke mal eben hier was weg. Und auch das. Ist ja hell genug hier drin. Oh Gott. Alles klar? Ach, du hast das Vögelchen tot gemacht. Komm, ich leuchte hier mal. Ach, funktioniert nicht. Ach, gut. Eine Tür. Die Kuscheltiere in die Wand eingemauert quasi. Was ist das? Die schwarze Hand überall drauf. Können wir irgendwas machen? Oh. Ein kleiner Kleiderschrank mit kleinen Vögeln drin. Hat sie den toten Vogel vielleicht in ihrem Kleiderschrank versteckt? Ah. Licht mag er nicht. Damit kriegen wir ihn weg. Damit kriegen wir ihn tot scheinbar. Wenn wir dieses Blitzlicht benutzen hier. Sind wir wieder zu Hause? Das bringt hier gar nichts. Der Kleiderschrank von gerade. Nein. Der Ali ist klar. availability steht está. Stationen. 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 Ah, Kiefer einer Schaufensterpuppe gefunden. Okay, das kommt mir jetzt ziemlich unbekannt vor. Haben wir noch keine Lichtschalter? Wir haben immer noch keine Lichtschalter. Stecken wir das mal weg. Nehmen das noch. Hier hat sich nichts verändert. Guck mal hier, Double Licht. Hier hat sich nichts verändert. Funktioniert nicht. Okay. Darkness haunts you. Die Dunkelheit jagt dich. Oder verfolgt dich. Auf der Tafelstelle. Oh, scheiße. Ich muss mal schnell eine Pille nehmen. Soll ich da wirklich rein? Ah, ich bin im Schlafzimmer. Okay. Okay. Hier waren wir ja schon drin, ne? Warum sieht das alles so komisch aus? Okay. Oh Gott. Die ist scheiß Kamera, ey. Okay, ich glaube, wir müssen runter. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Eigentlich. Muss ich wieder in den Keller? Muss ich wieder in den Lichtschaltern folgen? Zurück. Kann ich jetzt fast sagen, ne? Okay. Hm. 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 Ach, guck mal, hier gibt's Licht. Ich fühl mich gleich viel besser hier. Okay, wo müssen wir hin? Da steht eine Puppe. Genauso wie in dieser Miniatur. War die schon vorher hier? Die Schaufensterpuppe war noch nicht da. Wir kommen jetzt auch nicht mehr hier in die Ecke rein. Oh, es ist, äh, ich muss es mal fallen lassen. Dein Feuerzeug ist fast leer. Vielen Dank auch. Oh, scheiße. Da haben wir wohl nicht schnell genug. Da haben wir wohl nicht schnell genug unsere Pillen genommen. Okay, die Schaufensterpuppe ist da. Das war genau wie in dieser Miniatur. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen vielleicht den Schrank öffnen, aber das hat nicht geklappt. Ach, guck mal, wir müssen das alles nochmal machen. Also nochmal wieder hier rein. Hier? Aha. Jetzt können wir uns mal von nahem angucken hier. Wenn man weiß, was passiert ist, ist gar nicht gruselig. Okay. Aber was ist der nächste Tipp? Wo müssen wir hin? Ich würde sagen, auf jeden Fall in den Keller. Ehe, Schaufensterpuppe stand. Erstmal speichern. Dass wir das nicht nochmal machen müssen. Ist so schnell unser Verstand runtergegangen? Ist so schnell... Oh, hoffentlich schaffe ich das jetzt noch eine Pille zu nehmen. Das wäre ja richtig doof. Also jetzt haben wir das Schnelllade-Ding. Hm. Hm, 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 hm. Mal sehen. Schnellpille nehmen. Wenn ich mal erstmal hier in dem Licht warten. Hier ist gut. Okay. Und nochmal speichern. Ja. Oh, zu dunkel. Ich gehe mal in den Keller. Es muss ja irgendwas... hier gewesen sein. Weil die Schaufensterpuppe war noch nicht da. Ja. Ah, vielleicht müssen wir ihr den Kopf aufsetzen. Oh. Okay. Oh Gott. Oh, das Kapitel ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Ich rutsche schon... runter in meinen Stuhl, ey. Jo. Das funktioniert hier nicht. Da kann ich es auch wegstecken. Links, rechts. Geradeaus. Ist hier ein Schrank. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Gehen wir erstmal hoch, ne? Oh Gott. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Zur Uhr? Da ist wieder der Böse. Oh. Ah, hier sind die Kratzer von ihm. Ich will trotzdem noch mal hier gucken. Was war das? Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Secret rum oder so. Ist auf jeden Fall ein sehr... Twist. Das Haus ist twisted. Schön genutzt, ey. Ja, ist gut. Ja. Ist gut. Okay. Da geht's weiter. Dann müssen wir, glaube ich mal... ...noch mal im Schrank gucken. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich hier gucken will. Kann ich das jetzt verwenden? Funktioniert nicht. Okay, der Schrank ist leer. Dann... ...verpässe ich mich auch hier. Dann habe ich hier... ...gar nichts zu suchen. Geh weg, Löwe. Dann waren wir hier schon richtig, ne? Das ist auf jeden Fall... ...jumpscare-technisch... ...ist das auf jeden Fall das komplexeste... ...kapitel hier. Ein paar davon kannte ich sogar noch. Hier, der wirft nämlich... Es ist einfach... Okay, mal sehen, an was ich mich noch so erinnere. Vielleicht hat es euch jetzt sogar mehr mitgenommen als mich, aber... ...mich nimmt es jetzt immer noch mit. Obwohl, obwohl ich schon... ...oh, ich kann gar nicht speichern. Obwohl ich ja schon so einiges gewohnt bin, ne? Aber ja, wir machen das zusammen irgendwie, somehow. Geh weg! Tröten nicht hier rum! Geige spielen ist okay, aber tröten nicht. Oh, mein Rasenmäher. Bisschen zugestaubt, aber naja. Hier sieht es aus wie ein Resident Evil irgendwie. Ah, warte mal. Hör auf damit! Hier ist eine kleine Treppe. Ist alles so unfertig hier. Okay, viele Schränke. Welcher ist der richtige? Nehmen wir mal den. Nichts drin. Den? Was muss ich denn hier finden? Vielleicht den Ausgang? Was muss ich denn hier finden? Oh, Gott! Oh, das war der Falsche. Okay, den dürfen... Den dürfen wir auf gar keinen Fall öffnen. Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Das macht mich fertig. Diese Ladezeiten dazwischen. Woher weiß ich jetzt, welcher Schrank der richtige ist? Muss ich vielleicht ganz schnell fotografieren? Das war ja der in der Mitte, ne? Oh, hier sind Kerzen. Warte mal. Oh. Kann ich da runter? Oh, ich darf das gar nicht aufmachen. Oh. Tick-Tack. Panda-Bär. Ah. Ich kann mich hier hinsetzen, nur damit das passiert. Nicht mal Pause kann man hier machen. Oh, wieder ein Schrank. Ich kann mich hier hinsetzen. 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 Okay, da geht es weiter, okay, da können wir, oh, ist das creepy ey, ich muss nur mal da hinten gucken. Okay, der Schrank ist leer, hier kommen wir wieder zurück. Das war der eigentliche, der eigentliche Weg, hier waren wir noch gar nicht. Es gibt so viele Räume. Können wir eigentlich jetzt eine Kerze anmachen? Funktioniert hier nicht. Oh, was? Oh Gott. Was? Oh, wir sind halt da durchgegangen, ne? Das ist echt verrückt hier. Oh, jetzt die Kerze an. Aber nichts drin. Dunkler, dunkler Raum. Was ist hier? Kriegt man nicht auf. Keine Ahnung, was da ist. Ein weiterer Schrank mit Licht. Okay, müssen wir zurück. Huch. Wo? Da lang. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, wo wir hinkommen. Können. Durch das Loch. Obwohl, ne, warte mal. Hier, so, warte mal. Hier war noch was. Was ist hier? Ein Stuhl. Ging es da weiter? Ging es nicht weiter. Da waren wir auch schon drin. Dann nur hier. Hier was aufmachen. Keine Trompete im Flur. Interagieren. Oh, diese Kanäle kenne ich. Okay. Ich habe eine Latte. Da freue ich mich doch. Oh. Vielleicht haben wir dadurch irgendein... Ah, warte mal. Vielleicht haben wir den Raum. Der blockiert war dadurch freigemacht. Wo muss ich denn hin? Ob das wirklich der Fall ist? Ne, hier waren wir schon. Muss zurück. Hier lang. Okay, ich würde jetzt gerne nochmal... Ich kann nicht speichern. Da komme ich gar nicht mehr her. Geht nur da lang. Was ist so dunkel, ey. Okay. Möglicherweise komme ich jetzt durch die Tür, die blockiert war. Ich glaube, so war das. Ich glaube, so war das. Hier war der Balken vor. Hier war der Balken vor. Ist da irgendwas? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hier. Hier war der Balken vor. Hier war der Balken. Hier war der Balken. Hier war der Balken. Hier ist noch eine Tür. Ich habe immer Angst, jede weitere Tür aufzumachen. Hier ist noch eine Tür. 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 Ich frage mich, ob hier die Matruschkas auch irgendwo wieder versteckt sein könnten. Hier ist noch eine Tür. 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 Hier ist noch ein 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 Tür. Verschlossen. Du brauchst rostiger Schlüssel. Einen rostigen Schlüssel gefunden. Hey, das war ja einfach. Trotzdem bin ich noch neugierig, was hier ist. Ah, hier ist das Ende. Irgendwas für mich? Nö. Oh Gott. Oh, dieses entspannt sein von der Angst, das verspannt sein. Oh Gott. Das geht mir total auf den Nacken. Ich glaube, ich sollte mal eine Pause machen. Okay, wir machen aber weiter. Ich mach gleich eine Pause. Okay, den rosigen Schlüssel haben wir. Den rostigen. Hier ist auch noch was. Wasser, das ist ja cool. Oh, oh, okay. Gehen wir erstmal da durch. Ja, ein Brett. Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wahrscheinlich dahin, wo das Wasser ist. War ja so eine Art Loch. Ah, das Prinzip kennen wir ja schon, ne? Dummerweise fallen mir dann auch immer die Rätsel ein. Aber so geht's für euch schneller. Der Nachteil, wenn man die Early Assests spielt und nicht, äh, wartet, bis das finale Spiel raus ist. Aber, hm, ich glaube, viele haben auch durch das Early Assests zu, oh Gott, zu meinem Kanal gefunden. Ich kann den aufmachen. Nein. Ah, okay. Was? Was? Der steht da. Hallo. Bleib schön drin. Schön drin bleiben. Schön drin bleiben. Ich hab genug von euch. Okay. Kommen wir hier durch. Oh! Ich bleib hier unten. Ich bleib hier. Hier ist sicherer. Da komm ich nicht her. Oh Gott, ist das schlimm. Bitte nicht wieder los hier am Ende. Oh Gott. Ja, fuck. Ich glaube, die haben das Kapitel zuerst gemacht. Da haben sie alles rausgehauen, was sie hatten, ey. Alles rausgehauen, was sie hatten. Oh, hier ist wieder unser Typ mit der Mund-Nasen-Bedeckung. Sehr vorbildlich. Oh, wieder was zum Reinspringen. Hui. Und nochmal der. Nichts zum Lesen, nichts zum Mitnehmen. Die Garage. Da müssen wir hin. Aber wie? Ach, hier hoch. Okay. Vorsichtig. Vorsichtig. Über all den Müll. Über das scheiß Auto. Das übrigens wieder heile ist scheinbar. magische Selbstheilung. Was war das? Achso, meine eigenen Trippelschritte hier. Ich gucke gerade, ob hier irgendwo noch eine Matruschka rumliegt oder so. Scheinbar nicht. Sieht aus wie Leichensäcke. Geht nur nach innen auf. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Oh. We are back. Oh, was? Okay. Können wir das Feuerzeug wieder benutzen? Vermeite es zu lange im Dunkeln zu stehen. Ist hier gut? Da ist eine Kerze. Die können wir da aufstellen. Oder hier. Okay. Können wir da noch mal eine Pille nehmen? Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Ja, guck hier. Die Kratzer. Hier sind die Kratzer an der Wand. Ruhe. Okay. Wir müssen hoch. Ins Badezimmer. Hier gibt es wenigstens Licht, du. Ich könnte noch ein paar Pillen gebrauchen. Oh, noch ein Feuerzeug. Guck mal. Ah, hier. Sehr schön. Vielen Dank. Packen wir da hin. War eigentlich auch noch welche drin? Nur leere. Mal zu wieder. Oder hier. Fangen wir eigentlich diese ganzen Schränke, wenn da nichts drin ist. Das klemmt. Ja, Zahnpasta und Klopapier haben wir auf jeden Fall. Dann wieder zu. Haben wir auf jeden Fall genug. Okay, wir kommen auch nicht raus. Was sollen wir hier tun? Ich weiß noch, was man ungefähr tun muss. Ungefähr. Aber nicht mehr genau was. Aufs Klo gehen wahrscheinlich. Zeitung lesen. Johnny Walker trinken. Oh. Bathroom. Oh. Hallo. Okay. Ah, ich denke mal, Lucy wurde quasi missbraucht. Und ja, hat dann keinen anderen Ausweg mehr gefunden. Vielleicht hat sie sich, die Spritze steht ja vielleicht für Drogen oder so. Hat sie noch beobachtet. Steigt das Wasser? Ich stehe halt immer noch aus. Bis wir noch was finden hier. Mal genau hier gucken. Das klemmt. Ah, die Wanne wird voll. Ist schon wieder dunkel, oder? Ah, was? Ah, zu hier. Zu. Zu. Interagieren. Erstmal baden. Ja, das wird meinem Nacken gut tun. Das ist... Oh. Schöne, heiße Wanne. In so einem Horrorhaus. Da geht es einem dann immer gleich besser, wa? Okay. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Supper's ready, come on up! Lucy? Why would she do that? She loved Pico! I don't know. Sie hat Pico den kleinen Vogel umgebracht. Wahrscheinlich aus psychischem Druck durch den Missbrauch oder so. Oh, eine Sandbank. Du hast die Diagnostik gehört. Sie könnte in Gefahr sein. Wir haben keine Wahl. Ich weiß all das. Aber wer in der Hölle beschreibt Syrenz für ein Kind? Können sie uns nur Pille geben, wie alle anderen? Wie kann ein Kind ein Kind vertrauen, das die Niedeln auf ihre Arme schrauben? Dieser neue Doktor kennt sicherlich nichts über die Eltern. Was? Sie brauchte Spritzen? Ich will nicht mehr Hilfe. Ich will nicht mehr Hilfe. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe es, glaube ich, schon in der Early Assess nicht verstanden. Ich verstehe es jetzt auch nicht. Eine Badewanne voll Blut. Darin badet sich gut. Ist doch nicht die erste Blutwanne, in die ich steige. Die Stöhnen. Jo, Mahlzeit. Erstickungsgeräusch. Ach, deswegen erstickt sie so. Vielleicht hat sie es aber noch mal so gerade eben vermieden. Oder so. Aber ich dachte auch immer, dass diese Geister, mit denen wir es hier zu tun haben, vielleicht die sind, die wir am Anfang töten oder so. Oh. Lucy. Lucy, are you okay? Open the door now! Lucy! What's going on? Lucy, open that door now! Lucy, open that door now! Lucy, open that door now! Stop it, don't stop it! Lucy, open that goddamn door now! Move! Verstehe bis heute nicht, warum der Unterkiefer. Fortschrittsgegenstand. Ab sofort wieder im Fortschrittsraum angezeigt. Lucy's Unterkiefer. Wir haben genug Feuerzeuge. Ende von Lucy's Kapitel. Ein schauriges Ende. Hat sie sich selber den Unterkiefer rausgerissen? Im Wahn von dieser Figur? War es doch Missbrauch? Und stand diese schwarze Figur für den Missbrauch? Hm. Keine Ahnung. Aber wir haben ein neues Tape. Das heißt... Stolz. Ein weiteres... Eine weitere Todsünde. Und wir müssten jetzt wieder... Unser Licht haben. Oh, hier ist auch noch ein Schlüssel. Safe-Schlüssel. Er ist wirklich hässlich. Okay. Und somit leiten wir jetzt mehr oder weniger... Das vierte Kapitel an. Ich weiß noch genau... Was in der Early Assassin Save war. Und so. Aber das will ich jetzt nicht machen. Wir haben jetzt die Stunde schon voll. Wir sehen uns ab der nächsten Folge dann nochmal an. Was wir jetzt hier in diesem Haus machen können. Denn das letzte Kapitel spielt jetzt in diesem Haus. In der Gegenwart. Glaube ich zumindest. Zumindest müssen wir jetzt Geheimnisse lösen. Die Geheimnisse der Videotapes. Wir haben immer noch die Bilder. Wir haben den Safe-Schlüssel. Ein neues Band. Wir haben noch viel zu tun hier. Ich freue mich schon. Und bin gespannt, ob wir das Spiel hier knacken. Aber ich denke schon. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Achso. Und lasst einen Daumen nach oben da. Bitte lasst einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen. Wenn ihr am Fernsehen guckt, öffnet das Handy und lasst einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr viel. Vielen Dank. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Joey. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Visage. Nachdem wir das dritte Kapitel auch nun beendet haben, haben wir den Schlüssel für den Safe. Und ein weiteres Video. Und ich gucke jetzt erstmal, was in dem Safe ist. Ich vermute. Oder be... Raum 302. Basement. Raum 302 im Basement. Das ist eigentlich... Das Secret gewesen im Keller. Eigentlich. Also da war ein Secret in der Early Assess. Aber eigentlich muss hier ein Schlüssel gewesen sein. Hm. Gucken wir uns das Ding mal genauer an. Da steht aber einfach nur Raum 302. Keller. Mal sehen. Hier ist schon wieder Dünkel. Das sollten wir ändern. Oh. Und wir gucken uns jetzt das Video zuerst an. Und können natürlich noch die Bilder aufhängen, die ich alle habe. Ihr habt mir auch schon Tipps in den Kommentaren gegeben. Ich habe sie kurz überflogen. Und hoffe, dass ich den Platz wieder finde. Doch jetzt stecken wir mal was rein. Das Video in die Kassette. Hallo? Die Kassette in das... Warum geht das nicht? Ach, da ist nur eine drin. Alles klar. Die tun wir dann wieder hier rein. Da fehlt ja scheinbar dann doch noch eins. Ein weiteres, hm? So. Jetzt Pride. Ich glaube, Pride haben wir noch nicht... Ne, das kenne ich noch nicht. Okay. Ah, das ist diese Luke im Keller. Ja, 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 ja. Diese Luke im Keller. Aber da brauchen wir einen Schlüssel für. Oder irgendwie sowas. Ein Computer? Computerraum? Gitter? Könnte aber auch ein Krankenhaus sein. Haben wir so einen Computer? Ich glaube nicht, dass irgendwo ein Computer stand. Vor allem, wenn das 1985 spielt, dann waren da noch nicht solche Computer... ...Räume da. Ich glaube, das war's. Okay, das war's. Jetzt geht's wahrscheinlich mit der Klappe wieder weiter, ne? Ja, genau. Okay. Okay. Alles klar. Dann fehlt uns aber immer noch ein weiteres Band. Ja, warum ist denn hier schon wieder alles dunkel? Ich überlege mal, ob wir die Kerze noch irgendwo platzieren können, wo es ja ein bisschen heller ist. Oder ob wir hier mal Licht machen können. Wo war denn hier nochmal der Lichtschalter? Ja, hier kann man die Kerze aber auch aufstellen. Hier kann man die Kerze aber auch aufstellen. Nicht auf. Sie klemmt oder ich weiß es nicht, ob es immer noch ein Bug ist. Keine Ahnung. Ah, hier gibt's auch Licht. Guck mal. Sweet. So, achso, in den Keller. In den Keller wollten wir gehen. Dann müssen wir außen rum. Hier. Da steht was. Das Radio ist schon wieder an. Warte mal. Warte. Die Tür sieht jetzt so auf aus. Die. Okay. Was zum Teufel ist das hier? Hier sind viele kaputte Schlüssel. Was ist das? Oh, du hast den Schlüssel gefunden, an dem man... Ah, okay. Okay, so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Hm. Ich weiß nicht, warum hier wieder alle Lichter aus sind überall. Okay. Keller. Kellerschlüssel. Machen wir das zuerst. Machen wir zuerst das mit dem... Schlüssel im Keller. Hier könnten wir auch mal eine Kerze hinstellen, wenn wir eine finden. Hier ist auch wieder alles dunkel. Was soll denn die Scheiße hier? Was soll denn die Scheiße? So, das Omega, das war da hinten in der Ecke, meine ich. Hier geht diesen schrecklichen Schrank zu. Danke. So. Ich bin im Licht. Alles gut. Alles gut. Alles gut, bin im Licht. So, das ist diese Luke hier. Die Aktion kannst du derzeit nicht durchführen. Warum nicht? Okay. Oder, oder, ähm... Nee, die kleine Box war das ja nicht, die oben versteckt war, ne? Diese kleine Box, die oben in der Garage versteckt war. Hier ist die kaputte Wand. Oh, warte mal. Ah, hier ist die Bilderwand. Ah, hier ist die Bilderwand. Okay, dann, ähm... Haben wir dann mal die Bilder dran, ne? Zwei, drei, vier, fünf... Sechs. Reingehen. Oh. Oh. Das ist ja echt cool gemacht. Ich hoffe, wir sind gut vorbereitet. Das sind... Bierdosen. Knatsch. Mehr Bier! Können wir die eigentlich auch ausmachen? Oh. Wir können sie ausmachen. Aber nicht anmachen. Oh. Okay. Die geheimnisvolle Tür. Wir haben fünf Pillen. Und fünf Schlösser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Na, ein paar mehr. Okay, eine Pille öffnet ein Schloss. Warum nicht, ne? Warum nicht? Dr. Visage, das ist vollkommen okay, ne? Eins für Herz, eins für Niere. Grün ist auch schön. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ich habe einfach Hoffnung, dass das hier... ...okay ist. Und die letzte. Ich gehe jetzt. Keine Geige im Medikamentenraum, bitte. Reicht. Jo, mir ist ein bisschen schwummerig. Oh. Okay. Okay, wir dürfen da nicht rein. Weil ich war gerade ein bisschen... Ich hatte jetzt Angst, dass wir die richtige Reihenfolge machen müssen. Und dann, ähm... ...wissen müssen, wo wir lang müssen. Aber wir haben jetzt stattdessen vier neue Türen. Fangen wir mal mit. Ja, hier an. Oh, ja. Hi. Wollte dich nicht stören. Alles klar, Bro. Da hat es mein Audiokabel weggerissen. Ist jetzt ein... Habe ich das richtig gehört, dass hier ein so Ding wieder... Okay, da kommen wir nicht mehr rein. Zweite Tür. Also Tür 1... ...war Voldemort, der ein Bild gemalt hat. Tür 2, ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser. Okay. Ja, schön. Das funktioniert hier nicht. Ein Glas Wasser. Das ist der wahre Horror. Tür Nummer 3. Blockade. Okay. Und Tür Nummer 4. Mehr Pillen. Die müssen wir alle schlucken. Versuchen wir es nochmal. Okay. Depression. Gier. Schuld. Sehenlosigkeit. Irgendwas. Hass. Reue. Wir sind in all diesen Gefühlen eingesperrt. Er ist so ein bisschen hier wie in, ähm... Hellheim, ne? Wurde zum Tor, wo die... wo die quälten Seelen davor rumhängen. Bro. Guck mal, sie gehen in den Mund rein. Oh, da bin ich schon angebetet. Sehr schön. Aber was ist das für ein Leuchtturm da hinten? Ja, guck mal, das sieht so aus wie die Wurzeln hier. Die Wurzeln vom Iktrasil, ne? Das ist hier definitiv... Geht das so in die Richtung nordische Mythologie. Das ist ganz cool. Nur der Leuchtturm passt nicht. Keine Ahnung, wofür der stehen soll. Nein, nein, nein. Das ist wirklich sehr hell. Wenn ich den Mund aufmache, ist es nicht so hell. Eher das Gegenteil. Verstehst du? Das war jetzt doppeldeutig sogar. So. Gehen wir auf diesen Leuchtturm vielleicht zu? Psst. Kennst du den Weg zum Leuchtturm? Oh, ich hab wieder ein Licht. Guck mal. Aber ich spare mir das. Wer weiß, wofür ich das noch brauche? Sieht schon irre aus. Ah, hier. Der Totenfluss, ne? Wo man drüber rudern muss. Du brauchst beide Hände um diese Aktion. Okay. Dann, äh... Lassen wir das Feuerzeug mal hier. Hab hier genug. Ah, jetzt können wir sogar rudern hier. Sail ho. Die Musik ist cool. Sollen wir nie fernsehen? Du hast Spaß, oder? Oh nein, ich bin auf Grund gelaufen. Kein Scheiß hier. Was haben wir da? Selbstmord. Ich glaube mittlerweile schon, dass wir die Figur aus dem Intro sind. Also die Person, die seine Familie und dann sich selbst getötet hat. Vielleicht haben wir in Depressionen gelitten. Warum auch immer dann unsere Familie und uns selbst umgebracht. Muss ich hier hin? Ist das mein Ziel? Sieht so aus. Ich muss zum Leuchtturm. Awesome. Er sieht wirklich... Sieht wirklich verdammt cool aus. Ich hab ja gesagt, nicht die Treppe runterspringen. Jetzt ist sie kaputt. Das hast du da vorne. Dann rieselt sich hier. Einen Mund fusselig, ne? Ach, da ist noch so ein Schädel. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Hätten wir da vielleicht reinfahren können mit dem Boot? Äh. Was? Ach, hier lang. Okay. Und da ist noch so eine Fresse. Äh, okay. Mal sehen, was wir in diesem Turm machen können. Vielleicht erstmal freundlich klopfen. Keine Türklinke. Ah, das kennen wir doch aus dem Video. Diese Wendeltreppe. Na klar. Das ergibt natürlich Sinn. Oh. Oh. Dwayne! Welcome to your domain! I was waiting for you impatiently. What? You told me this isn't your domain? Nonsense! It's the fruit of your hard labor. Can't you see how everyone enjoys their time here? It's all thanks to you. They have this newfound home. How fulfilled they all seem. Some of them might look a little lost. I concur. But what of it? They have a place to be for all of eternity. How delightful for them. Courtesy of Dwayne Anderson. Haha. The dead will whisper tales of your achievements. And you will be remembered forever. Now, now. Up you go, chap. Go have a look at your masterpiece. Okay. Also, ich habe diese Umgebung gebaut. Mit meinem Verstand. Und alle leiden hier. Gehen wir mal hoch. Ich mag das, wie sie mit den Geräuschen arbeiten. Auf den Fenstern und so. Richtig nice. Ist so wie Stories from the Grave hier irgendwie. Da waren wir doch auch im Leuchtturm. Natürlich, die Grafik war ein bisschen anders. Aber so vom Prinzip. Mag ich Leuchtturme in Horror Games. Oh, wahrscheinlich müssen wir ein Licht leuchten oder so. Ah, endlich oben. Oh. Ah, noch nicht ganz. Noch die Leiter. Was haben wir da? Ah, ich dachte, da könnten wir was drücken. Okay. Vielleicht haben wir auch mit Absicht kein Körper, weil wir halt ein Geist sind, ne? Deswegen haben wir keine Hände und nichts. Hm. Ist das wir und unsere Frau? Wie auch immer. Die Entwickler mögen diese Nahaufnahmen. Stress build. Stress build. Die Idee. Die Idee. Explain this to me. Please talk to me. Ich liebe dich, Duane. Ich will dir helfen. First the alcohol, and now this? Who prescribed you this, and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Dwayne? Should we be worried, because we are? Recently, you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Dwayne? I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. Do you want a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around you, delusional fuck. Want me to stab you with seven knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace. People despise you, I despise you, your children despise you. You're horrifying. You should die. You know what? Forget it. I don't want to help you die. Do it yourself. I won't help you when to release. Kill yourself by yourself alone. And go to hell where you belong! Hat er in seiner Familie diese Dämonen gesehen, diesen Raben, der quasi das zu ihm gesagt hat? Oh, guck mal. Ein weiterer Teil der Maske. Ah, also war das jetzt ein weiteres Kapitel. Huh? Oh ja, danke. Wieder im Keller aufgewacht. 3-0-2. Wir haben den Zugang zum 3-0-2. 3-0-2. Es ist immer noch dasselbe Easter Egg. Jetzt ist 3-0-2 wieder weg. Ich liebe es. So, okay. Aha. Aha. Schön hier Lichter machen. Gut. Okay. Das, äh, den Teil hatten wir dann auch. Hier haben wir auch wieder Licht. Da haben wir noch Pillen, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. So, die Frage ist jetzt, was haben wir denn noch? Diesen kleinen Schlüssel. Die Aktion kannst du derzeit nicht durchführen. Was muss ich denn zuerst machen? Gibt es eine festgelegte Reihenfolge? Wie ich diese Sachen hier im Haus machen muss? Ach, hier gibt es auch Licht. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Die Aktion kannst du nicht durchführen. Ich kann mir jetzt nur vorstellen. Hä? Guck mal, da ist auch noch eine Kerze. Kann man da platzieren. Da haben wir hier auf jeden Fall auch Licht. Wo kann man denn hier her? Hier kommen wir durch. Genau. Hier kommen wir in den Bereich. Ich freue mich immer noch, warum der Keller so komisch aufgebaut ist. So komisch. Äh, dann müssen wir wohl die anderen Videos nochmal angucken, ne? Ah ja. Ah ja. Okay, hier sind wir richtig. Oh, hier liegt wieder eine Comicseite. Die man leider nicht lesen kann. Ist leider zu klein. Gross. Vielleicht kann man die irgendwo im Menü sehen oder so. Sammelbares. Die nehmen sie erstmal mit. Hier sind diese kleinen Vögelchen. Guck mal. Hier ist schon wieder dunkel. So, ich speichere jetzt erstmal. Nicht, dass wir wieder hier, äh, was zu viel machen oder so. Und dann sollten wir uns nochmal die, die restlichen Videos... Ne, stopp. Ich wollte jetzt nochmal in die Garage gehen. Und gucken, ob da der... Schlüssel passt. In diesem kleinen Fach, weißt du? Vielleicht sollten wir auch nochmal im Fortschrittsraum vorbeigucken. Wie machen wir denn dieses Licht an? Ja, sehr gut. Und gleichzeitig habe ich immer wieder Angst, dass hier doch irgendwie was passieren könnte jetzt. Ich weiß nicht, warum mein Verstand immer noch so rot ist. Ich stehe doch eigentlich im Licht. So, okay. Nochmal da unten gucken. Da war auf jeden Fall auch irgendwas drauf. Auch ein Omega-Symbol. Die Kiste ist verschlossen. Ah. Ach, ein Hebel. Wir brauchen den Hebel fürs Omega-Symbol. Ah, das gibt natürlich Sinn. Das gibt natürlich Sinn. So, wenn wir jetzt eh nochmal im Safe-Room sind, können wir auch hier nochmal nachgucken. Wie viele Teile der Maske fehlen denn dann noch? Wir haben die drei Gegenstände aus den drei Kapiteln und die Maske. Es fehlen noch zwei Teile. Zwei Teile der Maske fehlen noch. Das heißt, eins werden wir jetzt wahrscheinlich in dieser Luke kriegen. Ich überlege gerade, was schneller in den Keller ist. Ich glaube hierher. Und dann hierher. Nee. Diese Uhr ist auch gruselig. Echt sweet. Okay. Boah, draußen stürmt es auch gerade. Hier zieht auch gerade Regen und Gewitter auf. Ich muss da oben eine Kerze hinpacken, wenn ich mal wieder eine habe. So, was ist kürzer? Was ist... Hier ist kürzer. Okay. Mal sehen, was wir hier haben. Keller ist noch ein Keller. Das ist wirklich interessant. Ah, hier sind diese Computer. Ein weiteres Feuerzeug. Brauchen wir das? Schaden kann es nicht, wa? Was zischt hier denn so? Interagieren. Müssen wir die Scheibe irgendwie smachen? Wir können nicht werfen damit, ne? Periodentabelle. Okay. Da liegen Briefe. Von irgendwelchen... Ah, hier. Ah, da oben. Müssen wir das... Ach, wir kommen nicht mehr zurück. Ja gut, zurück ist ja irgendwie auch Quatsch, ne? Okay, hier geht es nicht weiter. Es muss... Ah, es ist also ein Rätsel. Können wir die Schalter anmachen? Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Was steht denn da? Changing... The world... Together. Ah, wir müssen uns beeilen. Es fühlt sich mit Gas. Ah, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Warte mal, wie drehen wir das denn? Wie drehen wir das denn? Ich weiß, wie... Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Brauch noch einen. Ach, scheiße. Okay. Okay. Die Zeit tickt, Dwayne. Können wir nicht auf die Hocker? Ich dachte, wir müssten irgendwie auf die Hocker. Muss der noch näher ran. Ich dachte, wir müssten über die Hocker da drauf oder so. Oder können wir was anderes? Können wir hier schieben? Okay. Okay. Da müssen wir die Scheibe kaputt machen. Ich hätte gedacht, wir müssen da rüber, um an das Ding ranzukommen und abzudrehen. Aber warum nicht über die? Warum geht das denn hier? Warum geht das da nicht? Schubladen rausziehen. Das geht nicht. Wir brauchen was anderes, wo wir drauflaufen können. Da kommt man auch drauf. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist hier. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, da auf diese mittlere Konsole zu kommen. Irgendwas bauen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wie funktioniert das nicht? Hm. Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert das nicht? Mal sehen. Ja, schon ziemlich viel Zeit, das zu lösen. So. Da sind noch Kisten. Vielleicht können wir die Kisten irgendwie mitnutzen oder so. Also hier kommen wir drauf. Hier kommen wir nicht drauf. Hier kommen wir auch nicht drauf. Wir können es, können wir es verschieben? Mit unserem Körper? Nein. Versuche ich es nochmal hier. Vielleicht müssen wir die dicht nebeneinander stellen. Irgendeine Lösung muss es ja geben. Vor allem, wir können... Vor allem, wir können... Wieso können wir nicht da drauf? Wir fallen direkt runter. Also das kann nicht die Lösung sein. Wieso können wir auf diese Tische, aber nicht da drauf? Es kann natürlich auch sein, dass wir hier... Die Scheibe zerschlagen müssen. Aber mit was? Ach so. Natürlich. Oh, hier. Hier, ne Axt. Okay, das ist es nicht. Okay. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten? Gehen wir noch raus? So. Natürlich. Natürlich. Ich nutze die Axt, um einen Weg nach draußen zu finden. Ja. Kann ich nicht die Tür einschlagen? Ah, hier. Wieder rüber. Jetzt in der. Aber wo? Hier? Ah, alles klar. Das wäre jetzt aber gemein, wenn wir... Jetzt sterben. Ich will da raus. Du sollst etwas finden, mit dem du im Durchgang ausleuchten kannst. Ja, alles klar. Jetzt raus. Ah, sehr schön. Gut. Da habe ich wieder ganz, ganz falsch gedacht, ne? Aber egal. Was macht das? Das ist wirklich sehr dunkel. Das ist doch perfekt für einen Jumpscare. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. In der Garage. Okay. Hier ist eine Kerze. Ich stelle sie erst mal hier ab. Ich stelle sie erst mal hier ab. Ah, ein weiterer Teil der Maske, vermutlich, ja? Ja, okay. Fortschrittsgegenstand. Ein weiterer. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden, welche Videos ich noch nicht geguckt habe. Nochmal speichern hier. Ach Gott, warte mal. Nehmen wir hier Slot 2. Hier ist auch noch eine Kerze. Die platziere ich mal im Flur. Da ist nämlich echt immer dunkel im Flur. Und zwar meine ich diesen hier, glaube ich. Die sind hier. Da oben in der Treppe. Da konnte ich hier. Hier, hier, hier. Hier ist nämlich echt immer dunkel. Was war das? Diese komischen schwarzen Flecken sind echt überall. Okay. So. Oh Gott. Ich hasse es. Okay. Okay. Wir sind im Licht. Geht das Gehirn wieder weg? Sicher ist sicher. Ich wollte eh gerade fernsehen. So, welches Tape haben wir hier noch nicht? Fangen wir mal mit Greed an. Fangen wir nochmal mit Greed an. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. So, das Baby. Okay, mal gucken. War das mit den Bildern? Das Baby? Okay, Greed hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das war der Rabe. Mit der Unterschrift. Gut. Das packen wir also nochmal hier rein. Zack. So. Das nächste. Die. Zack. Negligence. Ich weiß nicht, was Negligence heißt. Aber das machen wir als nächstes. Das war es mit dem Danzen. Dann müssen wir scheinbar, das ist der TV-Room unten. Aber da sind wir ja eigentlich in dem, in dem Rakan-Chapter durchgegangen. Mit dem Einkaufsdingens. Mit dem Einkaufszentrum. Das ist aber definitiv nochmal eine Sache, wo wir nachgucken könnten. Ob wir nochmal in dieses Einkaufszentrum kommen. Aber da haben wir doch einen Teil der Maske gefunden, oder? Okay, ich würde sagen, das haben wir auch, aber da können wir auf jeden Fall mal nachgucken. So, das packen wir wieder rein. Dann das dritte. Das ist die Tür mit den Pillen. Diese Tür, war es die Luke? War das die Bilder? Ja, die Bilder hatten wir auch schon. Okay, Bilder hatten wir auch schon. Das wieder nach rein. Dann haben wir noch zwei weitere Tipps. Pride. Also Stolz. Das müsste das mit der Luke gewesen sein. Irgendwas, was wir auf jeden Fall auch schon haben. Ja, das war die Luke. Das war die Luke. Gut. Dann noch das Letzte. Das Letzte. Prison. Gefängnis. Okay. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir doch auch schon. Prison war das in dem Keller. Was fehlt denn dann noch? Nein, ich wollte hier das wegpacken. Dann müssen wir noch mal in den Keller gehen. Irgendwas fehlt noch. Gucken wir noch mal im TV-Room. Aber eigentlich hatten wir das ja gemacht. da ist ja nichts mehr. Hm. Wir haben noch den Dach. Das Ding für den Dachboden haben wir noch. Ja, können wir natürlich auch noch mal gucken. Ob sich auf dem Dachboden noch was geändert hat. Aber wir gucken noch mal im Progressraum. Ansonsten habe ich keine Idee. Ich würde sagen, wir haben alles gemacht. Aber warum ist da schon wieder das Licht aus? Aber ein Teil der Maske fehlt noch, würde ich sagen. Zwei sogar. Zwei Maskenteile. Aber es ist schon das letzte Kapitel, oder? War da vielleicht noch ein Videotape unten? Vielleicht fehlt noch eins irgendwo im Keller. War da nicht nur das Maskenteil, sondern auch ein Videotape? Gucke ich vielleicht auch noch mal besser nach, ne? Ich kann es jetzt nicht sagen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich was übersehen hätte hier. Wäre ja nicht das erste Mal. Hat sich hier vielleicht was verändert? Müssen wir noch mal in den Raum? Ich gucke jetzt erst mal noch mal, ob ich ein Videotape übersehen habe. Würde mich nicht wundern. Ne, aber da ist nicht mehr. Okay, da ist nicht mehr. Gibt es hier noch was? Hm. Ja gut, dann Dachboden. Ich denke mal, wir können jetzt nur durch Rumlatschen rausfinden, was wir tun müssen. Ich hoffe, wir brauchten nicht noch das Tonband aus dem Dolores-Kapitel, dass wir da alles brauchten oder so. Lass es an. Hm. 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 Irgendwo noch ein Tape vergessen oder so. Oh, hier ist noch eine Comics-Seite. Guck mal. Die Nachbarn, Meisterprüfung, okay. Ach, ist das die Geschichte von unseren Nachbarn? Von der Nachbarin, die angerufen hat? Ich möchte, dass alle Lichter an sind. Hm. Ah, okay, ja. Ja. Okay. Nein. Verfolgt er mich? Nein. Okay, der hat Fußspuren hinterlassen. Der ist anscheinend hier. Ich drehe hier am Rat, ey. Der ist anscheinend von einem Fleck zum anderen. Oh, der Fleck ist jetzt weg. Oh, müssen wir vielleicht doch auf den Dachboden. Mir juckt schon wieder die Nase. Ich muss gleich niesen. 1, 2, 3, 4 Matruschkas. Ich glaube, man kann 10 finden oder so. Oh, ich weiß nicht, dass wir noch irgendwo was übersehen haben. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Da war doch dieses komische Ding in der Mitte. Steht da jetzt was? Ich habe mich hier eh nicht genug umgeguckt, finde ich. Guck mal, wir können die Nachbarschaft gucken. Das ist ja cool. Da ist nur dieses Smiley-Ding. Hä? Heiße Schokolade. Okay. Ist das irgendein Easter Egg wieder? Ich habe keine Ahnung. Hm. Habe jetzt nichts gesehen, was jetzt irgendwie uns weiterbringt hier. Äh, okay. Können wir die wieder hoch machen? Ah. Okay, müssen wir vielleicht... Warte mal, die führten ja hier runter. Fragezeichen. Es gibt doch noch mehr so große Flecken hier zum Beispiel. Oder da. Müssen wir die mit irgendwas wegmachen? Es fehlt doch da noch ein Videotape. Ich bin echt verwirrt. Also eigentlich müsste... Irgendwo noch ein Videotape sein. Habe ich es einfach übersehen? Hm. Aber wenn wir zweimal... Hallo? Dwayne, Dwayne, Dwayne. Oh, Dwayne. The years just pile on, don't they? Time is a funny little bitch. Tick-tock, tick-tock. Time just keeps on taking. But me, I've wasted enough time in this house. It's time I get out there and live. Speaking of, what all are you up to? Maybe I'll stop by later. Frank's a little busy, and I could use the company. Okay, tick-tock, tick-tock. Das klingt jetzt nach Uhr. Da würde ich jetzt mal auf die große Uhr oben im Arbeitszimmer tippen. Scheinbar richtig. Das heißt, auch dieser schwarze Mann aus dem Fleck, der getriggert wurde, ist richtig. Also hier haben wir ja noch eine Uhr. Aber ich denke mal, das ist nicht die Tick-Tack, die gemeint ist. Ist nicht die Tick-Tack, die gemeint ist. Gehen wir nochmal oben hin. Aber da kann man nichts machen. Ich stehe doch hier direkt im Licht quasi. Warum geht mein Verstand runter? Ich verstehe es manchmal nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir irgendwo mit diese Flecken wegmachen müssten. Aber ich habe keine Ahnung, wie oder wo oder was. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssten. Hm. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich mal nachgucken müsste. Auch wenn ich eigentlich, ähm, das lieber alleine rausfinden möchte. Aber ich habe dann, dann mache ich dann vielleicht doch ein Part und suche nur rum und dann wird der Part, oder der Part wird nur zu kurz oder so. Wir haben ja einen Feuermelder. Das Radio ist schon wieder an, oder was? Okay. Wo ist die letzte Videokassette? Eine Videokassette fehlt noch. Wir brauchen noch eine Videokassette, damit wir einen weiteren Hinweis haben. Wo haben wir denn, was haben wir denn vergessen, möglicherweise? Was haben wir denn vergessen? Wo haben wir keine mitgenommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wo könnte eine rumliegen? Vielleicht auch in der Garage? Nochmal. Nochmal in der Garage nachgucken. Da war ja das Loch im Boden. Da haben wir auch keinen Zugang. Oder vielleicht liegt das Videoband jetzt in der Garage bei dem Schlüssel. Hier ist zumindest ein Fleck. Hier liegt auch kein Videotape, ne? Tja, gucke ich jetzt nach. Soll ich noch ein bisschen weiter rum? Wache ich noch eine Folge? Hier gucke ich auf jeden Fall nochmal nach. Nicht, dass hier jetzt das Videotape liegt. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein Tape, um zu wissen, wie es überhaupt weitergeht. Aber hier liegt nichts. Ich habe das bestimmt irgendwo übersehen. Ich habe das bestimmt irgendwo übersehen. Nochmal hier gucken. Nochmal im Keller gucken. Ich gehe jetzt noch einmal in den Keller. Und wenn ich es dann nicht finde, dann machen wir, denke ich mal, noch eine Folge. Oh, Waschraum vielleicht. Hier auch schon länger nicht mal nachgeguckt. Aber hier ist auch nicht wirklich was. Ich habe es bestimmt irgendwo übersehen. Es liegt bestimmt irgendwo rum und ich sehe es nicht. Vielleicht bin ich schon dreimal ran vorbeigelaufen. Und ihr regt euch wieder auf. Wie ich das denn nur übersehen kann. Aber ich sehe es halt wirklich nicht. Prison. Okay. Ah, warte mal. Wir können nochmal unten in den Keller gehen, wo die Waffe lag. Und könnt da nochmal gucken, ob es da vielleicht was Neues gibt. Hier. Dieses Haus ist einfach so creepy. Ne, da liegt einfach nur die Waffe. Will ich jetzt nochmal benutzen? Naja, ich glaube, das ist auch nicht richtig. Warte mal. Hier nochmal in diesem Eingangsbereich gucken. Ob hier jetzt ein Videotape lag. Weil ich kann mich nicht erinnern, hier eins mitgenommen zu haben. Aber da ist auch nichts. Nochmal hier gucken. Da liegt nur ein Feuerzeug. Hm. 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 Hier liegt auch ganz. Okay. Ich habe keine Idee. Ich habe wirklich keine Idee, wo wir das letzte Tape finden. Oder was wir jetzt noch tun müssten. Das ist ein bisschen schade. Es war eigentlich alles ziemlich, ziemlich eindeutig, wie es hier so weiter geht. Und jetzt hänge ich hier fest. Aber vielleicht hat das auch was mit den schwarzen Flecken zu tun. Vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat was mit den schwarzen Flecken zu tun. Aber wie geht es da weiter? Hat da noch was? Nur Tabletten. Ich denke, ich brauche das siebte Videotape, um hier weiter zu kommen. Hm. Ne, das ist nur eine Dose. Da habe ich gerade jetzt schon mal drauf reingefallen. Also der ist mir hinterher gerannt gekommen und ist dann hier drin verschwunden. Mag der vielleicht kein Licht? Ich weiß es nicht. Gut. Ich würde sagen, wir stoppen hier das Video. Ich denke noch ein bisschen nach und dann gucke ich nach. Und in der nächsten Folge, das wird dann wahrscheinlich auch die letzte sein. Wenn wir es denn ordentlich beenden, gucke ich mal, was wir noch tun müssen. Was wir noch vergessen haben. Oder ob wir es vielleicht nicht beenden können. Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Joey. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Visage. Ich habe einen Tipp mir rausgesucht, was wir noch ausprobieren könnten. Wir waren jetzt gar nicht mal so falsch, weil hier gibt es ja noch eine Tür. Und die sagt, das klemmt. Aber hey, wir haben ja im Keller unseren Vorratsraum, wo wir jetzt Werkzeug haben. Und das klemmt, falls ihr euch erinnert. Das klemmt hatten wir ja auch bei einer anderen Situation, nämlich wo wir den Kompass geholt haben. Und den Kompass mussten wir mit... Hallo? Du kannst nur zwei... Ja, dann tut man das hier weg. Achso, erst... Okay. Alles klar. So. Versuchen wir es damit. Damit sollten wir nämlich die klemmende Tür aufkriegen. Wo wir dann das letzte Tape finden. So habe ich das verstanden. Aber wie man da drauf kommt, keine Ahnung. Hm. Bullig. Das kannst du hier nicht verwenden. Eigentlich sollte es so richtig sein. Dann habe ich noch was zweites gelesen. In dem Bücherregal sollte auch noch ein Videotape sein. Ich weiß aber nicht, ob wir das schon hatten. Ah. Affliction. Affliction. Okay. Verstehe. Okay. Wir brauchen die. Und dann müssen wir... Dann kriegen wir wahrscheinlich den Hinweis darauf, dass wir mit dem Crowbar dahin müssen. So ist es wahrscheinlich. So muss es sein. Okay. Gucken wir uns das letzte Band an. So. Das sind die einzigen zwei Sachen, die ich gelesen habe, wo ich mir nicht sicher war, dass ich die gemacht habe. Die Krollschule dabei, ey. Ein Tunnel? Ein Brunnen. Das sah aus wie ein Brunnen. Eine Panzertür. Eine Panzertür. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das war definitiv jetzt das letzte Tape. Und es fehlt noch eins. Okay. Am Boden. Da. Guck mal da. Das kannst du hier nicht verwenden. Ah, okay. Am Boden. Da ist ein Tunnel drunter. Alles klar. Ich glaube, das Crowbar baue ich nicht mehr. Das lasse ich mal hier liegen. Oh. Wir können sogar wieder zurück. Guck dir das an. Das ist ja witzig. Vermeide es zu lange im Dunkeln zu sein. Ja, du bist ja ein Held, ey. Die Brechstange ist jetzt im Lagerraum. Da gehört sie auch hin. Ah, guck mal. Die Panzertür. Willkommen bei Infra. Kann ich den Knopf drücken? Nee. Das ist vielleicht mein Arbeitsplatz. Da geht eine Treppe hoch. Oh. Das sieht kompliziert aus. Statistikmonitor. Aber es spielt in den 80ern. Solche Monitore und so dürfte es eigentlich noch gar nicht geben. Das ist einfach riesig. Es ist eine riesige Fabrik. Können wir was drehen? Das ging nicht. Oh, hier. Hier ist der Knopf. Endlich. War vielleicht wichtig, damit wir jetzt den anderen Weg gehen konnten. Aber instinktiv wieder den richtigen Weg genommen hier. Oh nein, ich habe nicht nachgeguckt, was passiert. Ich habe nur geguckt, wo das letzte Tape sein könnte. War natürlich logisch, weil uns ja diese Person zum Telefon geführt hat. Diese schwarze Person aus dem Loch. Und beim Telefon haben wir die Nachricht gekriegt. Also war das eigentlich der Hinweis, dass wir hätten in dem Raum mal näher umgucken müssen. Ja. Also das Spiel gibt dir schon Hinweise. Du musst nur darauf achten. Das Sound ist irgendwie weg. Aber ich liebe es, wie sie diese unterschiedlichen Szenen hier kreieren. Und dass alles irgendwie Atmosphäre hat. Dieses alte Fabrikgebäude. Mega cool. Da sind auch wieder so Dinge. Aber ich denke, wir müssen einfach hier zur nächsten Tür gehen. Ob wir wohl auch noch in den Brunnen springen müssen. Das würde natürlich erklären, dass wir noch zwei Mastenteile haben, die wir finden müssen. Ja, ich traue diesem Raum nicht. Hast du recht? Die Tür ist so offensichtlich. Und dann haben wir hier noch zwei obere. Mit Seitenräumen. Okay, ich vermute mal. Ich gehe trotzdem mal zur Tür. Weil das Spiel will ja erst mal direkt auf die Tür zu laufen. Das Spiel will. Ich sage das so oft. Aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay, wir können aber rechts und links. Ich schätze mal da oben rechts. Kann man auch noch hin. Aber ich will erst mal gucken, ob wir da... Wahrscheinlich brauchen wir jetzt zwei Schlüssel. Eine Karte. Ah ja, guck. Damit ist auch der letzte Doofe kapiert. Kartenlesegerät. Wir brauchen also eine Karte. Okay. Das heißt, da oben kommen wir auch rein. Wir müssen wahrscheinlich rechts und links. Wir müssen diese Magnetkarte finden. Und vielleicht sogar den Strom anstellen. Ach, guck mal. Jetzt jeden verdammten Schrank checken, ob da die Magnetkarte drin ist. Okay. In der Dusche natürlich. Wo auch sonst. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Verschlossen. Okay. Verschlossen. Brauchen wir vielleicht einen Schlüssel? Vielleicht auf der anderen Seite? Das ist jetzt der kürzeste Weg. Ich glaube hierher. Oder egal. Ich glaube hierher. Ist glaube ich egal. Also die Geräuschkulisse haben sie wirklich gut hingekriegt, finde ich. Scheint die Kantine zu sein. Scheint die Kantine zu sein. Wir sind wieder in den 80ern. Wir sind wieder in den 80ern. Oh guck mal. Pizza. Pizza. Lecker. Lewis. Lewis. Lewis Taylor. Das ist aber auf jeden Fall der Schlüssel. Lewis hat doch seine Jacke hier vergessen. ist mir irgendwie gar nichts hier jetzt. Was passiert jetzt? Oh Gott. Lewis. Lewis. Lewis ist dieses schwarze Ding, hä? Ja? Okay. Exit. Ah. Geh weg, Lewis. Geh weg. Geh weg. Lewis mag mich, glaube ich, nicht. Hm, okay. Also, da er immer in einem anderen schwarzen Loch verschwindet, denke ich mal, müssten wir ihn da hinführen. Aber wir kommen nicht mehr zurück, weil die Tür zu war. Also, wo müssen wir ihn hinführen? Er wird von diesem schwarzen Schleim verschluckt. Vielleicht müssen wir auch noch im Kreis rennen. Keine Ahnung. Oh, okay. Können wir manuell speichern? Das würde ich dann nochmal tun, nachdem wir den Schlüssel genommen haben. Weil ich glaube, nee, wir können nur im Haus speichern. Konnte man die Tür vielleicht doch noch aufmachen? Gibt es hier noch eine Möglichkeit? Links? Ich habe nicht genau geguckt. Ist natürlich eine Möglichkeit. Da muss es eine Tür links oder rechts geben. Gucken wir mal. So, komm mal her, Luis. Aber hier ist kein schwarzer Schleim denn, irgendwie. Hier links? Ich kann da nicht weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinmüssen. Da hinten ist noch eine Tür. Brauchen wir hier mehr Licht? Wie besiegen wir Luis? Wie besiegen wir Luis? Oh, vielleicht müssen wir ihn hier zum Licht führen. W hoch. W hoch. Nein. Hä? Okay. Okay. Also Licht ist es nicht. Licht ist es nicht. Was blöd ist, wir müssen diese Szene jetzt immer wieder nochmal machen. Ich gucke mich vorher noch ein bisschen um. Vielleicht fällt mir ja noch was auf. Auf. Haben wir noch was anderes im Inventar? Nee. Was mir halt auffällt, da kannst du auf diesen Tisch klettern, aber... Oh, vielleicht... Ah, warte mal. Vielleicht konnten wir da... Ja. Vielleicht konnten wir da... War da noch ein Fluchtweg? Guck mal, da war noch so ein... Da. Genau. Da ist so ein Gitter. Es gibt keinen Grund, jetzt in diese Richtung zu gehen. Ah, verstehe. Alles klar. Guck mal. Einmal ordentlich geguckt. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Grund, in die Richtung zu gehen. Es gibt keinen Grund, in die Richtung zu gehen. Ah, dann gebe ich dir einen Grund. Warte mal. Der Grund steht hier um die Ecke. Hi. Alles klar? Gut. Waren wir schon richtig? Waren wir schon richtig? Glück gehabt. Nochmal schön durch die Kanäle kriechen. Gut. Seht ihr? Manchmal ist es gar nicht nötig... eine Komplettlösung zu suchen. Dann kriege ich es doch irgendwie hin. Ah. So. Geschafft. Wahrscheinlich ist da jetzt zu, ne? Ich wollte das nochmal angucken. Wie hieß der? Lewis? Lewis Taylor. Der alte Schneider. Hä? Lagerraum? Was war da denn? Ach, lagern. Okay. Hallo, Lewis. Gut. Dann haben wir jetzt Schlüssel für das Schließfach. Lewis Schließfach. Wo wir wahrscheinlich die Keycard finden. Mit der wir hier rauskommen. Ja, ja. Das hat wirklich Infra-Style hier. Übrigens auch ein sehr geiles Game. Ist schon ein paar Jahre her. Dass wir Infra gespielt haben. Aber ich liebe es immer noch. Und ich hoffe, dass bald das letzte DLC rauskommt. Das letzte Add-on. Dass wir das auch nochmal spielen können. Zack. Okay. Riverdale Water Treatment Plant. Also Wasserkraftwerk. Lewis Taylor. Operator. Männlich. Augenfrau Braun. Größe H. Unterschrift. Ich hab mich gar nicht, ähm, als wir in dieser Psycho-Anstalt waren. Und die Sicherheitskarte rausgeholt haben. Habe ich mir gar nicht das Schild durchgelesen. Das Namensschild. Das prangere ich an. Hätte ich das doch nur irgendwie auf Video oder so. Dass ich das nochmal nachgucken könnte. Vielleicht war es auch der Lewis. So. Also es fehlen uns ja noch zwei Maskenteile. Deswegen denke ich mir, wird hier nach auch nochmal was kommen. Die rote Tür. Mal sehen. Oh, wir sind wieder in unserem Ozean. Ach nee, das ist der Brunnen. Oh, da ist dieser komische Baum wieder. Da hängt ein Apfel über dem Baum. An dem Baum. Über dem Brunnen. Okay. 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 Ja, hol dir den Apfel. Der sieht sehr gesund aus, der Apfel. Sieht aber lecker aus. Jetzt nicht mehr so. Leichenberge. Oh, der ist ja wieder. Ah! 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 Speichert. Okay. Aber dann muss es doch noch ein Videotape hier geben, oder? Müsste es nicht noch ein Videotape geben? Was war da? Hm. Warum ist denn hier schon wieder alles dunkel? Was war das? Okay, es soll doch sieben Tapes geben, oder nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein Tape fehlt wirklich noch. Es ist ja auch noch ein Slot da. Also fehlt uns noch ein Tape. Das wahrscheinlich irgendwo liegt. Hm. Oh, vielleicht kommen wir jetzt in die Tür rein. Weil die sagt, die klemmt. Weil eigentlich... Das klemmt. Hm. Eigentlich hatte ich gelesen, dass wir in diese Tür in diesem Spiegelraum reinkommen. Oh. Nein. Nein, bitte nicht. Verfolgt der mich wieder? Ich geh mal hier hin. Lass dich fangen hiervon. Oh, das juckt den gar nicht. Hier. Okay, er treibt uns hier hin. Er treibt uns hier hin. Dann geht das an. Da oben ist wieder alles dunkel. Ja, okay. Muss ich jetzt hochgehen? Muss ich runtergehen? Ich geh nochmal in den Vor... Folgen wir mal seinen Fußspuren. Wo enden sie denn? Hier. Hier. Also gibt es hier vielleicht einen Hinweis. Müssen wir uns hier näher umgucken? Oder wieder hier in den Keller? Hm. Ich will jetzt nach oben gehen. Nochmal, weil... Oben das Licht aus ist. Das Loch wird auch wieder größer hier. Was mich bis hier wundert... Wir haben noch gar nichts in diesem Zimmer gemacht. Äh, okay. Warte mal. Ach so, das sind die Comics-Seiten. Ah, warte mal. Das sind die Comics-Seiten, die wir haben. The Neighbors. 1961 Oregon. Nein, nein. Lass mich gehen. Das ist mein Baby. Das ist unser Kind. Oh nein, 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 nein. Lass ihn hier lang gehen, Ma'am. Ähm. Ähm. Ich bringe Ihnen einen Stuhl und ein Glas Wasser. Das hört sich gut an, oder? Wir haben nur ein paar Fragen an sie. Frank. Irgendwas ist mit dem süßen Mädchen passiert. Was? Sie redet wieder mit sich selber? Dieses... Dieses, äh... Mädchen gibt mir die Hirigiris. Hm. Vielleicht Grusel oder sowas. Sie ist tot, Frank. Hörst du mir überhaupt zu? Lucy ist tot. Ja, ich höre dich. Rose. Du einfach nur... Hahaha. Musst dir dieses Pferd ansehen. Sie nennen es Ed und es redet. Ein redendes Pferd. Kannst du das glauben? Seufz. Ich gehe raus. Das ist unser Nachbarin. Dann geht sie raus. Oh Gott. Jesus Christus. Boah. Ganz ruhig jetzt. Es ist okay. Es tut mir leid. Wir wollten sie nicht erschrecken. Ich bin 52 Jahre alt. 52. Ich... Ihr... Seid... Äh... Ihr... Ihr Glücklichen... Habt mir aber keine Herz... Herzattacke gegeben. Ähm. Wir haben schon genug kaputte Herzen für eine Nacht gesehen. Was der Grund ist, warum wir eigentlich hier sind. Ähm. Dieser Bereich ist unter Beobachtung oder Untersuchung. Wir untersuchen diesen Bereich. Äh. Wir bitten sie darum, in ihrem Haus zu bleiben, bevor es weitere Anweisungen gibt. Was ist mit Lucy passiert? Sind ihre Eltern... Ähm. Wir dürfen das nicht erzählen. Es ist sehr vertraulich. Nun, Ma'am. Ich sage es ihnen ein letztes Mal. Bleiben sie drin, bevor... Und warten sie auf weitere Anweisungen. So. Gott. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Jemand lacht. 1962. Okay. Ein Jahr später. Ah. Die neuen Nachbarn haben ein Kind. Nur eins. Oh. Ich weiß. Ich könnte niemals in einem Haus leben, wo jemand gestorben ist. Rose. Wie lange dauert das noch? Ich verhugere. Mach mich nicht, dass ich diese verdammte Fernbedienung aufesse. Frank. Gib mir fünf weitere Minuten. Das Essen ist schon fast... Schnapp. Er schnappt sich das Telefon. Okay. Das reicht. Weniger reden. Mehr kochen. Zack. Und er legt das Telefon auf. Ein Single-Man. Keine Kinder. Ach so, 1965. Ein Single-Single-Mann. Keine Kinder. Ein großes Haus wie das. Nun. Du bekommst keine seltsamen Ideen über unsere neuen Nachbarn. Du bist gefangen in diesem wunderschönen... In dieser wunderschönen und glücklichen Heirat. Ah, beruhig dich. Du weißt, das ist nicht so wie das. Ich mache mir nur Sorgen um Luis. Er sieht unglücklich aus. 1970. Er hat mich nicht angeguckt oder so. Er sieht einfach nur... Er wirkt einfach nur so wie ein netter junger Mann. Ah, na klar. Ich habe gehört, wie du über deine Schwester geredet... Mit deiner Schwester über deinen neuen Rugby-Spieler-Nachbar geredet hast. Gib es doch zu. Ich weiß, du willst rakern. Du hast immer nach einem Mann gesucht, den du... Smash. Sie wirft ein Glas nach ihm. Und guckt böse. 1985. Hello, Drain. Es ist Rose. Deine Nachbarin. Ich weiß, es ist spät. Und ich weiß... Ähm... Ich sollte nicht so neuerig sein über kleine Dinge. Ah, ich entschuldige mich dafür, aber... Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe gesehen, dass sie schon lange... Seit drei Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Ist alles okay? Das ist der Anruf vom Anfang. Kannst du mich anrufen, nur dass ich weiß, dass alles okay ist? Okay. All right. Bye bye. Ist erst mal hier in die Mikro in die Kamera gespuckt, ey. Oh, to be continuous. Rose hat also ihren Mann umgebracht und trinkt das blutige Wasser aus der Wanne. Während sie uns angerufen hat. Wow. Spaghetti. Tomatensuppe. Perfekte Werbung. Fortsetzung folgt. Ach, wir hatten sogar eine Übersetzung. Okay. Das hilft natürlich nicht, dass wir jetzt immer noch ein weiteres Tape brauchen. Das immer noch verschollen ist. Vielleicht ist es aber auch hier irgendwo... Hier irgendwo. Aber dann ist dieser Raum natürlich... Nur für das Comic da. Ich würde ja noch wenden, dass die Uhr noch irgendwie was zu bedeuten hat. Okay. Wo ist das letzte Videotape? Oh, guck mal. Kerze. Sehr schön. Können wir die hier hinstellen? Wo könnte noch ein weiteres Videotape... Oh, noch eine Kerze. Obwohl, warte mal. Die können wir hier irgendwo hinstellen. Hier. Ich dachte zwar, der hätte ich da hingestellt, aber vielleicht war es in einem Kapitel. Okay. Wir brauchen noch das letzte Videotape. Es muss noch irgendwo einen Hinweis geben. Ich weiß nicht, ob ich nochmal auf den Dachboden soll, aber da waren wir ja eigentlich schon. Es müsste ja... Wahrscheinlich ist das Videotape noch irgendwo im Haus versteckt. So. Ich glaube, ich würde die Sache jetzt beschleunigen. Dass wir das auf jeden Fall, das Spiel in dieser Folge abschließen können. Das wären wir eigentlich ganz lieb. Aber ich guck nochmal hier rum. Weil dieses Wesen uns ja hierhin gelockt hat. Vielleicht dann doch nochmal durch den Keller nochmal eine Runde drehen, ne? Man weiß ja nie. Vielleicht erleben wir hier ja auch noch ein seltsames Ereignis. Das Feuerzeug ist leer. Du brauchst es nicht aufbewahren. Oh, jetzt ist es tatsächlich leer. Dann müssen wir noch ein neues finden. Im Arbeitszimmer ist es auf jeden Fall eins. Schade, ich dachte aber noch... Wo könnte noch ein Videotape sein? Wir können natürlich nochmal versuchen, jetzt mit dem Ding die Tür oben aufzustemmen. Wenn die klemmt oder mit dem Vorschlaghammer. Ich weiß es nicht. Hallo? Ach, guck mal hier. Sehr schön. Haben wir noch ein Feuerzeug? Pillen haben wir ja noch genug. Oh, warte mal. Wir könnten mal die Kerze da aufstellen. Oh, da kommen wir jetzt in den Raum. Kein Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Ich gehe nochmal einmal hier durch. Nicht, dass wir doch noch irgendwas verpasst haben. Aber ich glaube nicht. Ich kann natürlich gucken, ob im Kühlschrank oder so noch was liegt. Oder hier im Schrank. Dass hier jetzt auf einmal irgendwo ein Videotape aufgetaucht ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Was ist das? Oh doch, hier. Da ist was. Was ist das? Kakaopulver. Du hast Kakaopulver gefunden. Köstlich. Okay. Der Becher ist leer. Wie schade. Wir müssen Kakao machen. Okay. Das ist ja witzig. Milch. Ah, dann brauchen wir noch Milch. Milch müsste im Kühlschrank sein. Milch. Ja, wie geil. Ich kann mir Kakao machen. Wie geil ist das denn? Vielleicht ist das aber auch das, was wir tun müssen, um hier weiter zu kommen. Huch. Da habe ich Kakao-Milch. Ah, jetzt so ein Kakao, ne? Würde ich auch nein sagen. Ich habe noch Wasser. Und dann ab in die Mikrowelle? Und dann ab in die Mikrowelle? Ach, wie schade. Wo ist mein Kakao hin? Der Becher ist weg. Oh. Hä? Hä? Warum? Oh. Hier stehen verschiedenfarbene Becher rum. Oh. Da steht... Warte mal. Da stehen Buchstaben drauf. Oh. Okay. Jetzt stehen überall Becher rum. Das ist mir so vorhin zumindest noch nicht aufgefallen. Warte mal. Ich muss... Ich muss mal... Ich muss das mal fallen lassen. Okay. Das ist mir so. Standen hier vorher schon so viele Becher rum? Da sind Buchstaben drauf. Okay, also es ist definitiv ein Rätsel hier in der Küche. Definitiv irgendwas, was wir hier finden müssen. Oh, Mehl. Ein Glück haben wir das gehortet. Okay, aber wir können hier so einiges nehmen. Also es liegt nicht nur an den Tassen. Die Tasse ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die Tassen vorher hier standen. Und ob wir jetzt irgendwie was mit den Tassen machen müssen. Was steht denn da? Okay, wir können ja alles hier nehmen und wieder weglegen. Also denke mal, dann doch nicht, dass die Tasse zu einem Rätsel gehört. Oder vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. Das verwirrt mich so. Das verwirrt mich einfach nur. Die Brechstein ist jetzt wieder im Lagerraum. Ach, guck mal. Ach, eigentlich wollte ich nur, um zu gucken, ob wir jetzt die Tür aufbrechen können. Aber dieses komische Wesen hat uns doch in die Küche geführt. Also würde ich sagen, in der Küche muss ein weiterer Hinweis sein. Was ist denn da drin? Noch mehr Flaschen. Vielleicht irgendwas mit diesem Datum hier. Sarah. Größe. Oder hat es doch was mit den Tassen zu tun? Müssen die Tassen irgendwo hin? In den Schrank? Da ist nur Geschirr und sowas drin. Oh. War es nur ein Easter Egg? Hm. Was für einen Sinn hatte der Kakao? Was für einen Sinn hatte der Kakao? Das muss ja irgendwas in der Küche sein. Okay, pass auf. Ich werde es nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen werde ich jetzt mal nachgucken. Einfach nur, was ich vielleicht übersehen haben könnte. Und was es mit dem Kakao auf sich hat. Ich will es jetzt einfach wissen. Und wir sehen es dann sofort wieder. Bis gleich. Okay, zu dem Kakao habe ich nichts gefunden. Da will ich später nochmal gucken. Aber ein weiteres Tape könnte noch sein. Ich hoffe, ich nehme auf. Nehme ich schon auf? Ja, ja, ja. Ein weiteres Tape könnte noch hier sein. Ah, guck mal hier. Addiction. Da haben wir das weitere Tape. So, das habe ich nämlich nicht gesehen. Meister von Dwaynes Erinnerungen. Juhu. Okay, jetzt gucke ich nochmal eben wegen dem Kakao. Vielleicht müssen wir ja doch hier irgendwas machen. Vielleicht müssen wir doch hier irgendwas machen. Also Kakao gucke ich nochmal nach. Okay, das ist gut. Das ist echt gut. Ich weiß zwar nicht warum. Ich glaube, wir müssen einfach nur den Tassen folgen. Ich glaube, wir müssen die Tassen suchen oder so. Ah, guck mal. Das kann ich noch mitnehmen. Äh, die Tasse brauche ich nicht. Die können wir hier abstellen. Dann guck mal hier. Oh, eine Matruschka. Guck mal. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Wir haben mit der Mikrowelle ein Portal erzeugt. Nein, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Keinen Plan, was die entwicklen uns damit. Okay. Aber da stand eine Matruschka in der Ecke. Ah, in der Ecke. Heißte Schokolade freigeschaltet. Okay, es gibt bestimmt noch so viele andere tolle Achievements hier. Aber wir gucken uns jetzt erstmal das siebte Videotape an. Und dann wahrscheinlich das letzte. Und Achievements machen wir dann vielleicht nochmal extra. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Juckt's hier. Schlafzimmer. Bei der Handtasche auf dem, auf der Kommode. Ein Loch irgendwo. Ein Loch in der Wand? Ah, es sah aus wie eine Leiter irgendwo runter. Keine Ahnung, wo das sein soll. Okay. Eine riesige Tür. Das ist auf jeden Fall das Schlafzimmer bei der... Okay, dann fangen wir da an. Addiction. Das vordere Wand. Gehen wir zum Schlafzimmer. Warum ist da schon wieder das Licht aus? Da ist es gar nicht. Also es war irgendwas aus diesem... Tja. Das Bett ist weg. Okay. Aber dann wissen wir wenigstens, wie wir dieses Kapitel starten können. Das war auf jeden Fall aus Sicht dieser Handtasche. In welchen Raum kommen wir denn dann jetzt? Oh. Ein exakt zweites Schlafzimmer. Das hat sich einfach nur alles nach unten verlagert. Oh, okay. Interagieren. Bierdosen. Warum nicht? Ja. Duane, of course! There's no mystery here! But I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm not sure what you're going to do. I'm on your side, Duane. We've been friends for so long after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Duane, 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 listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Duane, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name. I'm asking about who you are. Now, now, Duane, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip to our friendship? Hmm. Come on. Cheers. If you want me to help you, I've gotta know something. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging, then? What's up with you? Oh. You've been seeing things you say? Things, hmm? Things like that. What? Don't you worry, my friend. Just take a sip and everything's gonna be back to normal. Go ahead. Drink a little of this wonderful poison. It'll do you real good. I would advise you to take that drink now, my friend. Can I stand up? Okay. Have I got another choice? Cheers. I really caught up. See? Ain't that sweet? You know, you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah. Yeah. You remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief and the dulling of your senses. Come on. Take another sip. You know you want it. I can't do anything else here. Cheers. Und andere sip. Ich kann die Fernseher nicht ausschließen. Ich kann ja nicht aufstehen oder so. Kann ich sonst nichts anderes machen. Nochmal Schluck-Animation angucken. ein säufer ein weiteres maskenteil, das müsste dann aber das letzte sein, oder? Meister der Spiegelmaske Geht der wieder hoch? Ha! Und da ist es wieder, ok Das heißt, wir haben jetzt unsere Maske und können die abholen Aber was dann? Erstmal speichern Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie Es ist so dunkel hier Sehen wir eigentlich unsere Nachbarin? Es ist auf jeden Fall ziemlich cool Man kann da rüber gucken Oder es steht auch ein Stuhl oder so Und ein Sofa ist da Es ist auf jeden Fall Oder es ist Teil des Hauses noch Mal sehen Mal sehen wir Mal sehen wir Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Mir ist gar nicht aufgefallen, dass hier ein Beichtstuhl ist Das ist ein Beichtstuhl, oder was? Das hier so eine kleine Reliktion, die so ein Kämmerchen ist Die Maske haben wir jetzt aber nicht Okay, wir kommen Ach wie schön, es ist Tag Okay Es rächte zwar noch, aber hey, es ist Tag Es ist alles so bunt und so hell und so fröhlich Was steht da hier für Bücher? Ghost Underwater Halb vier nachmittags Okay, das klemmt Ich vermute, es gibt noch einen Weg für uns Ansonsten ist hier alles zu Aber raus kommen wir nicht Wir kommen nicht aus dem Haus Okay, wir müssen anscheinend in den Keller Hier ist zu Oh, meine Kerze steht noch hier Es ist cool, das Haus bei Tag zu sehen Es ist voll schön Ich möchte da einziehen Die Flecken sind auch weg, ne? Hier dieses Schwarzen Okay Okay. Wir sollen in diesen Keller gehen, anscheinend. Den Ort unseres Selbstmordes. Und wo wir unsere Familie umgebracht haben. Wenn es denn diesen Keller überhaupt in echt gibt. Du hell. Oh, seine Familie. Aber hat er sie wirklich verdient? Familienzusammenführung. Abspann. Ja. Oh, das... Darauf erst mal einen Schluck. Es ist sehr laut gerade. Ja. Psychologe. Ja, das war Visage. Wir haben, wie gesagt, fünf Jahre darauf gewartet. Ungefähr. Oder vier Jahre. Vom ersten Trailer bis jetzt zum Abspann. Wir haben es durchgemacht. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist auf jeden Fall eines der besten Horrorgames der letzten Jahre, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, auch ein Meilenstein in gewisser Art und Weise. Einmal, weil man lange darauf gewartet hat. Zum anderen, weil es wirklich ein gutes Spiel geworden ist. Wirklich interessant. Wieder sehr deep. Ich denke, wir können auch noch viele... Äh, viele Secrets finden in dem Haus. Sondern danke an alle den Geldgeber. Genau, die Unterstützer. Ich habe es leider nicht unterstützt damals. Soweit ist es zu bald kurz. Da war das schon zu Ende. Die Kickstarter-Kampagne. Deswegen werde ich da auch nicht bei sein. Was ist wirklich sehr laut. Und, äh, ja. Ja, es ist natürlich, wie Psycho-Over ist, immer sehr verboten. Ich muss mal raus sein. Das ist doch ein bisschen laut. Es ist immer sehr verboten. Und sehr mehrdeutig. Da kann man sich jetzt wirklich überlegen, was könnte das jetzt sein. Aber Fakt ist, wir haben unsere Familie umgebracht. Wir haben uns umgebracht. Wir waren in ein Haus gefahren. Wir mussten erst die Geister des Hauses befreien. Anscheinend ist es auf dem Haus auch ein Fluch oder so. Und die Sachen, die da passiert sind. Also, wir haben es ja in einem Comic gesehen. Da haben wir immer die Seiten gefunden. Ich denke mal, das Comic musste dann komplett sein. Und das hat die Geschichte der Nachbarin erzählt, die auch wieder ihren Mann umgebracht hat. Weil sie quasi von ihm, ja, nervt war. Und ja. Definitiv. Das hat ein sehr, sehr gutes Gerst drin, natürlich. Die war allerdings auch schon von der Early Assassin. Aber es war so, wie ich das erste Mal spiele. Sehr gruselig. Sehr cool gemacht. Definitiv. Ziel erreicht. Äh, die PT-mäßiges Spiel zu sein. Da waren viele Elemente da. Ist schon interessant, was sich alles daraus entwickelt hat, ne? Da hast du einmal so eine Demo für ein Spiel, die mal ganz anders ist. Danke, dass du Visage gespielt hast. Und dann, äh... Und dann so war's. Und jetzt sind wir wieder zurück im Haus. Frage ist, wenn wir jetzt nochmal fortsetzen, sagen... Ruhmshalle. Was? Hall of Fame. Gegenstände. Tab Halten Inventar. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Du hast ein Blatt Papier gefunden, auf dem eine Reihe Namen sind. Seltsam. Okay. Oh, hier ist noch... Gehen wir da durch? Hall of Fame. Vielleicht sind hier alle aufgelistet. Ach, guck mal. Oh. Noch mehr Namen. Das sind die ganzen Unterstützer. Ah, wie cool. Wahrscheinlich Fotos von denen. Es fehlen immer noch einige Seiten. Okay. Ah, warte mal. Wir können ja wieder dranhängen, die Bilder. Ja. Haben wir sie jetzt? Es fehlen immer noch Seiten. Aber ich hab kein Feuerzeug... Hier schwimmt einer. Wo finden wir die anderen Seiten? Ah, hier. Aber weiter geht's hier nicht, ne? Nee. Oh, müssen wir ja richtig hinsetzen hier. Es fehlen immer noch Seiten. Wo könnten noch mehr Seiten sein? Hm. Da, da ist noch eine. Vielleicht tauchen die erst nach und nach auf. Ah, okay. Das sind jetzt wahrscheinlich wieder alle Namen. Da ist cool gemacht. Alle Namen der Kickstarter-Unterstützer. Thank you. Cool. Oh, coole Sache. Und wie komme ich jetzt wieder da raus? Gar nicht wahrscheinlich, wa? Oder gibt es da noch was? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Wenn in der Hall of Fame noch was anderes machen kann. Aber ich glaube nicht. Warte mal, gehen wir nochmal zum Hauptmenü. Fortsetzen, Spielladen, Abspann, Robushalle. Fortsetzen. Was passiert, wenn wir jetzt Fortsetzen drücken? Landen wir wieder mit der Maske da? Wahrscheinlich schon, ne? Sind wir wieder im Haus? Können wir noch andere Secrets finden? Ich glaube, das ist einfach mein letzter Speicherstand hier. Wie viele Videos haben wir denn hier? Ja, das ist einfach nur der letzte Speicherstand. Aber da sind alle Videos. Dann müssen wir jetzt wieder in den Progress Room für die Maske. Oder ist die Maske weg? Dann wäre es ja einfach nur wieder Holo. Dann hätten wir nochmal einen Stand, um irgendwelche Secrets zu finden. Ja, da ist die komplette Maske. Also es ist einfach nur der letzte Speicherpunkt. Okay, ja. Alles klar. Damit würde ich sagen, haben wir Visage durchgespielt. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Bitte lasst doch auf dieser Folge wieder einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Horror-Let's-Play wieder. Wenn ihr mögt. Meine Eindrücke zum Spiel habe ich ja gerade schon im Abspann gesagt. Ich hoffe, man kann es hören. Aber da habe ich den Sound sicherlich leiser gemacht. Und wenn es noch Secrets gibt, ganz tolle. Und ich dazu auch noch ein Video machen soll. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann gucke ich mir nochmal nach, was es so für Secrets gibt. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wie viele Achievements habe ich überhaupt gekriegt. Und wenn ich da noch neugierig bin, dann mache ich vielleicht noch ein Video. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao.